An jedem einzelnen Tag werden im Durchschnitt zwei Mädchen oder Frauen in Deutschland von Männergruppen vergewaltigt. Weil die Täter traumatisiert sind, weil sie desintegriert sind, weil sie labil sind, weil sie keinen Wald haben. Jeder zweite dieser Tatverdächtigen in diesen Fällen keinen deutschen Pass hat. In dem besten Deutschland, das uns jemals gegeben hat. Dass bei uns die Pressefreiheit bedeutet, dass... Herzlich Willkommen In der Ketzerkirche Heute haben wir den Schatti dabei Und wir schauen hart aber fair Mit live Erik Holm Der gibt uns dort richtig mit Dann haben wir Chat und die Gurke Und, und andere Sachen So viel kann ich auch nicht improvisieren, Leute Ihr könnt da nicht zu viel verlangen an dieser Stelle Aber ich gebe euch den totalen Schattenmacher an dieser Stelle Herzlichen Glückwunsch Herzlich Willkommen Schön, dass du heute Abend bei uns bist, lieber Schatti Ja, ich bin Glückwünsche, mich auch hier zu sein Und ein wunderschönes Singorgan hast du Ich kann nur neidisch zuschauen Oder zuhören Ja, es kommt aufs richtige Schmiermittel an An dieser Stelle Was trinkst du an dieser... Gar nichts Alles aus Das gibt's doch nicht Also ich weiß noch, damals gab's so ne Bemerkung von dir Ja, also ich ziehe... Ich glaube, das war ne Antwort Ne Antwort auf irgendeinen anderen Philosophischen YouTuber Und da hast du dann gesagt Nein Also ich ziehe stilles Wasser vor Die Kohlensäure Liebkost mein Gaumen nicht so sehr Nein, 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 genau Ich mag es extra schall Die Kohlensäure reizt meinen Gaumen Aber das ist ein Simpsons Zitat Tatsächlich Das ist aus der Folge, in der Homer Äh Äh Seinen rechten Arm wahnsinnig trainiert Und dann tritt er in der Bar auf Und dann sagt er das Und dann kommt irgendein Texaner Und fühlt sich davon herausgefordert Was für ein Schwächling er ist Fordert ihn zum Armdrücken rauf Und dann kommt Homer mit seinem dicken Arm Und besiegt den Texaner Ich glaube, dass da aus dieser Episode Kommt das Zitat Ah ja, ah ja Äh, und abseits davon Kaffee oder Tee? Also ich fange hier ganz menschlich an Wunder dich nicht Äh, Tee Also ich sag mal Tee mit viel Zucker Kaffee finde ich ganz schrecklich Und äh Tee, wenn er süß ist, ja Tee, wenn er süß ist Ähm, wie stehst du zum marokkanischen Minztee? Ich stehe Minze eher Skeptisch gegenüber Ich mag da mehr so Ja, so die klassischen schwarzen Teesorten Aber ich trinke jetzt auch nicht sehr häufig Tee Ich mag Getränke tatsächlich häufiger kalt als warm Es geht auch mal warm Aber es ist halt seltener Seltener Junge, ich inhaliere Tee in den letzten Wochen Immer wenn ich mich hier heransetze Habe ich hier so eine Kanne Tee Und ähm War übelst hart auf dem Pfefferminze Train Der dann irgendwann doch Ähm, das wird einem dann irgendwann zuwider Also Minze ist Also Pfefferminze wohlgemerkt Ja Minze ist noch was anderes für sich Äh, ist cool Aber dann nach vier Kannen Äh, kriegst du halt das Du könntest dich übergeben Es reicht einfach, ja Dann steige ich, ähm, steige ich wieder um auf, ähm Schwarzen Chai Ja Also da sind wir Vielleicht haben wir da unseren Common Ground Beim Schwarztee gefunden Äh, macht auf jeden Fall Bock Momentan Ja, wieder zurück zur Minze Aber nicht Pfefferminze Sondern marokkanische Minze Ähm Ist auch cool Macht auf jeden Fall Spaß Ich, äh, jetzt steht hier im Chat Das Gerücht Ich würde die Teebeutel Einfach am Stück fressen Diese Unterstellungen Unterstellungen sind ein journalistischer Trick Äh, die sollten nicht zulässig sein In der freiheitlich-demokratischen Grundordnung Und daher weise ich diese Unterstellung zurück Aufs Härteste Und ja Ähm, meine lieben Freunde Einmal einleitend Heute nur zwei Sachen Ja Nur zwei Sachen, weil Wir werden dafür Zeit brauchen Zum einen Chat und Gurke der Woche Damit werden wir gleich beginnen Und danach geben wir uns Das allerfeinste Mett Und zwar hart, aber fair Mit, äh, Luisa Klamroth Äh, Luis Klamroth Äh, zu Gast Unter anderem live Erik Holm Ähm Ich glaube, wirtschaftspolitischer Sprecher der AfD Bin mir da nicht ganz sicher Aber er ist zu Gast Mecklenburg-Vorpommern, oder? Oder er ist am Bundestag Ich weiß es jetzt nicht mehr Ich glaube, das war aber der Spitzenkandidat Von Schleswig-Holstein Oder Mecklenburg-Vorpommern Irgend so im nordöstlichen Bundesland Das kann gut sein Warte, ich schau mal gerade Live Erik Holm Äh, der übrigens So gut wie gar nicht Zu Wort kommen wird In dieser Sendung Ähm, also Das wird gut Landesvorstandssprecher der AfD Im Jahr 2014 Seit 2017 Ist er Mitglied des Deutschen Bundestages Also er ist anscheinend Anscheinend auch Im Abgeordnetenbetrieb angekommen Ja, und, äh Es wird, es wird wieder desaströs Ich habe erst darüber nachgedacht Hier mit euch, ähm Karin Miosga Mit, äh, Habeck zu schauen Ja, schön Aber wenn wir einen AfD-Auftritt haben Dann können wir hier auch Vielleicht ein bisschen Ja, Manöverkritik abliefern Ähm, ich persönlich hoffe Auf Offensive Ich hoffe auf Eier Auf dem Tisch Ja, die muss man auch wagen Ähm, ihr alle habt ja wahrscheinlich Das betreute Kacken Ähm, über Gauland gesehen Und das war halt Das war desaströs Ja, das war nicht so gut Das war nicht so gut Das war desaströs Ja, dieses ganze Land Ist noch gefangen Im alten Denken Also es gibt, der wird ja Ich habe ja generell Das Gefühl Viele alte Weisheiten Lösen sich auf Also ich habe neulich Ähm, mir angeguckt Oren McIntyre Werden ja sicherlich einige kennen Amerikanischer politischer YouTuber Und der hat über die Strong Gods berichtet Ähm, das ist so ein Buchkonzept Oder eine Metapher Und er sagt halt Er stellt das Buch vor Und ich finde, die Metapher ist gelungen Äh, seit dem Zweiten Weltkrieg Hat man den Leuten eigentlich ausgeredet Irgendwas ernst zu nehmen Ähm, damit sich der Erste und der Zweite Weltkrieg Und all diese unschönen Dinge Nicht wiederholen können Also dieser große Liberalismus Dieses ganze Das Regulieren durch Wirtschaft Oder sowas Oder das In die Zentrale stellen Äh, und wie gesagt Keine so harten Regeln einführen Das bedeutet halt auch Dass die Leute nichts ernst nehmen Und für nichts wirklich eintreten Und das Verschafft dann natürlich Auch eine gewisse Sicherheit Aber jetzt Grollt es wieder sozusagen Aus den Bergen Weil sich diese alten Götter Äh, der Wunsch des Menschen Tatsächlich Dinge ernst nehmen Und keine Kompromisse zu machen Und mal wirklich, äh Ja, sich nicht kacken zu lassen Äh, dass alles wiederkommt Und deswegen drehen die auch alle so im Rad Also man sieht das ja Mit Potsdam Und dem ganzen Teuk Und diese Hypernervosität Die besteht Die ja immer substanzlos ist Die Leute argumentieren ja Sehr wenig inhaltlich Die Es kommen immer nur Diese wahnsinnigen Moralischen Vorwürfe Und Äh, die Die Ultraregulierung Des Alltags Das immer nur verhindern soll Dass halt Leute Oder dass Leute Ablenken soll Trotzdem Nein zu sagen Das, das Also Die haben halt Angst Dass sich eine Macht formiert Mit der Keine einfachen Kompromisse Zu machen sind Denn man nichts einfach Was anbieten kann Auf das sie sich einlassen Äh Und ja Ich schätze das Beginnt sich langsam wieder zu formen Vor allem in den jüngeren Generationen Ich glaube halt Dass du die Leute Die heute unter 35 sind Äh Mit diesen ganzen alten Plattitüden Und den ganzen alten Gewissheiten Nicht mehr im selben Maße bekommst Jaja Ich glaube also Wenn es jetzt um Um Schuldkult Fragen geht Ähm Die junge Generation Ist da weniger zugänglich Definitiv Also da hast du ja Ich denke nicht Also klar Schuldkult Das ist eine Sache Aber ich denke generell Also auch Über den ganzen Wirtschafts- und Wohlstandsversprechen Erstmal Die jüngere Generation Nimmt daran ja schon gar nicht mehr teil Und vor allem Äh Auch diese Rassenintegrationsversprechen Oder Oder Ethnischen Integrationsversprechen Das ist so lang jetzt schon narrativ Und es wird eigentlich immer schlimmer Und es wird nicht besser Und Ich schätze mal Die junge Generation Hat daran ihren Glauben In viel größerem Maße verloren Als es die ältere hat Weil man einfach sieht Dass das Auf Auf Sand gebaut ist Ja ich meine gerade Die Schüler erleben es ja auch In ihrer Lebensrealität selbst Ja Wir haben es Ja Hier glaube ich Vor zwei Wochen gesehen Die Dokumentation Aus dem Jahr 2010 WDR tatsächlich öffentlich-rechtlich Das war Kampf im Klassenzimmer Meine wärmste Empfehlung Dass ihr euch das auch mal Im betreuten Kacken gebt Ähm Weil das Straight up Eine öffentlich-rechtliche Dokumentation Über die Zustände An einer Hauptschule In Essen-Karnab Ist Äh Und damals schon Migrationshintergrundanteil 80 90 Prozent ungefähr Äh Der Schüler Den wir begleiten Das ist einer von Ich glaube Zwei oder drei Schülern Der in der Klasse selbst noch Deutsch und nicht Muslim ist Vor allem Und äh Sie moderieren diese Sendung Straight up Damit an Seitdem Der Islam Die Mehrzahl Auf dem Schulhof stellt Werden auch die muslimischen Sitten Innerhalb des Klassenraums Und in den Pausen Durchgesetzt So einfach Dieses Statement In den öffentlich-rechtlichen Es war noch eine andere Zeit Im Jahr 2010 Und jetzt sind wir 13 Jahre später Stell dir mal vor Wie es jetzt an dieser Schule In Essen-Karnab aussieht Ja und äh Also ich meine Die Menschen spüren es Ja Ja Aber auch für die Muslime Sind die Strong Gods Ja noch aktiv Auch die lassen sich ja In ihren Äh Radikaleren Versionen Vor allem Nicht Nicht einfach korrumpieren Also die nehmen Ihre Religion halt ernst Äh Ja Der sinnvolle Inhalt Dieser Religion spielt ja Jetzt erstmal keine Rolle Aber die Die verstehen da halt Keinen Spaß Und wenn die die Möglichkeit haben Werden die das durchsetzen Und den kann man auch Nicht so einfach Handel treiben In dieser Sache Also Es wird sehr schwer Seinem gläubigen Muslim Seinen Islam auszureden Will ich damit sagen Ja Ja Umso leichter ist es Dem gläubigen Christen Sein Christentum auszureden Ähm Sicherlich wird da Die Atheismus-Stumm-und-Drang-Phase Um Um Dawkins herum Äh Um den Gotteswahn herum Vielleicht auch mit Ähm Wie heißt er? Hitchens? Wäre er nicht auch einer? Ja Ein Atheismus Ähm Vorreiter Ja Also diese Welle Die habe ich auch miterlebt Damals in der Schulzeit Ähm Das hat viele getroffen Und es war halt On Vogue Atheist zu sein Ja Ähm Aber das dadurch War immer Also christliches Herzland Würde ich mal sagen Ne Da war die Bekenntnisquote Bei 95% Ja One Nation Under God Ja Heißt das auch Genau das ist ja Das ist ja Eine Nation die tatsächlich Auf dem christlichen Oder in dem christlichen Gedanken Äh Geformt wurde Ne Also die englischen Puritaner Die sich äh Von der Krone dann Abgesetzt haben Und dort ihren Christlichen Traum leben wollten Das ist schon Elementarer Bestandteil Und äh Die Gläubigkeitsquoten Oder die Kirchenteilnahmequoten In Amerika Waren bis in die 1990er Jahre Sehr sehr hoch Viel höher als in Europa Und das hat stark eingebrochen Äh In den letzten Zwei Drei Jahrzehnten Hat die Äh Atheismusquote Vor allem unter Die jungen Generation Auch Quoten von 20 30 40% Oder zumindest Die non-affiliate Also sich keiner Religionsgemeinschaft Zuhörig fühlenden Gruppe Deutlich zugenommen Auf diese Auf diese Werte Und Ja man kann sich ja Vorstellen was das bedeutet Eine Nation die 400 Jahre lang Christlich war Wird das innerhalb von 30 Jahren das nicht mehr sein Ähm Das ist schon ein ordentlicher Sprung Definitiv Wobei im Hinblick auf Die aktuelle Situation Also jetzt auch Mit Blick auf die Straßen Jetzt das was gerade Alles stattfindet Abseits davon Dass es eine Gigantische Einschüchterungsgeste Sein soll Ist es aber auch Also zu einem sehr Großen Teil Einfach auch Geastroturft Also es ist die Perfekte Ablenkungssituation Die man dort erzeugt hat Durch die ganze Potsdam-Geschichte Mit Demonstrationen Zu denen dann Ja die ein oder andere Regierungsnahe NGO Aufruft Die Parteien teilweise Selbst mit demonstrieren Wir haben Scholz und Baerbock Dort live gesehen Auf Fotos Ähm Das Ist halt wunderbar Wenn es um die Bauernproteste geht Hast du das mitbekommen Das ist gar nicht so lange her Ich glaube letzte Woche Da haben Bauern Vor dem EU-Sitz Oder ich weiß nicht Ob es das EU-Parlament war Auf jeden Fall In Brüssel Demonstriert Und da riesige Haufen Hingeschüttet Und die Angezündet Alter Ich habe nichts davon gehört Also ich habe den Livestream Davon gesehen Aber in der Tagesschau War immer noch Demo gegen rechts präsent Ähm Und genau das soll auch so sein Ja Also sie haben es echt gut geschafft Den Wind In der öffentlichen Wahrnehmung Zumindest sehr schnell Und stark zu drehen In dem Moment Wo sie gemerkt haben Es funktioniert nicht Diese Beschmutzungsstrategie Bei den Bauernprotesten Zu spielen Ja Wir hatten das eine Foto Wo dann Irgendein Bauer Unter 20 Symbolen Auf seinem Traktor War dann ganz kleine Reißflagge Das haben sie versucht Dann haben sie versucht Diese Habeck-Fähren-Sache Zu so einer Art Neuem Chemnitz Hoch zu stilisieren Die Leute Die dann Aufgrund des Drucks Der Masse Auf den Anleger Gedrückt worden sind Wo jetzt die Polizei Mittlerweile auch sagt Es gab weder Gewalteinwirkung Noch einen ernstzunehmenden Stürmungsversuch Wo gemerkt Während die Fähre Bereits abgelegt hat Während sie bereits Abgelegt hat Abgelegen Meine Freunde Und Dann haben sie Versucht Das Ding In Verbindung zu setzen Mit einer Telegram-Gruppe Dass da irgendwie Die Freien Schleswig-Holsteiner Also im Endeffekt Eine Schwesterorganisation Von den Freien Sachsen Genau dazu Aufgerufen hätten Die haben lediglich Geteilt Dass da was passiert Gerade Ja Also mehr war das nicht Und das Klientel Hast du dir anschauen können Normale Leute Teilweise mit Kindern dabei Das hat nicht gezündet Es hat einfach nicht gezündet Und Jetzt hast du halt das Jetzt hast du Potsdam Perfekt Genau Also Das Problem ist halt Auch das Einschüchterung Sag mal so Ja natürlich Soll das in ihre Richtung wirken Das Ding ist halt Auch dann wieder Wenn du an Deine Strong Gods In deinem Leben hast Wenn du dann wirklich An irgendwas glaubst Ich halte mich für In dieser Sache schon Also ich werde nicht Dieses ganze politische Game Einfach nicht mehr aufgeben Und ich bin nicht Eingeschüchtert von irgendwelchen Rentnern Und das ganze wie gesagt Also sozusagen Das Demütigungs- und durch den Dreck Zieritual der Bundesrepublik Ist halt zu schwach Ich hab keine Angst davor Dass irgendwie ein Artikel In mich erscheint Oder sonst irgendwas Die hassen mich eh alle Das ist mir klar Das Ding ist Also ich kann Deren Bluff halt callen Weil die nicht viel haben Die können Wie gesagt Die gehen mit der Presse Und den Medien vor Und dann macht der Bürgermeister Druck Aber am Ende Sind das Rentner und Kinder Und Frauen auf der Straße Da kommt Da ist wenig Eskalationspotenzial hinter Was man eindeutig spürt Auf der anderen Seite Können sie auch nicht Die Methoden anwenden Die in früheren Jahrhunderten Also die rein physischen Methoden Der Unterdrückung anwenden Denn Erstens sind sie Also unsere Machthaber Sind in diesen Dingen Nicht geübt Und zweitens Würde das natürlich auch Den gesamten Narrativ Die Logik In der wir uns befinden Komplett Ad absurdum führen Die wollen dann eben Dass die Leute eben Die Dinge nicht ernst nehmen Und nicht Gedeih und Verdamm Widerstand leisten Aber wenn sie das Wenn man das will Dann darf man natürlich auch Nicht Mittel anwenden Die diesen Widerstand Provozieren würden Ähm Ja und deswegen Mal davon abgesehen Dass Demonstrationen Eh immer nur begrenzten Wirkungsgrad haben Äh Ja ich Denke nicht Dass sich da irgendwer Groß von beeindrucken lässt Der jetzt schon gefestigt ist Nein Nein denke ich auch nicht Also Vielleicht ist es auch Für sie selbst Ein bisschen Schwurbeldidobeldi Einfach einen Test Einfach mal Für sich zu resümieren Wie viele Leute Bekommen wir einfach Stumpf auf die Straße Egal worum es geht Mit genug Moralischer Erpressung Oder Aufwiegelung Wie viele Leute Bekommen wir Auf die Straße Um tatsächlich Für uns Für die Regierung Und gegen die Opposition Im Land zu demonstrieren Weil du hast es ja Schon vorhin gesagt Also Es ist ja nur Eine emotionale Diskussion Mehr als Plattitüden Bringen ja die Individuen auf der Demo Gar nicht hervor Sodass Die eigentlich für alles Von der Bundesregierung Auf die Straße Also das hätte auch Ein anderes Thema sein können Die hättest du Also genauso Dieselben Leute Hättest du auch Bei einer Anti-Maßnahmen-Kritiker-Demo Auf der Straße gehabt In diesen Zahlen Hättest du nur genug Propaganda dafür gemacht Wobei das Meinungsbild Dahinter von den Individuen Dort Ja halt nicht Über die Schlagzeilen Hinaus geht Was gut ist Weil wir können ja Wenigstens für unsere Position Argumentieren Und Es geht ja auch gar nicht anders Ja also Ich sehe mich immer noch Auf der Seite der Rationalität An dieser Stelle Und Ja Wobei Dieser Frame hier Ein bisschen mehr Auch bei unseren Leuten Einsacken muss Ich spiele das hier gerade Für die Leute ein Weil sie Deutschland Hassen Diese Regierung Hasst Deutschland Ja Ja das Sollte man vielleicht Verinnerlichen Ja 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 aber Ja also Gucken wir mal Ja ich habe generell das Gefühl Die Methoden unserer Regierung Funktionieren natürlich noch In konzentriertem Maße Bei den Einzelpersonen Also jede einzelne Aktion Kann wenn sie fokussiert genug ist Immer noch Erfolg haben Also es gab ja diese Silke Schröder glaube ich wie sie hieß Das Interview ist da dann auf Twitter rumgegangen oder sowas Die war Mitglied im Verein der deutschen Sprache Und auch Mitglied bei diesem Treffen in Potsdam Ja Und die hat sich davon jetzt nicht distanziert Die Also Die musste dann den Verein verlassen Ähm Aber Die hat die Linie gehalten Und das Was ich damit meine Dass die Mittel der BRD immer noch funktionieren Wenn sie konzentriert angewandt werden Also wenn irgendeiner sich zu sehr auflehnt Irgendein Mitglied der intellektuellen Und der meinungsstarken Klasse Dann wird genug gedruckt gemacht Dass er zumindest seine Organisation verliert Dass er von seiner Organisation abgekapselt wird Das klappt Auf der anderen Seite sehen wir ja Seit 10 Jahren ist der Trend Der Systemopposition immer größer geworden Und nicht nur in Deutschland In der ganzen westlichen Welt Überall Ja Größer Er hat sag ich mal Vielleicht abgesehen von Argentinien Da ist es jetzt möglicherweise Zum ersten Mal tatsächlich Zu einem Wechsel gekommen Oder in El Salvador Aber Konnte Konnte diese Systemopposition Noch keine großen Siege feiern So müsste ich dann Das ganze Bild vergleichen Der Damm Der sich Der das Establishment stürzt Der ist Es gelang immer wieder Ihn zu stopfen Immer und immer wieder Aber der Wasserstand dahinter Der ist halt gestiegen Und die Frage ist ja Mit der wir uns alle rumschlagen Hier ist Wann ist das nicht mehr so Wann wird es tatsächlich mal Ereignisse geben Die so wie in Argentinien Oder so wie in El Salvador Wirklich eine Zeitenwende markieren Das sind natürlich jetzt kleine Randständige Staaten An der Peripherie Der westlichen Welt Die sind nicht wichtig genug Um wirklich Fundamentalsiege zu erklären Ein fundamentaler Umbruch Ist gekommen Wenn wir halt eine Eine Situation Bei der allen klar ist Dass hier was Irreversibles Sich verändert hat In einem wichtigen westlichen Land haben Vor allem in amerikanischen Gebieten Und in Zentraleuropa In Frankreich und in Deutschland Da kommt einiges auf uns zu Auf uns kommt die Präsidentschaftswahl an Zwischen Biden und Trump Beide treten an Voraussichtlich Wir haben aber auch gesehen Wir haben auch gesehen Trump Ja sicher Aber Trump war nicht das Ereignis Von dem man wirklich sagen konnte Das hat alles verändert Also ich gebe mal ein Beispiel Die Oktoberrevolution War von Es war allen klar Als die stattgefunden hat Hier hat sich was fundamental geändert Das ist Hier ist ein neues Morgen Ein neuer Morgen angebrochen Die nationalsozialistische Machtübernahme Hier ist ein neuer Morgen angebrochen Hier hat ein System geendet Ja Solche Ereignisse Hat die westliche Welt Noch nicht gesehen Und Trump hat sie auch nicht dargestellt bisher Wir werden auf jeden Fall Zumindest in Kleineren Maßstäben Denke ich im Osten Mit der Landtagswahl Einiges Sehen Vor allem auch Bin ich gespannt Was denen da noch einfällt Weil Diese Potsdam-Kampagne Die wird nicht bis zum September vorhalten Also da muss noch Irgendetwas anderes kommen Und Ich bin da sehr gespannt Ich Prognostiziere Man setzt da eher auf Dritte Und bewirb dann diese Aktionen Einfach Also so wie ich das jetzt mitbekommen hab Das könnte sein Aber auch wenn Also auch die Die Wahlen im Osten sind auch Mir noch zu klein Das ist immer noch sozusagen Hund beißt Mann Also es ist Hund beißt Mann Es ist ne Schlagzeile wert Aber es ist noch nicht Mann beißt Hund Für die Ukraine zum Beispiel Ist irgendwann Mann beißt Hund Eingetroffen Indem sie Im Krieg mit Russland Angefangen haben Das ist irgendwas Das ändert dein ganzes Leben Du bist An einem Tag noch Und liest die Nachrichten Und am nächsten Tag Wirst du eingezogen Muss an der Front kämpfen So ein Radikal wandel Sowas meine ich Und das ist In den wichtigen Ländern Des Westens Im Kernbereich Halt noch ausgeblieben Und deshalb fühlt sich Das unsere ganze Situation Halt so Äh So seltsam an Es wird halt Schlimmer Langsam schlimmer Und es Also wenn man auf Twitter Äh Herum Sich umblickt Sieht man ja ständig Den Verfall der Gesellschaft Im Speedrun Aber Dann guckt man wieder Auf sein eigenes Leben Und kann für sich sagen Es unterscheidet sich jetzt Zu dem Leben Das man 2010 geführt hat In der privaten Sphäre Nicht so fundamental Jedenfalls kann ich das sagen Äh Und das ist halt Das Dieser Widerspruch Den man spürt Ich glaube das merken die Menschen Erst am Portemonnaie so richtig Also ich glaube die Deutschen Kriegst du nur auf die Straße Wenn das Geld knapp wird Das ist so das Phänomen Also die Die interessiert auch Leider Gottes Ja auch wenn es schade ist Sie interessiert auch Kriminalität nicht Oder irgendwelche Auffälligkeiten In der Statistik Die interessiert ihr Geld Dass ich Ja das ist die große Solidarität Tatsächlich auch Ähm Mal wieder Das Die Nebelkerze Die sie halt ist Also im Endeffekt Äh geht es da auch jedem Um sich selbst Ähm Von daher Ich bin da immer noch Dem Accelerationismus Verhaftet Und hoffe einfach Dass sie es noch weiter An die Wand fahren Also Also gerne Gerne Merz soll mit den Grünen koalieren Unbedingt Sobald die Möglichkeit da ist Ja Sobald die CDU Irgendwie Unter Hendrik Wüst Also Du weißt Der der sagt Die AfD ist eine Nazi Nazi Partei Ja Seine Aussprache hat mir immer sehr gefallen Ähm Auch der wäre offen Für eine Koalitionsbildung Mit den Grünen Einfach um die AfD Dementsprechend zu verhindern Alter Sehr gerne Sehr gerne Macht es unbedingt Äh das größte Problem In der Situation gerade Ist eher die CDU Als weniger die Grünen Also klar Die fahren den Laden Vor die Wand Das ist auch gut Äh da merken die Leute Auch einiges Ähm Das einzige Problem ist Nach wie vor Die CDU Die wir übrigens auch Beharrt aber fair In Opposition zur AfD Zusammen mit Äh Einer Grünen Abgeordneten Sehen werden Also werden Grüne und CDU Gemeinsam Gegen den AfD-Mann diskutieren Äh Das wird granios Ja Schatti Äh Weil das einiges an Zeit In Anspruch nehmen wird Ich spring mal gerade Zu unserem nächsten Segment rüber Alles klar Und Wir kommen einmal zum Chat Und Der Gurke Der Woche Und natürlich Natürlich habe ich da auch das Intro Hier Bereit Genau hier Der Chat der Woche Und die Gurke der Woche Hier in der Ketzerkirche Schaut wie sie sich Normiert haben Darüber dürft ihr dann Demokratisch abstimmen Wie in einem demokratischen Betrieb Nur halt ein bisschen basierter Weil wir sind eigentlich kein Betrieb Wir sind kein Betrieb Aber wir sind im Betrieb Genauso wie Bayer Leverkusen Ihr alle erinnert euch noch An die Chats von letzter Woche War letzte Woche auch schon ein Vorschlag Aber es gibt ein Update Und zwar Solidarität Ich lese euch hier nochmal die Headline vor Die ist noch von letzter Woche Es gibt nur zwei Geschlechter Warum solche Banner in Fankurven zu sehen sind Übertitelt man das hier Und da seht ihr Ja Die Fankurve von Bayer Leverkusen Die da schreiben Es gibt viele Musikrichtungen Aber nur zwei Geschlechter Und Ja Das hatte Folgen Und zwar 18.000 Euro Strafe Genau Genau Dass es 18.000 Euro Geldstrafe Für Bayer Leverkusen Geben sollte Aufgrund der Tatsache Dass sie biologische Realitäten Ja So offen Propagiert haben Das geht natürlich nicht Und Weswegen haben sie es gemacht Ah ja Im Einzelrichterverfahren Nach Anklageerhebung Durch den DFB-Kontrollausschuss Wegen eines diskriminierenden Unsportlichen Verhaltens Also biologische Tatsachen Sind diskriminierend Ja Sportgericht des DFB Ja Ja also das ist ja Das ist ein Kängurugerichtshof Also das Da sitzt vielleicht ein richtiger Richter Aber das ist ja kein Soweit ich weiß Hat das ja keine bindende Faktion Das ist ja immer noch so ein Schiedsgericht Also Wenn du wirklich klagen wolltest Du sollst von einem richtigen Gericht landen Ja also ich denke jetzt auch mal Also Für die ist es auch einfacher Einfach die 18.000 zu zahlen Und die Sache zu vergessen Anstatt dagegen vorzugehen oder so Ähm Sicher Dazu schreiben sie Das ist auch besonders schön Für die Demütigung Von den 18.000 Kann der Verein bis zu 6.000 Euro Für präventive Maßnahmen Gegen Diskriminierung verwenden Was dem DFB Bis zum 31. Juli 2024 nachzuweisen wäre Also die können Schön Nur 12.000 Euro Strafe zahlen Und dann 6.000 Euro Da können sie schöne Diversity Seminare Für die Leute machen Am besten direkt für die Fankurve Die das Banner Äh gezeigt hat Das haben sie Gegenüber dem Äh Ja Wie soll ich es sagen Linksgrünen SV Werder Bremen Gezeigt Bei dem Spiel Dieses Banner Ähm Bremen auch übelst Das linke Scheiße Alter Das war Erstmal Basiert Von der Fankurve Es geht aber weiter Ja der Hass Ja der Hass wird nicht Du hast ja auch recht Ja Danach kommt Dynamo Dresden Äh die tatsächlich hier nochmal Eine Retourkutsche Ausgeteilt haben Also wieder im basierter Ostverein Es gibt nur einen lächerlichen DFB Pum Pum Punkt Einige Reihen darunter Und zwei Geschlechter Und ähm Ja jetzt ermittelt auch der DFB Gegen den Dynamo Dresden Was im Endeffekt auch wieder heißen wird Also die setzen die wieder vor ihr Komisches Sportgericht Dann heißt es wieder 18.000 Euro Und äh Das wird es dann gewesen sein Ja das Problem ist Man fragt sich dann Wie das weitereskaliert Wenn was machen die Wenn die das einfach nicht sein lassen Das ist Die sollen weitermachen Unbedingt Ja ja eben 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 Also alle Aspekte unserer Gesellschaft Werden langsam zu Kriegst Und ich hab irgendwie so ein komisches Gefühl In den letzten Monaten bekommen Es würde es Es ist halt der Mikro Der Mikrokulturkrieg Also du Genau In so einem mikroautoritaristischen System Kannst du halt auch nur Auf diesen kleinen Ebenen Dich auseinandersetzen In dieser Art Ne Ich meine Also ich muss Ich muss an Herr der Ringe denken Äh Ich hab über die Weihnachtsfeiertage Tatsächlich nur mein Herr der Ringe reingeguckt In die Special Extended Edition Hab ich es seit Jahren nicht getan Im Gegensatz zu Shumo Ja genau Im Gegensatz zu Shumo Ähm Und ich kann mich halt gut an die Szene erinnern Im dritten Teil Wo Gandalf und Pippin Dann in Minas Tirith Auf Mordor blicken Ja Und also er zieht ja dann alle Truppen zusammen Und das besprechen die dann Also der dunkle Herrscher ist bald zum Zum Krieg bereit Ja Und irgendwie Ich weiß nicht Das könnte natürlich auch nicht so sein Aber es fühlt sich so ein bisschen so an Als würden Als würden die Eskalationsspirale Immer weitergehen Und weitergehen Und irgendwann Müsste ja mal Ein Bruchpunkt kommen Und Also Keine Ahnung Ich könnte Ich würde mich nicht wundern Wenn das gar nicht mehr so weit von uns entfernt steht Aber auf der anderen Seite Was ist wenn nicht Reden wir hier von 10 Tagen 10 Monaten Oder sind es noch 10 Jahre Äh Dass wir da kurz davor standen Dass sich die Leute einfach die Rübe einhauen Zum Beispiel Also buchstäblich Okay die Maske unter der Nase Dann kommt der Typ Und klatscht der eine Also ich hatte das Gefühl Wir waren wirklich kurz davor Ähm Und eine Rhetorik Wie in der Corona-Zeit Gegenüber Ach ja wer hat da nicht mitgemacht Wahrscheinlich schon ein Drittel der Bevölkerung Also Mehr Leute als AfD wählen würden Ähm Jetzt gerade ist die Rhetorik noch nicht so hart So menschenverachtend Um dieses Wort Dieses geflügelte Wort einmal zu benutzen Wie es damals war Also auch gegenüber der AfD Ähm Oder ihren Wählern Also klar man Man lässt sich als Als Kackerhaufen bezeichnen Ja Ähm Der oder Oder als Äh Ja Vom Rattenfänger gefangene Ratte Ne Im übertragenen Sinne Durch Herrn Steinmeier Ja sowas kommt schon Aber wir sind halt nicht Straight up auf dem Level Ähm Wie hieß er Rainer Stinner Von der FDP Ja Sozial Schädlinge Nannte man die Ungeimpften dort Äh Auf dem Level sind wir noch nicht Ja Aber was diese ganzen Äh Spackos sagen Das interessiert mich tatsächlich auch weniger Ich interessiere mich dann wieder viel für die Zahlen Also Die ganze Boomer-Problematik Die verschafft sich ja Auf leisen Sohlen immer weiter Wir kriegen ja Wir haben ja weniger Arbeitskräfte Und die alten Arbeitskräfte Gehen alle in Rente Aber das ist so ein Effekt Der passiert halt Tröpfchen für Tröpfchen Irgendwann Müsste es ja mal einen Punkt geben An dem die Sozialsysteme Nicht weiter finanzierbar sind Und In Amerika Sehen wir ja schon tatsächlich Eher sowas Amerika hat seine Staatsverschuldung Jetzt schon deutlich Deutlich ausgeweitet Das hat natürlich auch mit der Wahl zu tun Biden will noch irgendwas stabilisieren Ne Damit da Nicht ganz so Mit runtergelassenen Hosen Bei der Wahl dasteht Aber Äh Auch dann Wie lang kannst du dieses Budget-Defizit fahren Ohne dass es mal zusammenbricht Ich hab mich das ja auch Im Fall von Japan gefragt Denn diese Nation hatte dieselben Probleme Und hat auch deshalb So eine wahnsinnig Expansive Geldpolitik geführt Also von der ich ausgehe Dass sie irgendwann mal An ihre Grenzen geraten muss Ähm Naja Auch bei Japan Auch bei Japan steht der Kollaps Bevor Also demografisch gesehen Nur halt mit dem Unterschied Dass sie halt nicht Ähm Unglaublich viele Demografien Aus dem arabischen Raum Gleichzeitig noch ins Land Aufgenommen haben Ja genau Aber also Japan ist Dahingehend das fortgeschrittenste Land Das bei denen die Bevölkerung Jetzt anfängt Tatsächlich in absoluten Zahlen Rückläufig zu werden Ne Und Und Die werden so Von ihrer Rentnergeneration Überbordet werden Ich weiß gar nicht Wie die ihre Wirtschaft Überhaupt stabil halten wollen Das gleiche wird mit den Mit den Südkoreanern passieren Ich meine Bei uns ist die Geburtenrate 1,4 oder so In Südkorea ist sie bei 1 Bei 0,8 Wenn man an einigen Statistiken glauben mag Äh Also Was das heißt Also 0,8 Das bedeutet Dass in drei Generationen Auf heute 100 lebende Koreaner Ein Koreanisches U-Enkel kommen wird Eins Auf 100 Also Ja Ja Also erstmal Guck mal Das ist wenn man Schatti einlädt Wir kommen von Dynamo Dresden Zur Rentenpolitik In Japan Aber das ist okay Ähm Genau Queer.de hat natürlich auch drüber berichtet Ja Ähm Ja Und Sich richtig schön geärgert Ja Dynamo Dresden Verteidigt Queerfeindliches Fanbanner Zunächst zeigen sich Leverkuser Fans Queerfeindlich Dann folgen die Dresdner Also nur weil sie sagen Es gibt zwei Geschlechter Ja Doch anders als Bayer 04 Leverkusen Verteidigt der sächsische Verein Den Hass in seinen Reihen Und ähm Wir lesen dort Tatsächlich Zitieren sie dort News Die haben sie auch gefressen Ja Laut einem Dienstagvormittag Auf News veröffentlichten Artikel Hat der achte Äh der achtfache DDR-Meister Kein Problem Mit der Queerfeindlichkeit Seiner Fans Das gezeigte Banner Habe keinerlei Beabsichtigten Diskriminierungscharakter Erklärte demnach Ein Dynamo-Sprecher Auf einer Anfrage Weiter behauptete er Ohne jegliche Ironie Also das ist halt Der Text von Queer.de Ja die ärgern sich darüber Dynamo Dresden steht für Offenheit und Toleranz Jedem Menschen gegenüber Egal welchen Geschlechts Von denen es dann Zwei gibt Äh Zum Thema gibt es auch Rund 48 Stunden Nach dem Vorfall Kein offizielles Dynamo-Statement Auf der Vereinswebsite Oder sozialen Medien Bei News schon Also das hat auf jeden Fall Queer.de Äh richtig geärgert Ich hätte halt diesen Zweiten Zusatz halt Weggelassen Sag einfach Nein Also die Realität Anzusprechen Wenn man sich davon Diskriminiert fühlt Dann tut es uns halt Leid Ist halt so Ja Ähm Aber ich hätte Nicht diesen Kacksatz Danach noch Abgesondert Ja Ja es bringt ja auch Nichts mehr mit Irgendwem Irgendeine von Basierte Diskussion Anzufangen Also wie gesagt Also du befindest dich Irgendwie im Krieg Mit den Bolschewisten Und willst ihnen erklären Dass ihr Wirtschaftssystem Nicht funktioniert Das wird nicht viel bringen Die werden trotzdem Auf dich schießen Auch wenn du recht hast Ja wenn überhaupt Also wenn überhaupt Kannst du nur mit Normies In diese Richtung gehen Also dieser Content Darf auch nicht verloren gehen Also wir üben uns jetzt Sehr viel in Manöverkritik Und so Man darf dann nicht Den Anschluss an das Potenzial verlieren Was man noch Akquirieren kann Die Leute die man noch Redpillen kann Ja Und für die ist der Content Schon wichtig Ja also einfach Die linken Standpunkte Aufzeigen Und ihnen sagen Warum sie falsch sind Ja gut Ich kann mich natürlich Immer schwieriger In Normie reinversetzen Ich mach das hier Seit 2016 irgendwie Und also Wenn du so lange dabei bist Dann denkst du dir Es gibt heute Leute Die noch nicht mal Auf dem Stand waren Wo du 2016 warst Und dann frag ich mich Wie haben die ihre ganze Zeit So gebracht Was haben die so gemacht Also Es ist schwer intuitiv Nachvollziehbar Ich kann das ja nachvollziehen Aus deiner Warte heraus Ein anderes Also einfach um mal Die Schieflage Vielleicht hier an der Stelle Klar zu machen Hier sind wir bei Augsburg Und Ich weiß Ich weiß nicht von wann es ist Es ist Relativ aktuell Die dort einen Banner Vorne hingestellt haben Was da titelt Bullenschweine Raus aus dem Was ist Aus dem Stadion Ja Aus den Stadien Äh Komisches I an der Stelle Dort hinten Äh Das hatte keinerlei Konsequenzen Soweit ich weiß Gut Also erstmal Ein Shad Kandidat Auf jeden Fall Dynamo Dresden Äh Ich fände das halt funny Also Stell dir mal vor Der nächste Verein Irgendwie Hansa Rostock Oder so Also dem würde ich das Auch noch zutrauen Die solidarisieren sich Dann auch mit Leverkusen Beziehungsweise mit Ähm Mit Dynamo Dresden Äh Wenn das eine Welle wird Das wäre schon funny Also sie würden Auf jeden Fall schäumen Ja Zum anderen Ähm Ich Gehe einen weiter Ja Ähm Auch schon in der HW gesehen Aber hier muss er Auf jeden Fall noch Als ein Gurkenkandidat Vorkommen Tachio Müller Auf der Demonstration Gegen Rechts Auf dem Platz Vor dem Bundestag Ähm Ja Dieses Statement von ihm Hat es dann leider nicht Äh In die Tagesschau geschafft Aber auf jeden Fall Auf Twitter ist es gut rumgegangen Er hat auch Äh Ziemlich viel Gegenwind bekommen Über den er sich auch Echauffieren wird Und zu Spenden Aufrufen wird Aufgrund des Shitstorms Hier erstmal seine Initiale Äh Initiale Aussage Äh Die er relativ schnell Wieder gelöscht hat Aber ihr kennt Twitter Den die Nase Blutig schlagen Und sagen Ihr seid Drecks Faschisten Wenn ihr es nochmal macht Dann treten wir euch Die Birne ein Weil der Faschismus Hört nicht auf Faschismus zu sein Wenn man ihn nicht fragt Der Faschismus hört nur auf Wenn man ihn zurück In die Löcher tritt Wo er rauskommt Den Fuß drauf macht Das zuschüttet Und ihn nie wieder rauslässt So Faschisten aufs Maul hauen Ist Ganz wichtig Wir haben For Future kämpft For Future Das ist was ich das meinte Ich fühle mich nicht bedroht Weil ich es ihm nicht abkaufe Ich kaufe es ihm auch nicht ab Nein Weil ich nicht Also Das ist halt Hatebaiting Und all das Was wir schon kennen Und dann wie gesagt Er fischt halt Für Hasskommentare Die er dann wieder ausschlachten kann Und so weiter und so fort Das Ding ist halt Ich würde ja sagen Okay Okay Passiert Dann lass uns jetzt das ganze Gequatsche sein Und wir haben jetzt Hier wirklich unseren Bürgerkrieg Dann gucken wir mal Dann gucken wir mal Wie weit wir kommen Und Wie du Am Ende dabei herumkommst Wenn es wirklich Zu physischen Konflikten kommt Aber so weit kommt es ja nicht Das ist halt das Problem Wir sind ja immer In diesem In dieser Phase In dem von allen Eigentlich allen von vornherein Klar ist Dass es sowieso nie zum Konflikt kommt Ja die Leute können gerne Drohungen aussprechen Und tun das auch gerne Weil Sie Nicht befürchten müssen Dass das Konsequenzen passiert Ich hab so ein bisschen Das Gefühl auch Du hast das bestimmt Von Coach Redpill mitbekommen Ne Der Gonzalo Lira Genau Lira Den sie halt Straight up Im Gulag Haben sterben lassen Ja genau Ich hab so ein bisschen Das Gefühl Dass Gonzalo Lira Unter derselben Krankheit Erlegen war Hätte er In der Glaskugel geguckt Und wirklich von Anfang an Gewusst Wenn ich das jetzt sage Du landest am Ende Mit Tuberkulose Im Gulag Und bist tot Hätte das vielleicht nicht gesagt Aber ich glaube Auch er Hatte ja Als Coach Redpill Als er noch seine Klassischen Videos gemacht hat Er konnte ja provozieren Wie er wollte Letztlich ist das immer nur Im Internet geblieben Und er hatte nichts zu befürchten Ja Und auf einmal geht er in Land Und sagt Bei dir steht die Armee Vor der Tür Das ist schon nochmal was anderes Man muss sich natürlich Zugute halten Er hat auch nie Dann zurückgezogen Er hat das dann immer weiter gemacht Bis es für ihn total eskaliert ist Also Man kann ihn da jetzt nicht Als Als feige darstellen Und so Das will ich nicht damit sagen Aber Ja Dieses Element fehlt im Westen Halt vollkommen Dass die Dinge mal wirklich Konsequenzen für dich haben Und deswegen werden wir auch weiter Halt die Tatsio Müllers haben Die irgendwas reden Von Aufs Maul hauen Und sonst irgendwas Uns da nie tun müssen Ich verstehe Ich verstehe nicht Warum man Da Tatsio nicht das Angebot macht Okay Tatsio Dann Also wenn du wirklich Einen Faschisten Aufs Maul hauen möchtest Ich glaube der Schattenmacher Der würde sich bestimmt anbieten Als Feindbild Oder Irrfand Zum Beispiel Tatsio Nächste Woche In den MMA Ring Und dann schauen wir mal Ein paar Runden Ja Locker Und dann ein bisschen ernst Und dann einfach mal schauen Wer würde diesen Kampf gewinnen Das macht er aber nicht Er Hat dann tatsächlich Ziemlich viel Gegenwind Zurecht bekommen Ja Vor allem auch Wie du schon gesagt hast Weil es halt offensichtlich ist Dass er das nur sagt Weil er Na halt Ja Wie soll ich sagen Es ist halt Tugendheuchlertum Hochgedreht Auf 9000% Im Endeffekt Weil er halt ganz genau weiß Dass nichts passiert Und Er hat dann Einen schönen Shitstorm bekommen Und hat sich jetzt Tatsächlich mit einem Emotionalen Appell An seine Twitter Twitter Follower Oder an seine X Follower Gerichtet Und ruft an dieser Stelle Tatsächlich dann Zu Spenden auf Wechseln Dieses Video mache ich Um euch ganz konkret Um Hilfe zu bitten Ihr habt vielleicht Mitbekommen Dass zur Zeit mal wieder Ein lustiger Paschistischer Shitstorm Gegen mich läuft Es gibt auch noch Ganz andere Shitstorms Wie dieser Pöttinger In München ist da gerade Auch ziemlich unter Druck Jean Peters Von Korrektiv Viele von uns Tino Pfaff Viele von uns Die aktiv Gegen den Ja John Peters Über den man jetzt Herausgefunden hat Dass er für sich selbst Wirbt Unter der Anwerbung Er wäre gut Im Geschichten Erfinden Ja also der Herr Von Korrektiv War das Ja Von denen Ziemlich ins Visier Genommen Warum Weil die gerade Angst haben Weil die gerade Wissen Dass der gesellschaftliche Wind Ausnahmsweise mal Gegen sie Das finde ich auch Ist eine schöne Verkehrung Also Nein 80% der Gesellschaft Waren halt eben Nicht auf der Straße Die haben halt Einfach geschaut Wie viele NPCs Kriegst du Mit irgendeiner Wie soll ich sagen Mit einer hochstilisierten Medien Skandal Story Mit Verleugnung Wie viele Leute Kriegst du da einfach Gutgläubig Auf die Straße gebracht Ja also da hat keiner Keiner hat Angst davor Keiner hat Angst Vor diesen Demonstrationen Gerade Da ändert sich auch Nicht viel an den Umfragewerten Da wird dann Groß gefeiert Dass die AfD Dann in einer Umfrage In einer Umfrage Auf 19% gesunken ist Innerhalb von 3% Ist Teil der Fehlertoleranz Von solchen Umfragen Also das sagt Erstmal gar nichts aus Da hat man sich Schon für gefeiert Aber wirklich Angst hat da niemand vor Ja man hat Vor allem deshalb Keine Angst Weil Also man sagt das ja Auch unseren Leuten Immer Demonstrationen Keine Folgewirkung haben Demonstrationen sind Ein sehr 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 Schwaches Mittel Den Leuten wird das Immer verkauft Als das demokratischste Mittel überhaupt Und das wird ihnen verkauft Weil es eben keine Also weil es wirklich Keine Wirkung hat Die Politiker können das Einfach aussitzen Alle anderen können das Aussitzen Es entsteht ja niemandem Ein direkter Nachteil Durch die Demonstration Und wie gesagt Vor allem Eine Demonstration Bringt ja Nur dann am ehesten Was wenn sie mit einem Konkreten Gesetzesvorschlag Verbunden ist Also zum Beispiel Die Bauern Die demonstrieren jetzt Gegen den Agrardiesel Also oder Beziehungsweise Für die Subventionen Oder für die Einsparung Was auch immer Aber es ist ein konkretes Politisches Projekt So und wenn sie genug Druck machen Haben sie vielleicht Eine Hoffnung Dass sie diesen Einen Punkt durchbekommen Das wäre noch realistisch Aber diese Rechts Oder Demos gegen Rechts Die stehen ja mit keinem Realistischen Projekt In Verbindung Also es wird ja für keine Konkrete Gesetzesvorlage Gepusht jetzt oder sowas Ja AfD-Verbot vielleicht Ja Okay aber das Ich meine das wäre Schon ein dicker Brecher Das Da geht es auch einfach Um den Overton Fensterschubs In der Öffentlichkeit Ja Also es wird auch Ein großes Thema sein Bei Hard-Aber-Fergleich Ja aber auch dann Wie gesagt AfD-Verbot ist ja nicht Das Ende der Sache Ich meine was kommt danach Die politische Desintegration Geht ja weiter Dass die Leute sich Immer und immer und Immer weniger Dem System zugehörig fühlen Das ist ja sogar Über die Den Rahmen Der Leute Die heute sich schon Zur AfD Bekennen Ein Phänomen Und dieses Phänomen Wird nicht dadurch Gebremst werden Wenn wir das langsam anfangen Oppositionsparteien zu verbieten Also Ja Ich glaube es wird sowieso Nicht passieren Ich stelle es mir auch Sehr schwer vor Also nicht zur Zeit Ja Also es ist so Dass ich mich nur Aus zwei Gründen Arme ich wende Der eine ist Dass so ein Online-Shitstorm Kann mich nicht wirklich Verumlichern Wenn die nicht irgendwie Aids Dann weiß ich Dass das deren eigene Fantasien sind Und wen ich mit mir Zu tun kann Heute Morgen Habe ich aber ein paar Sachen gesehen Die mich ein bisschen Irritiert haben Einer der Trolle Wies auf ein Geschäft hin Dass ich sag mal In der Nähe Da ist Wo ich wohne Und er sagte Wir sehen uns dann da Dann bekam ich Drei, vier Messages Auf meinem Privaten Telefon In denen mir Verschiedene Formen Von sexualisierter Gewalt Angedrückt Jetzt haben mein Ehemann Und ich gedacht Vielleicht könnten wir Mal in eine Sicherheitstür investieren So eine Stahlverstärkte Tür Wo sich Nazis Die einfach durchblüben können Sowas ist nicht billig Ihr wisst auch Dass ich mein Leben Als Vollzeitaktivist Vor allem über meinen Newsletter und über Vorträge organisiere Mein Blog friedlichesabotage.net Den könnt ihr Kostlos abonnieren Aber auch als Unterstützer Und was Irgendwie was Anrichtiges Also ich verdiene ja auch Mit YouTube Geld Und so weiter Aber Ich hatte natürlich Komm hier Die sind gemeint Jetzt gib mir Erstmal Geld Dann ist es besser Ja Also Also ich Keine Ahnung Es würde halt Vor unserer Community Auch irgendwie Also klar Es wäre authentisch Wenn jemand von uns Wirklich angegriffen Worden wäre Also Ich finde es auch Sinnvoll Zum Beispiel Damals Als es um Nitivit ging Für den halt In der Honigfarbe Zu sammeln Ja Aus Solidarität Das war dieser Asiatische Typ Der Zusammengelatzt worden ist Ich weiß aber Nicht mehr Was genau Hinter der Story Stand Aber ich bin mir Sicher Dass es damals Eine HW gab Bei der auch Extra dann Für ihn In dieser Folge Dann gesammelt worden ist Ihr erinnert euch Vielleicht noch mehr An die Story Als ich Das fand ich Sinnvoll Und wie viele Von uns halt schon Irgendwelche Drohungen bekommen Haben Irgendwelche Nachrichten Von ich finde dich Und was auch immer Alter Wenn du halt Also gerade er Gerade er Der halt Fordert den politischen Gegner Einen auf die Omme zu geben Und zwar Buchstäblich Und er meint Mit Faschisten Meint er halt Jeden der rechts Von der SPD steht Ähm So Also wenn man Ihnen jetzt Wirklich eine Wahrheitspille geben Würde Dann würde er Glaube ich Sagen Äh Ja Also CDU Ist schon kritisch Aber spätestens Bei AfD Reden wir Straight up Über Faschisten Und die Haben aufs Maul Verdient Das wäre das Was er dir Dann sagen würde Ähm Wenn du solche Sachen absonderst Dann ist es Stochastisch Wahrscheinlich Dass solche Leute dir auch Sowas zurückgeben Und jetzt Dann halt Zu sagen Leute Ähm Bitte spendet Äh Ich will mir Eine neue Tür Einbauen Ähm Ich Ich weiß es Nicht Alter Also Dann darfst du Nicht so In den Wald Hinausrufen Wenn du nicht Auch damit Rechnest Dass dann Sowas Zurückkommt Du hast Da halt Den politischen Gegner Angedroht Ihm Aufs Maul Zu geben Ähm Aber gut Ähm Machen wir weiter Das Video Die Trolle Wahnsinnig machen Weil die Hassen es Wenn Leute Wie Katja Diele Oder ich Sagen Hey Ihr mögt Unsere Arbeit Könntet ihr Uns unterstützen Frage ich euch Genau um das Könntet ihr mich Mit Einem Abo Bei meinem Newsletter Oder beim Blog Oder vielleicht In der persönlichen Überweisung Unterstützen Denn gerade im Moment Muss ich meine Sicherheitsarchitektur Erhöhlen Ich glaube die Nazis Haben mich auf dem Also ich empfehle Tatsächlich einfach Besseren Content zu machen Dann kommt die Unterstützung Ganz von selbst Also Qualität Setzt sich immer Vorbetteln durch Das ist meine Erfahrung Und wirkt auch Um einiges sympathischer Auf die Leute Die dir zuschauen Ein weiterer Sorry Hat auch Hat auch immer So Ihr unterstützt den Widerstand Wenn ihr mir Geld gebt Das ist Also das ist ja Tatsächlich nicht ganz So falsch Wenn das dann Tatsächlich auch So passiert Und die Leute Sich auch Regelmäßig dafür Einsetzen Und so weiter Aber Ja Ich weiß nicht Man muss natürlich Vorsichtig bleiben Man darf sich so Übertreiben Man darf nicht so Auf den Putz hauen Und sagen Dass man bedroht Ist und alles Also Unterstützt mich Klar Ich mache regelmäßig Content Das hat sicherlich Sicher einen Effekt Aber immer dieses Diese arge Dramatisierung Darin Ja Es hat was Anrichtiges Es erinnert mich Halt Wieder an Frau Schäbli Es erinnert an All die Leute Die da in dieser Stern TV Hass Doku Drin waren Die dann Die bösen Kommentare Gegen sie vorlesen Während das halt Leute sind Die halt Die ganze Zeit Halt Wirklich Krudes Zeug Absondern Und halt Vor einer Reichweite Wo es halt Einfach Wahrscheinlich ist So etwas Kommt Auf dich zu Da musst du drüber stehen Da musst du halt Eine Hornhaut Auf der Seele Entwickeln Oder halt Die Kommentare Nicht lesen Ich kann meine Kommentare Gar nicht lesen Aber wenn ich die mal Filter nach Unangemessene Inhalte Dann kriege ich auch Sachen zu lesen Wo ich dann auch So ein Heulvideo Warum sollte ich Ich mache halt Das nächste Video Na gut Ja So viel zu Tachio Der öffentlich-rechtliche Auftrag Besteht darin Auch gerade beim MDR Besonders gesellschaftlich Relevante Themen Ja in den Vordergrund Zu heben Während wir Viele Unternehmer Und Bauernproteste Haben Ja brennender Mist In Brüssel Abgeladen wird Von den Bauern Hält man es im MDR Für notwendig Über diese Demonstration Von 25 Teilnehmern Zu berichten Film ab Vor dem Landtag In Erfurt Haben am Mittwoch Etwa zwei Dutzend Menschen Für das Gendern Demonstriert Die Menschen Wandten sich Gegen einen Antrag Der CDU Fraktion Der das Gendern In Behörden Schulen und Gerichten Untersagen soll In seiner Rede Sagte Matthias Goethe Von der LSBTIQ Koordinierungsstelle Des Landes Dass das Gender Ja da habe ich Schon abgebrochen Was er sagt Ist jetzt hier Nicht mehr so wichtig Mutig Schön dass man Das öffentlich-rechtliche Tatsächlich für 25 Leute Dazu bewegen kann Einen Bericht Über dich zu machen Die für das Gendern Demonstrieren Für Das Gendern Mutig Ja Du siehst ja Wie die Leute aussehen Ich weiß nicht Die Physiognomie Ja Vor allem ist das ja Die gelebte Harmlosigkeit Also diese Leute Die sind Ja Die Funktionsjacken Fraktion Das wirklich Wirklich Verweichlichte Bürgertum Also Junge Es ist so Also du hast da so In der Mitte Hast du den einen Punk Dann hast du hier Direkt am Anfang Hast du den Den stolzen Zoijack Mit der Rainbow Flag Ja und das Diese Kack-Kontraste Die sind das Was mich fertig macht Also wenn ich heute Auf Twitter gehe Das durchschnittliche Twitter-Erlebnis Ist so Also ich kriege dann Irgendwie Irgendeine Porno-Scheiße Erstmal angezeigt Von irgendeinem Onlyfans-Model Oder sonst irgendwas Was Also ja Sorry Was dann wieder passiert So Als nächstes kriege ich Irgendeinen russischen Soldaten Der in Fetzen gerissen wird Dann kriege ich hier Die Gender-Fraktion Die so weich ist Wie 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 gefaltetes Papier Oder sowas Die ganzen Kontraste Die noch zu integrieren In irgendein geschlossenes Feldbild Das fällt mir mittlerweile schwer Also die Eindrücke Prasseln auf einen ein Und du denkst dir Junge Wo soll das alles enden Und wo kommt das alles her Ja ich Resümiere einfach Mit Leute Geht ins Fitnessstudio Das ist Meine Two Cents dazu Werdet stabil An der Stelle Ja sorry Ich bin sonst auch nicht so häufig Ich bin so häufig Auch nicht auf Twitter Ich hab's tatsächlich In den letzten Also Oh es macht dich krank Auf Dauer Es macht dich krank Mann Von dem Tag Also Mal ein bisschen In der Timeline geguckt Aber genau dieser Eindruck Entsteht bei mir halt Das ist halt Die Also der gesellschaftliche Niedergang Der stattfindet Aus hundert verschiedenen Winkeln Und wie gesagt In hundert verschiedenen Gegensätzen Also auch In tonalen Gegensätzen Die Die nicht leicht Zu überwinden sind Ich verstehe schon Wie du das meinst Ich empfehle Urlaub Von Twitter Ich mache den auch Regelmäßig Ja ich guck da sonst Sonst eigentlich nicht rein Aus diesem Grund Ist ein guter Newsletter Ja Ähm Ja Was auch damals getrendet war Äh War die Aiwanger Story Äh Ihr alle erinnert euch noch Äh Von der Süddeutschen Zeitung Hat man da versucht Ähm 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 Ist ins Leere gelaufen Sein Bruder hatte sich ja damals Dann dazu bekannt Dieses Flugblatt da Ähm Ähm Was auch immer Verfasst zu haben Am Ende kam heraus Leider Mit Namen Nur bei Apollo News Zu lesen Dass äh Tatsächlich Ähm Der Ex-Lehrer Von Aiwanger Das an die SZ Äh Durchgestochen hat Er war selbst SPD-Lokalpolitiker In dem Ort Wo die Schule war Franz Graf hieß der Mann damals Äh Das war gefloppt Von der SZ Sie haben ja auch damals Dann versucht Äh Weidel ein bisschen wegzuputschen Oder zumindest ihre Kredibilität Als ähm Somakon Laude Absolventin an der Uni Bayreuth Äh Zu untergraben Ähm Indem man Äh Diesen fetten SZ Plus Artikel rausgehauen hat Mit den Ja Plagiatsvorwürfen An denen am Ende halt So gut wie gar nichts dran war Ähm Ähm Diese Schmutzrecherche Im Endeffekt Also sie hatten da ja Sogenannte Unabhängige Plagiatsjäger Die aber auch nicht darüber reden wollten Von wem sie bezahlt worden sind Was natürlich besonders unabhängig ist Und die wollten auch anonym bleiben Und haben diese Geschichte damit produziert Und das war so wichtig Dass es tatsächlich dann in der Tagesschau Tatsächlich sogar eine Minute 30 Über dieses Ding gab Gegen die Bundesvorsitzende der AfD Weidel Weidel sind Plagiatsvorwürfe erhoben worden Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet Prüft die Universität Bayreuth Ob sie die Doktorarbeit von Weidel untersuchen lässt Mit dieser Entscheidung sei nicht vor Ende Januar zu rechnen Weidel wies die Vorwürfe zurück und sprach im kurzen Entschuldige Nein mach ruhig Mach ruhig Also klar Schön Ich glaube sie hatten Daran ist jetzt nicht viel hängen geblieben Aber Nein gar nichts Ist das mittlerweile auch scheißegal Also erstmal haben ja schon tausend Leute Ihre Doktorarbeit abgeschrieben Ohne dass irgendwas passiert ist Warum sollte ich mich noch kümmern Und zweitens ist der Doktortitel ja mittlerweile Das ist ein Titel Eine Anerkennungsurkunde Die von der Universität verliehen wird Und diese ganze Universität Hat ja schon einen anrichtigen Charakter bekommen Also deren Autorität man nicht mehr ohne weiteres anerkennen kann Weil auch das ganze System Die Sinnhaftigkeit hinter der Doktorarbeit steht Also gerade in den Geisteswissenschaften da Das ist ja Warum schreiben die die Leute überhaupt Das liest doch sowieso niemals irgendjemand Also die Leute die da das Plagiat überprüft haben Das kann ich dir garantieren Das sind die ersten Leute die aus Weidels Doktorarbeit Oder aus irgendeiner von deren Doktorarbeiten irgendwas gezogen haben Die haben sonst keinen Wert Die werden geschrieben Die landen im Regal und werden nie wieder von irgendjemand angeguckt Warum macht man sie überhaupt Der größte Wert der Doktorarbeit besteht darin Falls die Person irgendwann populär wird Sie damit zu beschmutzen Falls da ein paar Gärtsvorwürfe drin sein könnten Also was für einen Nährwert hat diese Arbeit Sonst als nachzuweisen Okay, diese Person kann wissenschaftlich arbeiten Und das auf, ich weiß nicht, Doktorarbeit Wahrscheinlich über 100 Seiten 200 Seiten Ja, also es gibt da ja Das zusammenzufassen Das ist ja stark von der Disziplin abhängig Aber Was ich damit sagen will Warum schreibt man die überhaupt noch Also früher Vor 100 Jahren oder sowas Der Anspruch war tatsächlich mal Das Wissen zu erweitern Oder tatsächlich an der Forschung beteiligt zu sein Aber mittlerweile ist das so ein Mühlenbetrieb geworden Und ich sag ja Niemand liest diese Dinge Also in der Das ist die absolute Ausnahme Natürlich Im Idealfall Wird im Rahmen einer Doktorarbeit Forschungen angestellt Die in irgendwelchen wissenschaftlichen Veröffentlichungen Veröffentlicht werden Ja Und dann Der wissenschaftlichen Welt Wenigstens einen kleinen Dienst erweisen Aber die Arbeit an sich Ich hab noch nie gesehen Also was Wissenschaftler für gewöhnlicher zitieren Sind andere Paper Am Ende von irgendeinem Paper Stehen immer ganz viele andere Paper Aber Dass jemand eine Doktorarbeit zitiert Das ist eine absolute Seltenheit Weil die eben keiner liest Ja Damals Hat dann direkt Stefan Homburg Für sie Partei ergriffen Er selbst einer der Professoren Uni Hannover an der Stelle Der Wohl von ihr Plagiert Worden sein soll Laut diesen unabhängigen Und anonymen Plagiatsjägern Er hat das damals unter anderem Sehr gut zerpflückt Also das was man da gesehen hat Zum Beispiel Dass Frau Weidel damals Das Theorem 2 Von ihm geklaut haben soll In Wahrheit schreibt Frau Weidel aber Dass ihre folgenden Ausführungen Auf Seinen Sachen Basieren Also der gesamte folgende Abschnitt Basiert Auf Herrn Homburg Und damit ist das gesonderte Zitat Da halt auch nicht mehr so notwendig Wie die Plagiatsprüfer Das eingestuft haben Und Ja Er hat da damals auch noch Sehr Also So detailliert wie es halt geht Das Ganze Zerpflückt Unter anderem zum Beispiel Dass Frau Weidel Den geläufigen Fachausdruck Kapitaldeckungsverfahren Benutzt haben Benutzt gehabt hat Dabei soll sie versäumt haben Mich zu zitieren Schreibt er dort Ich habe den Ausdruck gut 20 Jahre früher Aber auch nicht erfunden Sondern meinerseits als selbstverständlich verwendet Warum ausgerechnet ich Die Quelle sein soll Ist unerfindlich Also sie hat ja im Endeffekt Lehrbuchwissen halt ohne gesonderte Zitate Auch teilweise Einfach für gegeben angesehen Ähm Was vorkommen in Ordnung war So ein Mysterium Also Es zitiert hier auch In den Naturwissenschaften Keiner mehr Einstein Wenn er EMC Quadrat benutzt Oder es zitiert Keiner mehr Newton Wenn er das Gravitationsgesetz benutzt Aber es gibt natürlich Keine festgeschriebene Grenze Ab dem wir sagen Das eine muss jetzt noch zitiert werden Und das andere nicht Wann das andere Weil das Sobald das eine Als allgemeingültiges Wissen Vorausgesetzt werden kann Und das andere noch nicht Dafür gibt es keine feste Regel Das denken die Leute sich aus Das nehmen die irgendwann wahr Und dann machen sie es einfach Ja klar Und jetzt ist das rausgekommen Was wir alle prognostiziert haben Die Universität Bayreuth Hat in der Dissertation Der AfD-Vorsitzenden Keine Belege Für wissenschaftliches Fehlverhalten gefunden Also es ist mal wieder Einfach geplatzt Das Ding ist einfach geplatzt Ähm Initial Hat es In die Tagesschau geschafft Dass es diesen Vorwurf gibt An dem Tag Wo die Uni Bayreuth Das dann bekannt gegeben hat Dass da nichts dran ist Kein Beitrag In der Tagesschau Und Ja Das ist halt Ein Phänomen Was man sich merken muss Ja Bei denen ist eine Medienkampagne Erfolgreich In dem Moment Wo sie die nicht richtig stellen Also immer Ja ich Auch die Habeck Die haben sie dann irgendwo Beim NDR In irgendeiner kleinen In so einem kleinen Artikel Richtiggestellt Polizei will nichts von Gewalt wissen Gab keinen Störungsversuch Blablabla Das schafft es dann aber nicht In die Tagesschau Und ja Die Wirklichkeit ist dann So eingefärbt Ja Fertig Und der Normi hat es halt Abgespeichert als Ach ja vor zwei Monaten War ja auch wieder was Blödes Gegen die AfD Ja ich würde mittlerweile sogar so weit gehen Also noch Klar Sind die Sind die Also würden die das nicht darstellen Und das ist wieder Reine politische Propagandasache Aber ich würde mittlerweile sogar so weit gehen Zu sagen Dass diese ganzen akademischen Titel Der Wahrheitsfindung Eigentlich eher im Wege stehen Hätte gar keiner einen Titel Würden wir die gar nicht vergeben Dann müsste jeder Viel mehr argumentieren Um als Fachperson anerkannt zu werden Ja Dass es den Titel gibt Und dass die Universitäten Darüber so herrschen Führt dann dazu Dass Experten Ausgewiesen werden Die dann Vor allem in den Augen Der Öffentlichkeit Weniger für ihre Thesen Argumentieren müssen Weil man ja schon annimmt Dass sie richtig sind Weil sie dieses Dieses Gütesiegel Der Universität mittragen Es wäre wahrscheinlich Gar nicht so schlecht Wenn das gar nicht vorkäme Wenn gar keinen Titel hätte Dann könnte man sich Weniger auf das Experten tun Natürlich wird das nicht Das wird nicht passieren Weil sehr starke Interessen Dahinter stehen Die gerne diese Expertenlegitimation Behalten würden Aber Dass so gut ist Ob das Ob das der Wahrheitsfindung Am Ende hilft Das steht sehr zu bezweifeln Ja du bist ja auch Ein großer Freund Dieser Dekonstruktion Ich meine Du hast dich damals Auch noch über Journalisten Geäußert Und ich finde den Vorschlag Gar nicht schlecht Den Titel Journalist Den gibt es nicht mehr Alles Aktivisten Fertig So dann sucht euch Den Aktivisten aus Dem ihr mehr glaubt Ist auch in Ordnung Was ändert sich denn effektiv Ja der Neutralitätsframe Fällt weg Den kann eh keiner erfüllen Den will auch keiner erfüllen Den erfüllst du auch Unterbewusst nicht Selbst wenn du es möchtest Nennen die Journalisten Einfach Aktivisten Fertig Ja 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 Tatsächlich hat die Asset Also das hier Gerade was ich euch Eingeblendet habe Ist ja auch eine Headline Von der Asset gewesen Sie haben da tatsächlich Warte mal kurz Sich darüber Echauffiert Ich glaube Ich hab's hier im nächsten drin Ne hab ich nicht Ach ja Beim nächsten spielt es eine Rolle Genau Jetzt kommt nämlich Der große Redemption Arc Jetzt gibt es nämlich Plagiatsvorwürfe Gegen die Asset Vize-Chefredakteurin Und bei RND SPD Medium übrigens Von der SPD mitfinanziert Schreiben sie Rechtspopulistisches Portal Bezahlte Gutachten Also Da wissen wir wo es herkommt Sie schreiben dazu Tatsächlich kommt es von News Soweit ich weiß Genau Der Autor und Kommunikationsforscher Stefan Weber bestätigte Gegenüber dem Spiegel Dass ihm das Medium Das Ex-Bild-Chefredakteur Julian Reichelt Mit aufgebaut hatte Eine niedrige Vierstellige Summe bezahlt habe Um Fördelschmidts Dissertation und Diplomarbeit Zu durchleuchten Weber habe auf Anfrage betont Dass sein Gutachten Zahlreiche bedeutende Funde Geben habe Und inhaltlich unabhängig Von News entstanden sei Aber durch sie gefördert Sei es drum Aus der Tatsache Dass der Auftraggeber bekannt ist Folgt nicht Dass mein Gutachten Wahrer oder falscher wird Weber wird vom Spiegel So zitiert Zuvor hatte Weber Auf Anfrage lediglich mitgeteilt Ein Kunde habe die Prüfung Bei ihm beauftragt Das Ding Was aber daraus gefolgt ist Ist das folgende Dass Waren wir es denn hier Äh genau Bis zum Abschluss dieser Prüfung Wird sich Fördelschmidts Aus dem operativen Tagesgeschäft Der Set Zurückziehen Ja also die geht einfach Erstmal vorübergehend Ähm Das ist für mich immer Ein Schuldeingeständnis Zwischen den Zeilen Ja und ich finde es gut Dass News das bezahlt hat Und ich finde auch Vollkommen in Ordnung Dass also News hätte das Auch gerne einfach Transparent machen sollen Die hätten einfach Sagen sollen Alles klar Äh Die Set macht Ihre Plagiatsprüfer Oder die Die Auftraggeber Der Plagiatsprüfer Ähm Nicht publik Wir machen es Wir schauen jetzt einfach nach Wie sieht es denn Bei der Chefredakteurin aus Oder bei der Vize-Chefredakteurin Hat die vielleicht plagiert Hätten sie auch einfach Öffentlich machen können Ähm Das ist zumindest ein kleiner Metapolitischer Erfolg Ein kleiner Ja es trifft jetzt genau Die die es immer vorgeworfen haben Ja klar es trifft natürlich Es trifft Es trifft die Richtigen Und da bin ich auch nicht Äh Nicht böse drum Ich sage nur nach wie vor Also Vor allem für die Für die Geisteswissenschaftler Ich sehe gar nicht mehr Wie die Wie die Doktorarbeiten schreiben sollen Ohne zu plagiieren Also natürlich könnten die das In eigene Worte fassen Sie müssten nicht so dumm sein Bei dem was sie da tun Und nicht so faul Klar Aber So Das ist ja eh alles So eine dünne Suppe Die Geisteswissenschaften Die haben ja eh Probleme Das alles zu replizieren Oder das eindeutig darzustellen Und bei der unglaublichen Masse An Akademikern Die wir hervorgebracht haben Es werden ja pro Jahr Hunderttausende mit Master Und Doktortitel versorgt Oder sowas Was sollen die auch Neues hervorbringen Es gibt ja nicht so viel Neues So viel Fundamentales Das was da an wissenschaftlichem Wert Selbst unter den besten Voraussetzungen Am Ende herauskommt Das ist mit dem Mit dem Nanogramm Maß zu messen Also Ja vor allem Vor allem diese Literaturarbeiten Wo halt niemand aktiv forscht Und im Endeffekt Bücher gewälzt werden Und die Passagen Entweder korrekt zitiert werden Oder so umformuliert werden Dass sie nicht als Plagiat gelten Also ich weiß manchmal auch nicht Was die für einen Mehrwert liefern Diese Zusammenfassungsarbeiten Ähm Die es tausendfach gibt Und wahrscheinlich öfter gibt Als die wirklichen Forschungsarbeiten Ähm Jetzt muss ich gerade hier Nur unsere Gurkenkandidaten Gerade auf die Reihe kriegen Ach ja Äh SZ-Redakteurin Tachio Dynamo Dresden Und ähm Wobei Die sind Chats Die kommen später noch Und äh Die Demo fürs Gendern Ihr dürft gerne schon mal Abstimmen Zwei Minuten habt ihr Zeit Ähm YouTube und Kick Werden von der Demokratie Ausgeschlossen Ich habe da an der Stelle Einen kleinen Demokratiefeindlichen Faschismus gemacht Ich bitte um Entschuldigung Aber ihr bei Twitch Nehmt euer Recht Zur Abstimmung wahr Unser erster Chatkandidat Von heute war der Dynamo Dresden Das fand ich auch gut Dass sie da weitermachen Und ich fände es schön Wenn sich dieses Phänomen Mit diesem Spruchbanner Verbreitet Zum anderen Äh Ein anderer Chatkandidat An der Stelle Und der wird wahrscheinlich Auch gewinnen Das ist einmal Frau Weidel Die ähm Letzte Woche Schon eine stabile Rede Abgeliefert hat Und ähm Am Ende halt eben auch Diesen Frame Gesetzt hat Der ich weiß gar nicht Wahrscheinlich initial Von Kasper kam Ja Also geistesgestört Und bösartig Oder kurz gesagt Naja das kann von Schlomo Äh dann von Schlomo Und äh kurz gesagt Äh die hassen Also es gibt zwei Möglichkeiten Entweder gehst du Aufgrund von Dummheit so vor Oder Weil du die Leute halt hast Ähm Und Frau Weidel Hat das nochmal gut zusammengefasst Am Ende ihrer Rede Ähm ich würde sagen Wir geben uns die letzten zwei Minuten Weil sie da nochmal Äh diesen Punch rausgehauen hat Zum Abschluss Und äh die Rede hat Gepuncht Also die war echt stabil Sie lassen die Bürger Im Stich Wo der Staat Dringend gebraucht würde Wo bleibt die Entschädigung An die vielen Impfgeschädigten Ihrer Covid-Impfung Wo bleibt die eigentlich Wo bleibt überhaupt Die Aufarbeitung Dieses ganzen Desasters Also Wenn man jetzt noch Größer denkt Ist eigentlich All das Was gerade an Skandalisierung Passiert Ein riesiger Cover-up Für Corona Also ich glaube Das ist das wirklich Wirklich Empfindliche Thema Was nie auf den Tisch Kommen soll Die haben es lieber Wenn du darüber debattierst Äh Ihr wollt irgendwie Die Bauernproteste In der öffentlichen Wahrnehmung Unterdrücken durch die Demos Gegen rechts Und blablabla Alles gegen AfD Ich glaube das alles Im Endeffekt Lenkt halt auch einfach Von der Aufarbeitung ab Ist nicht mittlerweile Jedes Current Thing Noch die Ablenkung Vom letzten Current Thing Ja es ist so Eine unendliche Kette Also ja Es ist eine unendliche Kette Aber das ist halt Ein fettes Ding Das sind Zweieinhalb Jahre Oder so Die wir halt Alle verdrängt haben Also Im Sinne von Es findet hier thematisch In keinem Podcast Mehr wirklich statt Wir alle sind Zu einem gewissen Grad Traumatisiert davon Wenn man so möchte Ja wir alle haben Auch keinen Bock mehr Auf das Thema gehabt Weil es einen einfach Nur noch abgenervt hat Ähm Aber das sieht bei beiden Seiten So aus Also keiner redet mehr drüber Ja aber auch das Also es gibt so viele Themen Über die ich mal Die in der Aufarbeitung bräuchten Mal unsere ganze Energiepolitik Also Dieses Ganze Wir machen jetzt hier Die ganze Welt grün Und wir machen alles Auf erneuerbare Energien Es hat sehr 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 viel Geld gekostet Und wir sind immer noch Also was haben wir schon erreicht Ja und ich mache Ich mache einfach eine kurze Nachrichtensendung Und dann sagt dieser Mann Okay wie viel Sektor sehr misshandelt haben Ähm Ja Ich finde es eindruckend Wie sie nach all der Zeit Immer noch eine Rede halten kann Also mit dieser Begeisterung Ich wäre einfach An dem Punkt So Zynisch In Bezug auf die Leute Die da sitzen Ich glaube Ich könnte das nicht mehr so rüberbringen Also ich kann das Auf dem Also mit diesem Werf Mit diesem So als wäre es wirklich Es gelte Es ist noch irgendwie Uns zu überzeugen Ja Es ist halt fürs Fernsehen Ja Für die Leute Die es dann später schauen Das Bürgergeld für ausländische Staatsbürger Die nie in die Sozialkassen eingezahlt haben Sach statt Geldleistung ist die Devise Aber rationale Argumente Erreichen sie schon gar nicht mehr Sie können Deutschland nicht gut regieren Und sie wollen es nicht Sie richten es zugrunde Und ich sage Ihnen auch warum Weil sie ihr eigenes Land Weil sie Deutschland hassen Diese Regierung hasst Deutschland Akzeptieren Sie wenigstens die Möglichkeit Eines demokratischen Machtwechsels Und machen Sie den Weg frei für Neuwahlen Ich bedanke mich Es musste halt auch einfach mal gesagt werden Also ich finde den Frame gut Ja Also entweder verachtet man dich Oder sie sind inkompetent Und es ist wahrscheinlich eine Mischung aus beiden Die jetzt auch nicht 50-50 ist oder so Aber das einfach mal in den Diskurs reinzubringen Kann es vielleicht sein Dass die auch einfach anti-deutsch sind Ja einfach Einfach das mal zu sagen Damit die Leute das auch einfach mal checken Also ich finde das stabil Das einfach mal zu machen Weil in dieser Art und Weise Habe ich es noch nicht gehört Im Bundestag Ja man kann das ruhig machen Also ich würde ja jetzt Diese Rede nicht zum Vorwurf machen Natürlich Vielleicht bringt es ja auch irgendwas Das Ding ist halt Das alles erreicht mich nicht mehr Und diese ganzen politischen Reden Es erreicht mich nicht mehr Und ich bin auch Ich weiß du bist schon ascended Erstmal das Ich bin ja auch gegenüber der AfD skeptisch Ich will halt Ich bin schon dann dabei zu sehen Okay wenn die jetzt in der Regierung sind Wird das wieder so eine Meloni-Kiste Oder tun wir zur Abwechslung Mal wirklich das Was wir gesagt haben Was wir tun Und was ist dafür überhaupt notwendig Also Ja Oh möglich ist es Möglich ist es Also wenn es Dänemark schafft Mit der SPD Die haben mittlerweile nur noch 500.000 Ausreisepflichtige Nicht 500 Entschuldige 500 500 Die haben im Endeffekt nur noch Zwei, drei Asylheime Ja naja gut Also Auch in Dänemark Haben sie schon genug Naturalisierte scheinbar Denn auch da sind die Die sexuellen Belästigungsklagen In den letzten Jahren Deutlich nach oben geschnellt Also Womöglich hat Dänemark noch Mehr Probleme als das Aber schön Ja natürlich Dänemark hat wahrscheinlich Eine sinnvolle Reine Wanderungspolitik Als wir es zur Zeit haben Es ist nicht Dass man das nicht tun kann Ich frage mich nur Also Umfrage ist online Freunde Es ist nicht so Wie gesagt Bukele hat was getan Bukele hat die ganzen Mara Salvatruncher Typen Einfach sie geschnappt Und in Gefängnis gesperrt Und dann ist die Kriminalitätsrate Oder was weiß ich 95% gesunken Ich sag mal Wenn wir das hier machen Okay Okay Dann kann ich sagen Wir haben hier was geleistet Ja oder wenn hier Melej tatsächlich mal Irgendein Ministerium dicht macht Ja es gab mal ein Ministerium Das ist jetzt weg Und die sind alle gefeuert Okay Aber wenn es dann halt Die AfD kommt dran Und man spürt gar keine Materielle Veränderung Das wäre ganz übel Das wäre Das wäre furchtbar Wir können nur hoffen Ja wir können nur hoffen Ich sag ja nur Das ist das Was mich Was mich umtreibt Und auf was ich viel Mehr Gedanken Verschwende Als auf eine Rede Weil Für mich ist das ja nicht gemacht Mich verbrauchen Beide nicht mehr überzeugen Abstimmung geht nicht Schreibt hier jemand Boah Die sollte aber hier am Start sein Haben auch schon ein paar Leute abgestimmt Auch ich stimme an der Stelle ab Ich würde sagen Wir gehen einen Schritt weiter Wir kommen zu hart aber fair Alles klar Ich schiebe hier gerade mal Mein Bild zurecht Eine Sekunde Dann mache ich einmal das Fenster auf Das sollte hoffentlich auch funktionieren Warum was denn Ja Da ist es Zur Information Die erste halbe Stunde Wird der AfDler nicht dort sein Wir hoffen mal Dass da ein bisschen Matt dran ist Sonst gebe ich Wenn wir merken Dass da nicht viel passiert Einfach weiter Zu der halben Stunde Marke Weil da das richtige Matt anfängt Einmal kurzer Soundcheck Für dich Schatti Hörst du hier jetzt Ton Nee Okay Habt ihr gerade live Ton gehört Nein ne Habt ihr auch nicht Alles klar Gut 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 Das kriegen wir hin Dann route ich das mal so Okay Schatti Und Livestream Könnt ihr jetzt was hören Wir sind die Brandmauer Das sagen Ne Du hörst jetzt auch gar nichts Oder was Ne Okay warte Dann machen wir es für dich anders Dann kriegst du Direkt das Fenster einmal Als Stream rübergeballert Genau Also live haben es alle gehört Dann Bekommst du einfach das Hart aber fair Fenster So Jetzt hörst du was Tausende Menschen in ganz Deutschland Ja warte Du Du musst nochmal die Anrufer des Calls anzeigen Dann solltest du einen neuen Stream auch finden Ah da Hier Ja okay Wir sind die Brandmauer Ah jetzt hör ich Jetzt hör ich Perfekt Perfekt Alles klar Jetzt haben wir es aber wirklich hinbekommen Ich weiß auch nicht warum OBS möchte aus der Fensterquelle keinen Sound ziehen Warum auch immer Aber jetzt sind alle zufrieden hoffe ich In diesem Sinne Starten wir mal Es geht Also übrigens der Titel des Ganzen ist Was hilft gegen die Extremrechten Zuhören Demonstrieren Verbieten Und ja Wir beginnen mal Wir sind die Brandmauer Das sagen hunderttausende Menschen in ganz Deutschland Auch dieses Wochenende Sie protestieren wieder gegen Rechtsextremismus Und sie haben Angst Dass die AfD immer stärker wird Unser Thema heute Was hilft gegen die Extremrechten Zuhören Demonstrieren Verbieten Und das diskutiere ich Unter anderem mit diesen Gästen Also fängt halt auch schon Also das Thema ist schon Matt einfach Es ist einfach eine offene Strategiediskussion Der politisch Linken darüber Wie man den politischen Gegner klein machen kann Ja Das ist doch schön Für den öffentlich-rechtlichen Zuschauer Ja vor allem Wenn man die komischen Gäste Was hat Colin Fernandes Weiß ich nicht Bei irgendeiner Reality-TV-Scheiße Als Schauspielerin Was hat die Was hat die überhaupt zu sagen Die kennt sich doch mit nix aus Schauspielerin Celia Sasic Vizepräsidentin des DFB Der deutsche Fußballbund Oder Warum Warum Der deutsche Fußballbund Muss auch mit diskutieren Äh ja Tino Schumann kommt jetzt hier Ich glaube das ist der Herr von der CDU Oder Landwirt und Landrat Aus Nordwest-Mecklenburg Und später Ja ja ich glaube Der war im Uphal oder sowas Äh aktiv Da haben sie den Leuten So ein riesen Asylheim hingesetzt Er hat bestimmt was lustiges zu erzählen Ulf Burmeier Jurist und Podcaster Und Hildegard Müller Präsidentin des Verbands Der Automobilindustrie Wäre ich da auch mal eingeladen Als Podcaster Das wäre cool Die Vorsitzende Des Verbands Der Automobilindustrie Zugestellt Was hat denn das Zu tun Also wer kommt denn noch Ich meine Der Vorstand Der Milchproduzenten Oder sonst irgendwas Ist ja Ne der ist raus Ja okay Okay Aber Ein absolut seltsames Publikum Also bis auf den einen Politiker da Sehe ich halt nicht Was die da machen sollen Also warum gerade Diese Gäste genommen wurden Ich habe auch keine Ahnung Schatti Und die treffen Ich habe mich das Letztens mal gefragt Wenn du eine Einleitung Bekommen würdest Dann würdest du da hingehen Ich weiß es nämlich gar nicht Also Also ich würde auf Moment Jetzt bin ich jetzt wieder raus Ich würde auf jeden Fall Allen Filmeinladungen absagen Also wenn die so ein Funkformat bedrehen würden Das könnten sie sich schön In die Haare schmieren Weil das ist halt Die schneiden alles raus Die Also die machen da Wenn dann nur Wie Herr Beckham Die süßen Herr Beckham filmt Jedes Interview Und nimmt jedes Interview Was er gibt mit auf Ja sicher Kannst du so machen Kannst du so machen Aber sonst wird es halt wirklich Die süße Kühe Sehe ich nicht zu den Sinn Aber ich Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ob ich Ob es da zurzeit Sinn Macht hinzugehen Keine Ahnung Wäre für mich Eine schwierige Entscheidung Für AfDler auf jeden Fall Sofern sie eingeladen werden Also ich glaube tatsächlich Der Impact Der Impact Von einer Landsendung Bei der du halt F*** Der ist groß Ich glaube schon Also gerade bei der Zielgruppe Ja weil die Was ist die Zielgruppe Der Öffentlich-Rechtlichen Mit 50er Wahrscheinlich Also gerade bei so Formaten Wie Lanz oder so Ja wahrscheinlich eher Natürlich Das ganze ist ein altes Format Ja altes Programm Also da ist es gut Wenn da auch gut performt wird Also wir werden es heute sehen Ich Wir schauen jetzt erstmal Worauf das hier hinauslaufen soll Und sonst gebe ich zum AfDler Wie gesagt Politik Nämlich Auf Lamja Kador von den Grünen Mario Vogt Von der CDU Aus Thüringen Und live Erik Holm Wirtschaftspolitischer Sprecher Der AfD-Fraktion Wir legen los Das ist hart aber fair Dass es das Format überhaupt noch gibt Mit Klammrot Also Die Quoten sind halt gut runtergegangen Vorm Ausgestanden Tja Jetzt hat er ein neues Studio Was wollen sie auch machen Das Ding ist halt Das ist ja wie bei einer Schule Wenn eine Schule hat ein Budget Und wenn sie ihr Budget nicht ausgeben Dann kriegen sie nächstes Jahr Vom Land weniger Geld zugestellt Das heißt Dass die Schule immer das Geld ausgeben wird Auch wenn es für den letzten Schwachsinn ist Und die Öffentlich-Rechtlichen Haben ein riesiges Budget Das sie wahrscheinlich auch rechtfertigen müssen Also sie können ja nicht die ganze Zeit Irgendwelche bekannten Marken Und Programme streichen Und weiter den Frame aufrechterhalten Dass sie immer mehr und mehr Und noch mehr Geld brauchen Ja Schönen guten Abend Auch hier in die Runde Und zu Hause Schön, dass Sie da sind Frau Im Fernandes Wenn Sie die Bilder von diesen Bla, bla, bla Gleich habe ich genug Gleich springen wir einfach Wisst ihr was? Ich skippe hier einmal kurz einen weiter Weil ich glaube, die sitzen da nur noch zu dritt Und wir kommen zum Matt Genau Hier kommt klassische journalistische Unart Ist natürlich wichtig Bevor überhaupt ein AfDler seinen Mund aufmacht Muss es hier nochmal Einen kleinen Einspieler geben Und genau dort sollten wir glaube ich auch einsteigen Weil danach kommt er Genau Ach, schau mal Da ist der Luis hier schön angelehnt Alles klar Eindeutig ist das nämlich gar nicht In drei Bundesländern wird die AfD vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft Die Landesverbände in Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen Forderungen nach einem AfD-Verbot werden laut Auch bei den jüngsten Demonstrationen am Wochenende Eine Petition mit rund 800.000 Unterschriften hat den Bundesrat dazu aufgefordert, die Prüfung eines Verbots zu beantragen Im neuesten ARD-Deutschland-Trend spricht sich eine knappe Mehrheit der Befragten Ja, äh, die Spaltung der Gesellschaft in einem Bild zusammengefasst Ja, 49% sind dafür die Opposition zu entfernen und 51% sind der Meinung, die darf es ruhig noch geben Ja, sobald es 49, 51 auf der anderen Seite ist, können wir es machen Dann ist okay Ja Gegen ein Parteiverbot aus Das wäre dann diese Demokratie, von der alle sprechen, Schatti Ja Gleichzeitig sehen 39% der Deutschen Rechtsextremismus und Rechtspopulismus als die größten Gefahren für die Demokratie Alter, es ist unglaublich, wie du die Leute da, was, was waren denn die anderen Kategorien? Warte mal kurz Ja Ist denn da Islamismus eine der Kategorien, bei der beim Bundesanwalt, wenn es um konkrete Anschlagspläne geht, die mit Abstand meisten Fälle auf dem Schreibtisch liegen 1.000 Unterschriften hat den Bundesrat dazu aufgefordert, die Prüfung eines Verbots zu beantragen Im neuesten ARD-Deutschland-Trend spricht sich eine knappe Mehrheit der Befragten gegen ein Parteiverbot aus Gleichzeitig Also, Rechtsextremismus, Rechtspopulismus, falsche Politik, Abgehobenheit von Politik, Migration, soziale Ungleichheit, Armut Also, Islamismus konkret ist hier, also, war der jetzt als Antwortmöglichkeit überhaupt gegeben, oder? Also, das ist ja auch, also, wie gesagt, also, zum Beispiel, rein historisch betrachtet ist zum Beispiel soziale Ungleichheit und Armut schon ein großes Problem für politische Systeme Also, wahrscheinlich ist das eines der, äh, der Hauptgefahren Ähm Ja, das, was die Leute falsch einschätzen, ich meine, was sagt das schon aus? Ich meine, was da gemessen wird, ist ja nicht eine realistische Einschätzung dessen, was wirklich ein politisches System in Gefahr bringt Sondern das, was die Medien, die Leuten sagen, was gefährlich ist Ja, ja, klar Die Leute kommen ja nicht von selbst darauf Würdest du das ARD und ZDF niemals über Rechtspopulismus berichten, wirst du dort nicht mehr, was gemeint ist Es ist eine Umfrage vom ARD-Deutschland-Trend Ja, also, da haben erstmal nur Leute abgestimmt, die halt beim ARD bei irgendwas abstimmen wollen Also, die überhaupt diese Seiten noch besuchen Ähm, ja Und selbst bei denen hast du noch 5% Migration Äh, die Wirklichkeit, die Lebensrealität der Menschen würde anders aussehen Würdest du einfach alle Leute in Deutschland fragen können In irgendeinem hypothetischen Szenario Äh, der Rechtsextremismus Ich glaube, er wäre Äh, noch hinter der sozialen Ungleichheit Ja, und mittlerweile zu Ja, das ist heftig, ne Du kannst Messerstraftaten jeden Tag haben Du kannst eine Verdreifachung der Sexualdelikte haben im Zuge der Zuwanderung Ähm, du kannst ein klares Lagebild dahingehend haben Wer an wem, also zwischen Deutsche und Zuwanderer Wer, ähm, wem öfter Leid antut in Form von, äh, Mord oder Sexualdelikten Äh, das alles kannst du auf der Hand liegen Du, du kannst Anschläge in Deutschland haben Und trotzdem sehen die Leute im ARD-Deutschland-Trend immer noch Den Rechtsextremismus oder Rechtspopulismus Also, wird hier synonym verwendet Seien wir ehrlich, die meinen alle dasselbe Die meinen AfD Ähm, den sehen sie trotzdem als größte Gefahr Also, da hat man gute Arbeit gemacht Ja Sie haben natürlich genau konkret gefragt Größte Gefahr für die Demokratie Die, also selbst, also eine hohe Vergewaltigungsquote Das fand ich schöner, warum das die Demokratie jetzt gefährden sollte Das wäre nochmal eine andere Frage Aber auch selbst unter diesen Voraussetzungen Ähm, also die Argumente, dass soziale Ungleichheit und Migration Beides größere Gefahren für die Demokratie ist Oder zumindest gleich groß ist Also, was ist überhaupt Rechtspopulismus? Was soll das überhaupt heißen? Rechtspopulismus heißt, also die ehrliche Übersetzung ist Einer spricht ehrlich die Sorgen der Deutschen und das Leid der Deutschen an Das ist Rechtspopulismus Ja, weil das heißt Gefahr für die Demokratie Wie die AfD jetzt drankommt und Weil die Demokratie nicht abschafft Ist die Demokratie ja nicht weg Wo ist dann die Gefahr? Ich verstehe es auch nicht Ja Also während du halt eine Regierung hast Die das Land effektiv vor die Wand fährt Also die schon Regierungsverantwortung hatten Ähm, hast du die Leute so gegaslightet Dass sie bei einer Partei, die noch nie regiert hat Diese Angst Äh, da und dazu vorhanden ist Ja Man müsste die Leute, die da abstimmen Erstmal fragen Was ist Demokratie denn überhaupt? Ja, also meint ihr damit Wir gehen zur Wahl Alles klar Ja Wird die AfD nicht abschaffen? Was habt ihr noch? Denke ich auch nicht Also das wäre erstmal Das wäre eine große Überraschung Aber Äh Genau Solange nicht geklärt ist Was mit Demokratie überhaupt gemeint ist Weil es ist ganz klar Dass unsere Politiker was ganz anderes mit Demokratie meinen Mit Demokratie meinen die ein Also die Kathedrale Das progressive Herrschaftssystem Diesen großen Verbund, der hier alles lenkt Äh Also der alles im Hintergrund Auf magische Weise im Gleichschritt Äh Marschieren lässt Ne Der dafür sorgt, dass Egal wie man fragt Den DFB Oder die Universität Berlin Oder das Parlament Oder das Kanzleramt Die geben alle die gleichen Antworten Auf alle Fragen Ja, wenn du alle diese Institutionen Ideologisch so unterwandert hast Dann brauchst du auch keine zentrale Steuerung Die funktionieren synaptisch organisiert Genauso wie man sich das wünscht Ja Genau Ist egal Das Kanzleramt ist eigentlich nur Das Kanzleramt ist unnötig Du kannst den DFB fragen Der gibt dir dieselben Antworten Auf alle Fragen Ja Ja, ja klar Wir sehen es ja hier Das ist der Beweis Diese Sendung, ja Mario Vogt Vorsitzender der CDU in Thüringen Will Ministerpräsident werden Tritt gegen Björn Höcke in Thüringen an In ein paar Monaten Lamja Kador von den Grünen Bundestagsabgeordnete Innenpolitische Sprecherin Und Leif Erik Holm Von der AfD Wirtschaftspolitischer Sprecher Guten Abend Guten Abend Ja, bevor es hier ein bisschen weiter geht Blende ich direkt diesen Counter hier ein Schatti, du siehst ihn nicht Das ist der Unterbrechungscounter Alles klar Frau Kador Herr Burmeier Hat ein Flammendes Plädoyer dafür gehalten Ein Verbotsantrag Der AfD Zumindest mal vorzubereiten Was halten Sie von dem Vorschlag? Ehrlich gesagt Viel Viel Ich würde erstmal Zumindest einschieben Dass wir Das Urteil abwarten Was vom Oberverwaltungsgericht Münster Ja noch wohl kommen soll Und ich glaube Dass das Auch mit Darüber entscheiden wird Wann und ob Wie dieser Antrag kommt Ja, also Da habt ihr eure Demokraten, ja Alles klar Münster ist die grünste Stadt In Deutschland Nirgendwo hat die grüne Partei Höhere Wahlerfolge Als in Münster Schönen Ort ausgesucht Haben sie sich dafür Gutes Gericht Praktischerweise Gutes Gericht, ja Gutes Gericht Ähm, ja Ja, ja Also soviel zur Demokratie Lamyakador vom Bündnis 90 Die Grünen ist für ein Verbot der Opposition Alles klar Sagen zu wollen Dass es ein breites Bündnis Aus dem Bundestag braucht Also es sollte nicht nur Von einer Partei ausgehen Weil es dann wieder heißt Diese Es braucht das Parteienkartell Eine Partei hat was gegen die AfD Sondern hier müssen sich Demokraten und Demokraten Zusammensetzen Haben Sie das Gefühl, da gibt es ein breites Bündnis Im Bundestag? Durchaus Es könnte aber noch breiter sein Und eindeutiger Tatsächlich Herr Vogt Ich hab's gesagt Wenn ich an ein breites Bündnis denke Dann stelle ich mir irgendwelche Kippen Bevor halt Die da rumsitzen Und breite sich Dude AfD verbieten Ja man Also Ich kann's nicht ernst nehmen Ich kann das sowieso nicht ernst nehmen Aber naja Du bist wahrscheinlich ein größerer Zyniker als ich Aber du bist ja auch schon länger Im Internet Game Ich mach mal weiter Landeschef in Thüringen Sie treten da jetzt bei einer Wahl an In Thüringen Das ist eine spezielle Situation Die AfD Dort wird vom Verfassungsschutz als Gesichert Rechtsextremistisch eingestuft Die Partei wird da von Björn Höcke angeführt Sie liegt vorn Wie stehen Sie zum Verbotsverfahren? Also ich bin ähnlich skeptisch Wie Frau Fernandes Ich glaube Es wird häufig Wie so eine Art Kaninchen Vor der Schlange gesessen Und damit muss Schluss sein Die inhaltliche Auseinandersetzung Mit der AfD Ist erfolgversprechend Der Dexit ist doch In gewisser Weise Nur die Spitze des Eisberges Was wir erleben Man hat's gerade Bei den Bauernprotesten gesehen Was Höcke und Holm wollen Ist etwas anderes Was sie im Programm Dann schreiben Oder tatsächlich offenlegen Sie wollen die Subventionen An diesem Punkt sind wir angekommen An diesem Punkt sind wir angekommen Also noch nicht mal im Programm Gibt es etwas Was genug argumentative Schlagkraft hat Um die AfD zu brandmarken Deswegen kann dieser Mann jetzt hell sehen Alles klar Das muss man inhaltlich tatsächlich diskutieren Herr Holm, Sie sind gleich dran Dieses inhaltliche Stellen, Herr Vogt Wenn Sie das sagen Da denke ich mir Elf Jahre Zeit hatten ja die Parteien dafür Die AfD inhaltlich zu stellen Aber irgendwie scheint es ja nicht geklappt zu haben Was macht Sie so sicher Dass es jetzt auf einmal klappt Herr Klamot Ich kann Ihnen sagen Ich erlebe das jetzt im Thüringer Landtag Und höre, was die sagen Den Schwachsinn Den muss man Den muss man wirklich in der Sache auseinandernehmen Aber Okay, Beispiel Da würde ich jetzt einhaken Von seiner Stelle aus Das Problem ist ja Dass die ganz großen Themen Die wirklich entscheidenden Themen unserer Zeit Niemals Selbst Ins AfD-Programm kommen Oder in unserem Parlament Besprochen werden Also zum Beispiel Die ganz große Frage Ist zum Beispiel Wie viele der menschlichen Eigenschaften Sind hereditär Wie viel kann man überhaupt ändern Weil die Blank-Slate-Annahme Der Linken Das geht in tausende Details Ihres Weltbildes ein Das hat Auswirkungen auf alles Aufs Bildungssystem Ja Wie viel schlauer kann man Kinder machen Durch Bildung Was ist einfach vorgegeben Das sind elementare Fragen Wie viel Migration ist möglich Wie viel machen wir hier noch Was bedeutet die ethische Zusammensetzung Eines Volkes Auf Tausend Dinge Also klar Da ist die AfD sogar Macht ein paar Argumente Das ganz andere Ist die technologische Frage Die völlig unbesprochen bleibt Ja Wie wird sich der Zustand Der Technologie In der Zukunft weiterentwickeln Werden wir weiter Wissenschaftliche Fortschritte machen Werden wir Keine mehr machen Wie steht das mit der Mit der globalen Ressourcensicherheit aus Ich sehe niemals Irgendeine Debatte Davon im Bundestag Es wird immer nur über Ja so sehr kleinteiligen Scheiß Diskutiert Oder dass wir Eine Debatte im Bundestag haben Wer sollten unsere Bündnispartner im 20. Jahrhundert sein Militärische Bündnispartner Sollten wir uns von den US-Amerikanern lösen Alle diese wichtigen Fragen Diese wirklich entscheidenden Fragen Werden nie diskutiert Also da passen alle nur drum herum So eine Debatte würde beginnen Mit der Nord Stream Frage Ja Damit würde sie beginnen Dann würdest du darüber reden Wer war es Die Russen waren es auf jeden Fall nicht Okay war es die Ukraine War es die Ukraine Im Auftrag der USA Oder war es die USA Okay sollten wir vielleicht mal Darüber nachdenken Ob das ein Bündnispartner ist Oder machen wir uns zum Vasall Der sich alles gefallen lässt Das wären auch sehr bedeutende Fragen Da stimme ich dir durchaus zu Oder auch die Die Grundrevision Ob es überhaupt ein Sozialsystem geben sollte Die Leute sagen Die setzen das immer voraus Die Leute leben damit Als müsste es eine Rente geben Als müsste es eine Arbeitslosenversicherung geben Die Geschichte der Zivilisation Die Zivilisation ist 5000 Jahre alt Und 4900 Jahre Davon hatten wir keine Rentenversicherung Keine Sozialversicherung Die Leute sind irgendwie geklar gekommen Jetzt haben wir das Gut klar Natürlich gibt es einige Vorteile davon Rentner kriegen jetzt eine Rente Das ist für die erstmal ganz nett Aber wie viele Folgeprobleme das gebracht hat Also es zeichnet sich ja ab Dass das Rentensystem Sobald es mit der Demografie Nur so ein bisschen auf Bergabkurs gibt Das einfach ein selbst Einschnürendes System ist Weil jetzt die ganzen jungen Generationen Überhaupt nicht mehr das Kapital aufbringen können Familien zu gründen Das heißt Diese Krise ist selbst verstärkend Aber auch dann Selbst die AfD Kann es sich nicht leisten Im Parlament darüber offen zu diskutieren Ob sie die Rente abschaffen wollen Weil sie dann von Der Boomer-Generation Der demografisch mächtigsten Generation In diesem Land Nicht mehr gewählt werden würden Aus Eigeninteresse heraus Und das macht natürlich Diesen ganzen demokratischen Diskurs letztlich Also es schränkt ihn auf sehr wenige Felder ein Ja es wäre eine sehr fundamentale Diskussion Ja die eigentlich geführt werden sollten Aber wenn sie im Parlament nicht geführt werden Wo denn überhaupt noch Das heißt ja im Internet Wir können die haben Wir haben die hier auf unseren Kanälen Hier findet die eigentliche Diskussion statt Hier gibt es kein Filter Über die Themen die man reden kann Und die Positionierung vertreten kann Aber dagegen ist der Parlamentsdebatte Ein Fliegenschiss Ein Vogelschiss sozusagen Äh genau Nochmal hier Manöverkritik Hier hätte ich eingehakt Direkt Keinen Zentimeter lassen Und sagen Okay welcher Schwachsinn Beispiel Haben sie keins Alles klar Es gilt auch gleichzeitig Was funktioniert ja nicht bei Ihnen in Zürich Die AfD ist weit vorne Das funktioniert Und deswegen glaube ich Es ist auch redlich mal Über die Ursachen zu sprechen Als wir als CDU Noch in der Bundesregierung waren War die AfD halb so stark Wir kennen das Wahlergebnis von der Bundesregierung Alter die AfD war doch schon 2000 Weiß ich nicht Spätestens 2015 war sie Nazi Sie war in Teilen doch auch schon 2013 für euch Nazi Habt ihr die jemals anders behandelt In der Debatte oder in den Medien? Nein Habt ihr nicht Und ihr kommt auch nicht mehr von zurück Ja Und das was die Ampel jetzt gerade in Berlin macht Ist ein Konjunkturprogramm für den Frust der Bürger Und das erleben wir tatsächlich Und ich kann dir sagen Ich treffe auch viele Menschen War jetzt gerade im Wahlkreis Im Wahlkampf im Saale-Oller-Kreis unterwegs Viele sagen mir Herr Vogt Das ist der Kreis wo ich Fußball gespielt habe? Wo sie Fußball gespielt haben Ich habe gehört Das soll auch ganz gut von Ihnen gewesen sein Ja Und das Entscheidende ist aber Was die Menschen mir dort vor Ort sagen ist Sympathisch Man kann sich unterhalten Wir wollen nicht rechtsextrem wählen Aber wir wollen Dass diese linksgrüne Politik Ein Ende findet Wo mehr Beformen Und Belastungen stattfinden Ich glaube das muss man ernst nehmen Wenn man Politik verändern will Wenn man die AfD runterkriegt Das heißt Herr Vogt Schiebt die Schuld ein bisschen Auf die Ampelregierung Nein ich sage nur was Ursachen sind Und ich finde wir dürfen nicht nur Dann hätten Sie doch punkten können Solange wenn Sie bessere Politik Als die AfD machen Mit dem er mich bekommt Ich will halt ein anderes Land Ihr könnt mich nicht kaufen Ihr könnt mir Selbst wenn hier mit der Wirtschaft Wieder bergauf gehen würde Selbst wenn wir das mit dem Migrationslos werden würden Dieses Land hat keine Seele mehr Dieses Land steht für nichts Das hat kein Ziel Das existiert Um den nächsten Tag zu erleben Das existiert Um das GDP goes up meme Aufrecht zu erhalten Ansonsten ist dieses Land Sinnlos geworden Seit 50 Jahren Seit 70 Jahren Alle Länder Haben diese Tendenz gehabt Alle Länder Haben diese Diese Entkernung Entseelung gehabt Äh Und erneut Das ist auch wieder so ein Thema Darüber kannst du Keine parlamentarische Debatte haben Ich fürchte mal Darüber kannst du Überhaupt keine Debatte haben Abgesehen von YouTube Von unseren Fringe Kanälen Hier auf YouTube Die den Rand der Gesellschaft Bespielen Kenne ich niemanden Der diese Versammten Debatten führt Ja Wo ist der Geist Der Spirit Wenn man so möchte Ja An sich lebt ja jeder Nur für den nächsten Tag Und für seine Rente Das schlägt ja nicht auf ihr Oder verbucht sich ja nicht Auf ihr Konto Wenn es so einfach ist Nein Was ich erlebe ist Dass viele Menschen Lamia Kador Schon gut in Unterbrechungslaune Die ist scharf Ähm Ich werde die Unterbrechung Aber nur zählen Wenn es um den AfDler geht Menschen in Deutschland Mittlerweile ein hohes Frustrationspotenzial haben Und ich nehme Ihnen jetzt Nochmal ein Beispiel Aus den letzten Wochen Da demonstrieren die Bauern Die stehen auf der Straße Die versuchen wirklich Das Problem Sachlich vorzutragen Und das was sie machen Ist am Tag Der größten Demonstrationen Ziehen sie einfach Eiskalt durch Sie machen diese Subventionskürzung Einfach Ziehen sie durch Und das ist unanständig Und das ist glaube ich Ja und es geht ja auch Nicht nur um das Also das darf man Nicht verkürzen Das Fass Also das Fass Ist übergelaufen damit Aber die Bauern Die fühlen sich schon Die ganze Zeit gegängelt Auch durch EU-Vorgaben Ja Durch immer mehr Bürokratisierung In der Landwirtschaft Durch das Verbot Von irgendeinem Dünger Dann dürfen sie Den Dünger Nicht mehr benutzen Dann sind die Erträge Wieder schlechter Dann dürfen sie Den und den Prozentualen Anteil Ihrer Fläche Irgendwie nicht mehr Bewirtschaften Um Biodiversität Zu fördern Oder irgendetwas Was auch niemand Irgendwo abgestimmt hat Was auch wieder Aus der EU kam Das mit den Subventionen Das war halt nur Der Tropfen Der das Fass Zum Überlaufen Gebracht hat Nur für den Kontext Ich war ja auch da So einfach durchgezogen Wurde da gar nichts Finanzminister Christian Lindner War da Hat sich aus Ja Ja Schön Klammrot Wieder neutral Nimmt hier Argumentiert hier Auch mit Für die Ampel Und pfeifen lassen Herr Holm Ich will Sie aber auch fragen Fürchten Sie Ist ja auch okay Seine Freundin Luisa Neubauer Ist ja auch mittlerweile Mitglied bei den Grünen Soweit ich weiß Ja Ist Ihnen ein Verbotsverfahren Oder würden Sie sich Sogar drüber freuen Nein Ich fürchte es nicht Die Partei Fürchtet ein solches Verfahren Nicht Es wird natürlich Nach hinten losgehen Das ist völlig klar Das kann nicht durchkommen Denn wir sind eine Durch und durch Staatstragende Partei Möchte ich sagen Wir wollen in Verantwortung Wir wollen die Regierung Übernehmen Das ist so Belügen Sie sich jetzt selber Oder eine Rechtsstaatspartei Junge Belügen Sie sich jetzt selber Oder belügen Sie mich Klammrot Alles klar Ich zähl's mal als eine Unterbrechen Also Lass den Mann doch Wenigstens ausführen So wird das mit dem Inhaltlich Stellen auch nichts Herr Klammrot Ja aber Mir gefällt Wie gesagt Also Der zählt jetzt hier Der Fest auf dem Boden Das Grundgesetz Ich weiß natürlich Dass er schlecht was anderes Sagen kann Weil die ja das Tatsächlich noch mit Gerichten rechnen müssen Aber das ist halt Auch das ist natürlich Schon ein Problem Weil unser Grundgesetz An sich schon das Problem ist Da sind Einschlüsse drin Die weg müssen Die Also das Grundgesetz An sich hat keine Allgültigkeit Die Zeiten ändern sich halt Und Gesetze müssen angepasst werden Alle Gesetze müssen angepasst werden Und das Grundgesetz Ist halt ein ganz Üblers Konglomerat In dem Sinne Dass da dieser Menschenwürdeparagraf drinsteht Den man schon nicht ändern kann Der aber ständig neu ausgelegt wird Ja Das führt zu unsäglichen Situationen Also Wir haben das ja neulich gesehen Die junge Alternative In Nordrhein-Westfalen glaube ich Wurde für Verfassungs Für einen Fall Für den Verfassungsschutz erklärt Weil sie Den Fortbestand des deutschen Volkes In seiner ethischen Kontinuität Sicherstellen wollen Das Ist heute gegen die Menschenwürde Es ist absolut klar Dass die Verfasser Das Grundgesetz Das nicht damit gemeint haben Und trotzdem wird das heute so interpretiert Und trotzdem kann man diesen Paragrafen nicht ändern Ja Das ist alles ein riesiger Es ist halt so ein Gummiparagraf Den du Ja Überall draufsetzen kannst Was du bekämpfen möchtest Alle Gesetze würden auch ohne diesen Paragrafen Genau so funktionieren Ja ja Alle Gesetze würden genauso Gelten oder funktionieren Ähm Der wird halt einfach Instrumentalisiert Ja und keiner Also Keiner kann ihn definieren Ja Das ist vielleicht der Grund Warum ich da gerne mal hingehen müsste Weil ich diese ganze Show nicht machen müsste Ich müsste mich ja nicht sagen Dass ich fest auf dem Boden des Grundgesetzes stehe Das Grundgesetz ist mir scheißegal Ich bin Privatbürger Ich bin in keiner Organisation Nix Ich Ich hab einen YouTube-Kanal Ende So Ich spreche für das, was ich denke Und deswegen müsste ich ja Von diesen ganzen Dingen Nicht erstmal eine Kotau machen Das müsste auch kein anderer Der nicht in der AfD ist Das wäre vielleicht der Vorteil Von jemandem Der aus dieser Position Dahin gehen könnte Das ist völlig klar Schauen Sie in unser Programm Und ich weiß auch nicht Warum nicht einmal Das Programm hervorgenommen wird Um mal zu schauen Machen wir gleich alles Wo wir dann stehen Ich freue mich drauf Machen wir gleich alles Seit 2016 haben wir dieses Grundsatzprogramm Sie sind weiter dran Ich finde ich aber gut Dass er sagt Dass er sich darauf freut Finde ich gut Also ein bisschen angriffslustig Bei dem Punkt kurz bleiben Ihnen ist ja schon bewusst Dass in drei Bundesländern Ihre Partei vom Verfassungsschutz Als gesichert Rechtsextremistisch eingestuft wird Und jetzt muss der Punch einfach kommen Jetzt muss der Sermon kommen Jetzt muss Jetzt muss Stefan Haldenwang kommen Der zitiert wird mit Nicht der Verfassungsschutz Allein ist dafür zuständig Die Umfragewerte der AfD zu senken Dann kann er auf den Landesverband Thüringen kommen Dann kann er über Stefan Kramer reden Den Chef vom Verfassungsschutz in Thüringen Der dann gleichzeitig im Stiftungsrat Der Amadeo-Antonio-Stiftung ist Der Antifa-Post-Liked Der 20% der deutschen Wähler Also der AfD-Wähler Als braunen Bodensatz bezeichnet Sowas muss jetzt einfach kommen Man kann auch mal darauf hinweisen Dass der Verfassungsschutz Einfach eine ständig wachsende Behörde ist Natürlich macht der Verfassungsschutz Ständig neue Feinde Das muss er ja auch Wie gesagt Der hat mit 300 Angestellten angefangen Und es hat er 10.000 Angestellte Also in 70 Jahren Und es ist Kein einziges Jahr Bei Wikipedia ist die Angestelltenliste aufgetragen Über jedes einzelne Jahr Es gibt kein einziges Jahr In dem die Angestelltenzahl Des Verfassungsschutzes Signifikant gesunken Es ist immer nur gestiegen Gestiegen, gestiegen Diese Behörde hat ein elementares Interesse daran Gefahren so groß wie möglich zu machen Um sich weiter auszunehmen So funktioniert halt Der Managerial State Die Bürokratie Die gesamte Staatsbürokratie Ist in den letzten 70 Jahren Unglaublich aufgebläht worden Und das liegt natürlich auch daran Dass Probleme niemals verschwinden dürfen Wenn irgendwas gelöst ist Dann ist das Ministerium hinfällig Das geht nicht Deswegen darf ja auch die Frau Nie gleichberechtigt sein Wenn die Frau gleichberechtigt wäre Wäre der Feminismus Und das Frauenministerium Überflüssig Deswegen darf das nie erreicht werden Ja, selbst wenn man sich Irgendwelche Bereiche ausdenkt So kleinteilig wie sie auch sind Hauptsache die Daseinsberechtigung Ist damit gerechtfertigt Und als hinlänglich zu betrachten Ist halt Naja, alles was sie sich ausdenken Das bedeutet dann nicht mehr Auf den Grundfesten Wir haben es leider mit einem Verfassungsschutz tun Der zum Regierungsschutz mutiert ist Das ist völlig klar Und zeigt sich immer wieder Das wird vor Gericht keinen Bestand haben Also diese Verächtlichmachung des Rechtsstaates Und seiner Institution Das ist hier hinsetzung Das allen Ernstes behaupten Alles klar Frau Kador Nummer zwei Ähm, ja jetzt muss er weiter dranbleiben Jetzt muss er weiter dranbleiben und sagen Entschuldigen Sie Frau Kador Sie sind jetzt nicht dran Bitte schweigen Sie kurz Ich werde Ihnen jetzt erklären Wie ich meine Position hier begründe Zum Beispiel Zum Beispiel, dass der VS in Sachsen oder Sachsen-Anhalt Einer von beiden Hat der VS vier Tage gebraucht Nachdem die AfD in den Umfragen Den ersten Platz belegt hat Dass denen eingefallen ist Oh, der Bericht ist auf einmal fertig Rechtsextrem Das ist ein Muster, die man einfach erkennt Bei dem anderen Landesverband Hat es nur zwölf Tage gedauert Das geht sehr schnell Und wenn das dann noch weisungsgebunden Durch Innenministerien läuft Die auch CDU sind Im Fall von, ich glaube, Sachsen Dann fällt das einfach auf Ja, also diese Delegitimierung Er muss es weiter durchpushen Wir schauen mal, wie er auf Kador eingeht Schauen Sie bitte unser Programm Ihr Programm sagt einiges Aber Sie sprechen ja darüber hinaus Wir wollen diese Demokratie verbessern Wir wollen sogar mehr Ich glaube aber nur Sie Ich wollte nur kurz zum Arten Entschuldigung zum Arten Ich wollte noch kurz anmerken Der Passagschutz hat heute 4.000 Nicht 10.000 Aber der Rest 4.000 ist schon eine Menge Ja, wie gesagt Angefangen hat er 1950 mit 83 Mitgliedern Und wie gesagt Jetzt gerade sind wir Beim Punkt Volksabstimmung Ach, die Leute schreiben schon Ach komm Leute Für euch gibt es noch eine Unterbrechung Oben drauf Ist ja in Ordnung Dann sind wir schon bei vier Also Deswegen fasst du das halt Inhaltlich nicht an Wenn du eine Partei hast Und wie gesagt Über das Thema Volksabstimmung Da gibt es viel Pro und Contra In der Hinsicht Aber eines kannst du denen Dann nicht vorwerfen Dass sie die Demokratie abbauen Ja Die Angst vor Volksabstimmung Wenn überhaupt besteht Ich glaube ihr habt es doch geschaut Oder Das beste Argument Was sie bei die da oben hatten In Bezug auf den Faschismus von Höcke Da ging es ja auch um Volksabstimmung Da war das beste Kontraargument Gegen Volksabstimmung Von denen Dass ja eventuell Nicht alle hingehen Ja Wie bei jeder Normalen Anderen Wahl Ich könnte ein ganz gutes Argument für Volksabstimmung Finden Das die bringen könnten Aber irgendwie scheinen Die mir historisch Nicht gebildet genug Da zu sein Ein gutes Argument Gegen Volksabstimmung Ist dass In historischer Zeit Sich die Cäsarenfiguren Wie Napoleon zum Beispiel Aber auch wie Cäsaren Und sowas Immer Direkt aufs Volk Bezogen haben Und direkt mit einer Wahl Des Volkes Also Napoleon Zum Beispiel Per Per Bleviszid Ihre eigene Stellung Gesichert haben Das heißt man könnte Argumentieren Wenn jetzt ein starker Mann Auftritt Und der Den parlamentarischen Arm Ausschalten will Wird er die Volksabstimmung Nutzen Um sich Legitimität Zu verschaffen Wenn ein Argument Dagegen finde Würde ich so argumentieren Aber irgendwie kommt das nie Ja eben Also ich glaube auch Dass die AfD Für Volksabstimmung Einsteht Weil Wenn es um Parteienwahl Gibt die Leute Einfach linker wählen Als sie eigentlich drauf sind Die wählen für das Gefühl Und wenn du die Leute Mit der Mit der konkreten Frage konfrontierst Soll das Containerdorf Jetzt neben deine Wohnsiedlung Gestellt werden Ja oder Nein Dann stimme auch Die Grünen Wähler mit Nein Und ich glaube Wenn man diese Gewissheit hat Dass der Der Großteil der Bevölkerung Basierter ist Als er sich traut Bei einer Wahl Von Parteien zuzugeben Dann ist es auch sinnvoll Dafür einzustehen Als AfD Da muss man sich Selbst sicher sein Ja ist klar Aber ich bin mir Ziemlich sicher Würdest du die Leute Einfach direkt fragen Grenzen zu Oder Grenzen auf Die Mehrheit wäre Für Grenzen zu Wenn du die Leute fragst Energiewende Ja oder Nein Soll auf oder zu sein Dann sagen die Leute Soll zu sein Also darauf schon Darauf kann man sich Schon festpinnen Ähm Na gut Er lächelt hier schon schön Schauen wir mal Gerne schon noch etwas Sagen dürfen Sie glauben nicht dran Weil ich habe vorhin Doch sehr mit dem Kopf Schütteln müssen Hinter den Kulissen Weil Herr Burmeier sagte Vielleicht liegt es daran Dass die AfD so stark Geworden sei Weil die anderen Die Position der AfD Übernehmen Wir würden uns ja freuen Wenn die anderen Unsere Position übernehmen Würden Denn wir wollen ja Eine bessere Politik Und das ist der eigentliche Grund warum die AfD Stärker und stärker wird Weil die etablierte Politik Sei es unter Merkel Oder jetzt noch schlimmer Unter Scholz Nicht in der Lage ist Endlich mal vernünftige Politik Zu machen Herr Burmeier Wäre von der CDU Hätt es Applaus gegeben Ja Ja Ich frage mich ja sowieso Wen laden die da Ins Publikum ein Das muss ja vorsichtig Jetzt sein Oder Die werden sich ja nicht Im sächsischen Telefonbuch Da umsehen Oder Es gibt Verschwörungstheorien Über Markus Lanz Der jetzt auch ohne Publikum Die Sendung macht Was ich auch nicht falsch finde Ich finde das cool Wenn kein Publikum dabei ist Ja weil das Das Klatschen Das ist für mich Immer geriggt Irgendwie Also das Das sagt mir Mein Bauchgefühl Ähm Bei Lanz Die Agentur Die Lanz Produziert Mit Vorsicht zu genießen Die Recherche Sie ist von Reitschuster Aber Man kann es nachvollziehen Auf der Seite Die eben Mit ihrer Firma Lanz Produziert Dass die auch Ein handausgelesenes Publikum Für dich zur Verfügung stellen Was du bestellen kannst Für solche Veranstaltungen Für solche Talkshows Ähm Traue ich den Leuten Das mittlerweile zu Ja zu einem gewissen Grad schon Oder ist da halt einfach Das jetzt Klatschenschild Also vielleicht auch das Keine Ahnung Aber ich bin eher Ein Freund davon Kein Publikum zu haben Frage Die wir vorhin schon Ein bisschen angerissen haben Ja Dann würde da vielleicht Repräsentation Von einigen Wählern wegfallen Wenn man ein AfD-Verbotsverfahren Anstreben würde Er hätte jetzt vorhin eigentlich Also das war mir ein bisschen Zu viel Plattitüde mit Ähm Ja weil der Bundeskanzler Schafft es nicht Eine vernünftige Politik Zum Blablabla Sag doch einfach Die fangen aus Angst an Unsere Position zu übernehmen Weil die ganz genau wissen Dass das was wir vorschlagen Das ist was man wahrscheinlich Tun sollte Und sie ihre Ideologieprojekte So sehr in Gefahr sehen Dass wenn sie da nicht Ein bisschen ablenken Oder einlenken Und ein bisschen Virtue signalen Ja das wollen wir ja auch So wie es eigentlich Die gesamte Identität Der CDU zu sein scheint Ähm Dass sie das deswegen machen Weil sie eben Angst Vor der AfD haben Ähm Und insgeheim wissen Ja Langsam laufen uns Die Schäfchen da weg Und wenn wir da nicht Zumindest ein bisschen Virtue signalen Verlieren wir halt So ungefähr nur Schmissiger formuliert Als ich jetzt Ja die halt Hätten wir das machen müssen Sehr an die diskursiven Regeln Ich denke mir dann immer Ein bisschen Vielleicht ein bisschen Also Ja Eier auf den Tisch Eier auf den Tisch Die Leute kopieren Unsere Position Ja ein bisschen Äh Wie sehr das Der hat in dem Interview Gesagt halt Also die Die beschissenen Linken Ja den darf man nichts geben Das sind alles Das sind alles so Ratten Wenn man denen einen kleinen Finger gibt Ne Dann wollen die die ganze Hand Man muss sie Man muss sie komplett ausrobten Man muss sie vernichten Äh Also er meinte das politisch Und so weiter Ist ein Libertärer Aber äh Also der hat da nicht Äh Der hat da nicht zurückgehalten Sagen wir mal so Und ganz so Muss der jetzt nicht auftreten Aber immer dieses Ach wir stehen auf dem Grundgesetz Und alles dies und jenes Und das Der muss mir Aggression Vielleicht generell drüber kommen Wie gesagt Den Frame ändern Im Sinne von ne Was konkret machen Was gegen die Interessen Der Deutschen geht Ja Äh Das ist die eine Frage Die andere Die jetzt vielleicht nochmal spannend wäre Zu diskutieren ist Glauben sie denn Die Wähler Bürgerinnen und Bürger Der Die AfD wählen Die würden sich Durch so ein mögliches Verbot Überzeugen lassen Also zunächst mal Also zunächst mal möchte ich Deutlich machen Dass das Argument Mit dem Mit dem Hinweis Auf das Parteiprogramm Alleine nicht so wahnsinnig Überzeugend ist Das Bundesverfassungsgericht Knüpft natürlich an Bei seiner Prüfung Am Parteiprogramm Schaut aber eben auch Darüber hinaus Wie die Partei Tatsächlich agiert Ja Klassisch Ja mit dem schönen alten Bibelzitat An ihren Taten Werdet ihr sie erkennen Es geht nicht nur darum Was man so Alibi mäßig Potenziell in seinen Punkt Ja aber dann gibt es ja Gar keinen Grund Sie haben ja noch Gar nichts getan Sie haben ja noch Nicht mal Regierungsverantwortung Ja außerdem Wie gesagt Dann hier Wir haben wieder Eine Diskussion Die niemals Einen Meter Raum Einnimmt Man kann nämlich Niemals zurück Gucken Und sich fragen Hat das Bundesverfassungsgericht Sollte das überhaupt Die Legitimität haben Die es hat Die Leute setzen das Einfach voraus Erklären diese Richter Damit praktisch zu göttern Und akzeptieren dann Das Urteile Natürlich wohlwissend Also Insgeheim In der Hoffnung Und wissend Dass das Bundesverfassungsgericht Eher auf ihrer Seite Als auf der Seite Der AfD ist Merkel hat doch Selbst ihren Mann Da reingesetzt Also auch Auch die Richter Auch die Richter Sind nicht neutral Oder so Ja die sind ja alle Von Parteien da reingesetzt Also ich meine Man hat ja gesehen Was für ein großer Freund Die von uns waren In der Zeit von Corona Wo halt offensichtlich Also klar Gab es in Teilen Bei Landesverwaltungsgerichten Wurden Maßnahmen Wieder gekippt Das ging auch teilweise schnell So 2G Sachen Oder so Aber im Großen Und Ganzen Hätte einfach Als AfD-Politiker In so einer beschissenen Situation Also man darf natürlich Nicht sagen Das Kackgericht ist illegitim Auf das höre ich Also da sollte man Überhaupt nicht drauf hören Weil dann Gibt man dem Gericht Halt ein Argument Verboten zu werden Oder man sagt halt Das Gericht Natürlich Das ist das hohe Gericht Das hohe Haus Da müssen wir uns ja dran halten Dann verbietet einen das Gericht Dann hat man kein Argument mehr Das ist halt Das ist halt eine Kack-Situation In die man sich Da rein manövriert hat Und es ist schwer In dieser Unmöglichkeit Zu handeln Also da ist es wirklich Sehr viel einfacher Wenn man nicht in der Partei ist Ja ich Also Im Hinblick auf die Gerichte Müsste er sagen Ich bitte Sie alle dafür Bringen Sie es gerne vor Bringen Sie es gerne vor Versuchen Sie es doch gerne Versuchen Sie es Die einzige Opposition Im Land zu verbieten Und Leben Sie dann mit den Unruhen In der Bevölkerung Machen Sie das doch gerne Sie riskieren hier Ein Viertel Der Wähler Also so viel zu Ihrem Großen Freiheitlichen Demokratischen Denken Sie riskieren hier gerade Ein Viertel Der Bevölkerung Also in dem knappen Viertel Das wird denke ich Schon noch wachsen Hier Ihre Demokratische Teilhabe Zu nehmen Was glauben Sie Was dann passiert Glauben Sie Das endet auf langen Zeitskalen Oder mittel- bis langfristig Gut Ich glaube nämlich nicht Und deswegen Sollen Sie sich das gut Überlegen Uns zu verbieten Es ist ein einmaliger Einmaliger Vorgang Ich kenne kein westliches Land Das seit 1950 Eine Partei Von dieser Größe Verboten hätte Mir ist nichts bekannt jetzt Also Ja das ist absolut Also es ist auch eigentlich Also Sie werden es nicht machen Also ich glaube Das ist einfach Auwart ein Fenster rumgeschubse Um halt zu etablieren Also so wie die Leute Da denken Die AfD wählen Oder in der AfD sind Sowas gehört verboten Also dass die Leute Das zumindest im Rahmen Des Sagbaren anerkennen Darum geht es eigentlich Menschen angeht Die AfD wählen Da gibt es ja inzwischen Auch eine ganze Reihe Untersuchungen Es gibt einen harten Kern Von Rechtsextremistinnen Und Rechtsextremisten Die wird man sicherlich kaum erraten Hat man jeden einzeln gefragt Ja Es gibt tatsächlich die frustrierten Aber nach allen Untersuchungen Ist der Kern Frustiert wird es wegen Frustriert wogegen Klar Mit dem harten Kern Von Rechtsextremisten Sind wir gemeint Also die würden mich da 100% zu Wenn ich da Denen ihre Fragen Beantworten müsste Wäre ich da Eindeutig Rechtsextremist Ja Laut deren eigenen Studien Sind 8% der SPD-Wähler Mit einem geschlossenen Rechtsextremen Weltbild Ja gut klar Oder Manifestrechtsextrem War das bei der Mitte-Studie Ja klar Kern ist die Gruppe Der Frustrierten immer kleiner Das muss man leider sagen Es ist leider immer mehr so Dass bestimmte Thesen Der AfD verfangen Insbesondere Thesen Mit denen Stimmung Gegen Menschen Mit Migrationshintergrund Gemacht wird Und das war mein Punkt eben Man kann Diese Welterklärung der AfD Die Welt ist schlecht Weil wir Menschen Mit Migrationshintergrund In Deutschland haben Wir haben doch Die Kriminalitätsstatistiken Also er macht das sehr gut Ja Also er verfängt sich Ja auch in Plattitüden Da hätte ich schon unterbrochen Also unterbrechen Ist ja nicht immer falsch Ja da hätte ich gesagt Okay welche These Los Hauen sie raus Ach die These Dass wir hier Ein Problem damit haben Dass sich Frauen Nachts unsicher fühlen Haben Sie das mitbekommen Dass der Schuldirektor Hier neulich Von der und der Schule Einen offenen Brief An die Eltern geschrieben hat Dass die Kinder Nur in Gruppen Nach Hause gehen sollen Durch den Stadtpark Weswegen Warum war das Vor fünf Jahren nicht so Also da müsste man Durchaus mal reingrätschen Man kann diese Welterklärung Nicht glaubwürdig widerlegen Wenn man sagt Ja wir finden auch Wir haben viel zu viele Geflüchtete im Land Das funktioniert nicht Das ist nicht überzeugend Dann ist man Auch wenn man Eine demokratische Partei ist Ist man dann immer Ein Stück weit AfD leid Die andere Option Die andere Option Wäre halt zu sagen Ja egal wie viel das sind Das ist einfach Ein großer Zugewinn Und wer daran nicht glaubt Der ist halt blind Das wird bestimmt gut funktionieren Das wird die AfD-Wähler Alle wieder in den Schoß Der SPD treiben Ich meine Ihr habt euch halt In eine unmögliche Situation getrieben Ihr könnt kein glaubhaften Narrativ Aufrechterhalten Weil die Realität Nicht auf eurer Seite ist Die Realität ist nun mal so Ungefähr so Wie sie die AfD beschreibt Wahrscheinlich ist sie sogar Noch viel rechter Als sie die AfD beschreibt Stehen die Menschen nicht Und dann bleiben sie eben Bei der AfD Wenn man die AfD stoppen will Wenn man die AfD stoppen will Dann muss man nur Den Satz zu Ende Dann muss man Grundsätzlich fundamental Widersprechen und sagen Deutschland ist ein Einwanderungsland Das hat ihr Bundespräsident gesagt Christian Wulff von der CDU Hat gesagt Deutschland ist ein Einwanderungsland Und man muss sagen Wir brauchen eigentlich Sogar mehr Einwanderung Jedenfalls sagt das Die Bundesagentur für Arbeit Das wird die AfD senken Also wir brauchen noch mehr Holt sich alle her Hey ihr blöden AfD-Wähler Ihr habt hier Ihr habt irgendwie Keine Ahnung Angst abends Irgendwie im Stadtpark Die Agentur für Arbeit Sagt aber Wir brauchen noch mehr Zuwanderung So wählt ihr jetzt endlich Der SPD Also Das ist eine Luftnummer Die Agentur für Arbeit Hat keine Ahnung Die guckt sich halt Nicht das ganze Themenspektrum an Die Agentur für Arbeit Man sieht halt Wir haben zu wenig Arbeiter Für die Rente Und alle Arbeiter Sind ja sowieso gleich Also ob wir die aus Aus dem kongolesischen Dschungel importieren Oder von der Hochschule in Hongkong Das ist ja eh das gleiche Mensch ist Mensch Die können alle das gleiche Die kann man beliebig formen Also können wir sie einfach Das ist einfach nur eine Menschenmasse Und das meine ich damit Diese Blank-Slate-Annahme Dass du Menschen einfach Reinkarren kannst Willkürlich zu dem machen kannst Was du willst Universell einsetzen kannst Die ist stark vertreten Die ist auch offensichtlich Auch bei ihm Und bei Leuten Wie der Bundesagentur für Arbeit Stark vertreten Wenn es denn so wäre Wenn es denn so wäre Dass die Zuwanderung Den Fachkräftemangel Überhaupt in irgendeiner Art Und Weise Nur tangieren würde Das ist eine nette Zuwanderung In das Sozialsystem Ja natürlich Sie kostet mehr als sie bringt Mähnabt rausholen Am besten ausgedruckt Einmal hochhalten Hier schauen sie sich das an Das ist vom dänischen Finanzministerium Wir werden uns als Partei Dafür einsetzen Diese Grafik genauso Für Deutschland zu bringen Falls sie jetzt irgendwie Relativieren wollen In Dänemark wäre die Welt Eine ganz andere als hier Sie sehen hier Netto unterm Strich Bringt uns das Leider eher ein Minus Es ist ein Minusgeschäft Das Problem ist Ein demografisches Problem Ist ein strukturelles Problem Die Leute bekommen Zu wenige Babys Und wir können dieses Problem Wenn überhaupt Ist das hier Symptomdoktorei Und die findet Noch nicht mal gezielt statt Und würde sie gezielt stattfinden Könnte man strategisch auslinken Und sagen Ist das nicht eine Form Von Neokolonialismus Den Ländern Die sich jetzt eigentlich Selbst entwickeln müssten Die Fachkräfte abzugraben Während unsere eigenen Fachkräfte netto abwandern Also einmal auslinken Ist da auch okay Einfach um klar zu machen Also selbst in eurem Frame Ist das Schwachsinn Aber abseits davon Es ist ein Geburtenproblem Ja also die Gesellschaft Stirbt an der Stelle Und das liegt daran Weil die Politik Per Definition Familienfeindlich ist Weil es ein finanzieller Nachteil ist Ein bis zwei Bis drei Kinder In die Welt zu setzen Wäre ich auch dran Das stimmt einfach nicht Jetzt bin ich interessiert Jetzt bin ich interessiert Also so ein Potsdam Argument Wir hatten es ja noch nie So wirklich dick in den Sendungen Wir hatten es einmal bei Chrupalla Da kam das Und ich glaube das wird hier auch kommen Das haben sie denen sehr gedankt Dass Alice Weidel ihren persönlichen Referenten entlassen hat Was ein Fehler war Das war politisch Strategisch für die Außenwirkung ein Fehler Weil dann Dann heißt es halt Scheißen oder runter vom Pott Also war es jetzt schlimm War es Fui Fui Oder war das ein Buchvortrag Von einem Buch War es mittlerweile Oder zumindest eines der Bücher Remigration ein Vorschlag Was jetzt gerade Nummer 1 Bestseller Bei Amazon geworden ist Also Was war es nun War es jetzt schlimm Sodass man seinen persönlichen Referenten entlässt Oder war es Okay Warum wurde er dann entlassen Was soll das Und ich habe ja Letzte Woche habe ich hier mit Herrn Beckham Geredet Und Auch er hat gesagt Ja natürlich war das ein Fehler Also hätte man Herrn Hartwig nicht Drei Wochen später entlassen Können Im privaten Einvernehmen Oder so Und dann wäre das hier kein Argument Ja Das war ein Fehler Also ich prognostiziere Dass das genau so kommen wird Aber mal schauen Wie er sich da rausholt Er müsste jetzt eigentlich sagen Ja ja Korrektiv Schon klar Die wo aus der Noch nicht mal transparent Die Finanzen aufgeführt werden Wo dann unter Bundeskasse Gelder vom Förderprogramm Demokratie leben Direkt von der Bundesregierung Von der Bundes Kultur Und Medienministerin Wie auch immer Kulturstaatsministerin Hier Claudia Roth Auch Kohle hingeflossen ist Für die Projekte Von Korrektiv Wo die Heinrich-Böll-Stiftung Unter den Spendern steht Andere grüne Transformations Bejahenden Stiftungen Wie die Adesium-Stiftung Aus Holland Ist das glaube ich Das Startkapital Kommt von der Bros-Stiftung Der Vorsitzende Von der Bros-Stiftung War irgendwie mal Wahlkampfleiter Von Gerhard Schröder SPD Es ist wunderbar Wie das alles funktioniert Wie das alles Vernetzt ist Wie die alle In ihren Ebenen Sich die Klinke In die Hand geben Von Stiftung Zu Stiftung Wandeln Und man immer wieder Auf dieselben Köpfe stößt Tausende Euro Von der RAG-Stiftung In deren Kuratorium Unter anderem Robert Habeck Und Christian Lindner Sitzen Ja ja Diese neutralen Recherchen Haben uns beschmutzt Ja ja genau Und dann Und dann nochmal Einhaken Vielleicht hat der VS Da noch eine Rolle Gespielt Wir haben Indizien Mal schauen Was er bringt Lassen Sie mich Zu Ende erzählen Der AfD-Parteivorstand Wurde nicht Über Vertreibungspläne Dort gesprochen Der AfD-Parteivorstand Hat sich von diesem Treffen In Potsdam Potsdam schon distanziert Die fanden das anscheinend Auch nicht ganz so toll Fehler Also Dann Dann gibt man Den Leuten halt Genau das Argument Also wenn sich selbst Die Parteispitze Dann distanziert Von einem Treffen Bei dem Also keiner Keiner von den Leuten Die man jetzt Im Interview Dann vorfindet Die dabei waren Also hier Ulrich Vosgerau Von der CDU Oder andere Die dabei waren Keiner Keiner sagt Das war Fui Fui Also man müsste ja Eigentlich davon ausgehen Dass irgendeiner einknickt Wäre es denn Irgendetwas Ganz Schlimmes gewesen Aber alle halten Genau daran fest Und keiner Widerspricht sich Ich meine wahrscheinlich War es Natürlich war es Auch nichts ganz Schlimmes Man kennt ja Martin Zellner Der ist ja nicht Ein sehr Milder Mensch Aber Ich bin ja mittlerweile Eher so Also Ich würde mir Ja manchmal wünschen Wenn das so ein Richtig schlimmes Ding gewesen wäre Also ich meine So richtig mal Kante gegeben wäre Dass hier Tatsächlich mal Die radikalen Pläne Rausgepackt werden Die sollen mal Ruhig Angst haben Ich weiß Dass das nicht geht Und dass es dann Politische Konsequenzen gibt Aber Mich stört halt Dass man sich ständig Selbst so Immer so harmlos machen muss Man muss immer Den Moderator Praktisch unterbrechen Und ihm erklären Warum man am Ende Doch der Gute ist Und nicht der Böse Und ich würde mir so wünschen Wenn man einfach mal sagen könnte Also auftreten könnte Und der Moderator widerspricht Und sagt Wir sind doch viel böser Wir gehen noch viel weiter Wir machen euch noch mehr fertig Das mag jetzt nicht gegeben sein Aber es entspricht meiner Mentalität mir Und deswegen ist es immer Ein bisschen schwierig für mich Dann zuzusehen Wie die Leute sich dann wieder Rechtfertigen möchten Ja wahrscheinlich wäre die richtige Position Zu sagen Denken sie darüber Was sie wollen Ja vielleicht Denken sie darüber Was sie wollen Ähm Wenn wir überhaupt miteinander reden Oder uns irgendwelche Buchvorträge anhören Dann ist es für sie rechtsextrem Für sie ist Selbst ein Augenzwinkern Von mir rechtsextrem Also da in der Hinsicht Die Glaubwürdigkeit angreifen Und halt korrektiv angreifen Das wäre meine Strategie an der Stelle Frau Weidel hat sich von ihrem Referenten getrennt Der anwesend war Sie haben das Arbeitsverhältnis aufgelöst Wie gesagt Einfach auch mal das Argument machen Und Ja es Klar Also ich bin auch ein Freund davon Wenn das Wenn das zur Ähm Wie soll ich sagen Wenn man Das demystifiziert Was dort passiert ist Was dort besprochen wurde Das waren Vorträge Und ein bisschen Bierchen trinken Oder so In einem Hotel Haben übrigens die Zimmer angeschaut Also es sieht echt schön aus dort Ein bisschen teuer Ne Aber die Master Suite Ey da hast du eine schöne Badewanne Tatsächlich unter so einem Torbogen Mit Blick auf den See Das ist schon ein echt schönes Zimmer Ähm Kostet aber glaube ich Äh 150 bis 200 Euro die Nacht Ja Ähm Das ist schon teuer Ähm Auch die Kurz sind die Buchungen eingebrochen Jetzt Äh Kommen mehr Buchungen als vorher Oder es ist zumindest wieder auf dem selben Niveau Einfach aus Solidarität Ähm Also ich würde Ich würde diesen ganzen Vorgang der Skandalisierung Er entzaubern Wenn ich er wäre Und würde sagen Na gut Ja Ähm Uns wird da berichtet Man hat Nachricht Nachrichtendienstliche Ähm Ähm Wie nennt man das Man hat eine klassische Wanze einfach gefunden In der Standuhr Wir wurden dort abgehört Ähm Die Bundesregierung möchte nicht darüber reden Dass da Ähm V.S. nicht da drin involviert war Sie Sie drucksen da die ganze Zeit rum Also für uns klingt das so Als wäre das Von vornherein konstruiert Und die Regierung hat da auch Überbande ihre Finger mit drin Ähm So müsste man es wahrscheinlich eher entzaubern Und äh Dann auch hingehen und sagen Okay Was definieren sie als Vertreibungsplan Grundgesetz einhalten Okay Also sind sie ein großer Freund des Grundgesetzes Ah ja Und wir sind die Grundgesetzfeinde Äh Darüber hinaus Was haben andere schon gefordert Was haben Leute unter der Merkel-Regierung gefordert Seehofer wollte damals als Innenminister Den Leuten einfach Eine der beiden Staatsbürgerschaften aberkennen Faeser wollte die Leute einfach abschieben Nur weil sie in der Clanfamilie sind Ja das war auch lustig Ne Also das Das wäre so ein starkes Argument Einfach zu sagen Leute Äh Wir reden hier gerade über Wir reden Wir reden gerade darüber Wie das gemacht werden muss Was gemacht werden muss Per Gesetz Ja und äh Andere Andere aus den Parteien Die hier gegen rechts einstehen Die sind für Sippenhaft Dafür stehen noch nicht mal wir ein Also hören sie auf Das hier zu dramatisieren Beruhigt sie Äh Diese Abgrenzung Die der Parteivorstand der AfD da auch macht Nein Ich glaube das kann es falsch Ich glaube alles was gesagt wird Meint die AfD auch so Und ich muss auch sagen Wenn dem nicht so wäre wie sie sagen Dass es keine Pläne gäbe Zur Vertreibung von Menschen Die Die sie gerne als nicht assimiliert Oder wie auch immer bezeichnen Ehrlich gesagt Es ist mir auch völlig egal Wie sie die bezeichnen Dann müssten sie sich ja schützen Von Menschen wie mich stellen Die einiges Für dieses Land auch beitragen Zu dem Wohlstand dieses Landes Das tun sie aber nicht Ganz im Gegenteil Was haben die Grünen Für den Wohlstand des Landes beigetragen Ich drücke einfach wieder auf Play Ihre Kolleginnen und Kollegen Ihre Kolleginnen und Kollegen Also dass es für so eine schwache Aussage Dann Applaus gibt Also das ist doch geragt Also das ist doch geragt Was war denn das Das war ja einfach Äh nee Sie sind trotzdem böse Weißt du Also Ja Deutschen Bundestag Sagen wir vis-a-vis Während einer Plenumsdebatte Und liebe Frau Kado Die einzige Lösung ist Und ich möchte es hier wirklich wiedergeben Es hat ein Nicht mitarbeiter Es hat sogar ein Bundestagsabgeordneter gesagt Die einzige Lösung Frau Kado Ist Remigration Sowas muss ich mir jeden Tag Im Bundestag anhören Und zwar von ihren Fraktionskollegen Die heulen doch man Also Ja Aber darum geht es doch Es geht doch darum Dass die Leute Die seit 2015 hierhin gekommen sind Nach Hause zurückgehen Die Gebiete sind befriedet Seit Jahren Ich kann 5 Sterne Urlaub In Damaskus In Syrien buchen Ist kein Problem Afghanistan zum sicheren Herkunftsland erklären Tunesien zum sicheren Herkunftsland erklären Und dann muss das rückabgewickelt werden Genauso wie Ein Christian Lindner Das damals noch gesagt hat Bei BILD TV Natürlich müssen die alle zurück Ja Also war das eine Lüge Aber alle Leute fand es gut Golde Zeiten waren das Da hat er noch gesagt Es ist besser Nicht zu regieren Als falsch zu regieren Dann ist er bei der nächsten Wahl Mit dem Linken und den Grünen Also zusammengegangen Ja genau Also deswegen Also Das ist die faktische Umkehrung Des Begriffes Und ja Wollen sie verneinen Dass wir ein Problem Mit nicht assimilierten Staatsbürgern haben Wir haben ein Problem damit Natürlich Wir haben doch viele Viele Clan-Kriminelle Islamisten Die haben alle einen deutschen Pass Das sind Leute Den kannst du per Definition Gerade wenn sie keinen Doppelpass haben Natürlich kannst du die Leute Nicht abschieben Das geht nicht Aber dann musst du Einen gesellschaftlichen Assimilationsdruck ausüben Zusammen mit einem Sehr sehr starken Was ich ja auch traurig finde Also ich bin ja auch Für eine Verschlankung des Staates Ich bin nicht dafür Dass er sich noch mehr Kompetenzen aneignet Weil Das bedeutet Nachteile für alle Ja aber Gerade diese Leute Wenn es Anzeichen dafür gibt Okay der hat irgendwas geplant Der hat irgendwas geplant Wir sehen irgendwelche Baupläne Auf seinem PC Für irgendeine Bombe oder sowas Da muss dieser Mann in Haft Ja das Problem ist Dann gibt es keine Beobachtung Du versuchst die Situation Im Rahmen dessen Was jetzt gesetzlich Möglich ist Zu klären Und zu lösen Und viel weiter als das Was du beschreibst Kann man wahrscheinlich auch nicht gehen Die Frage ist natürlich Ob es reicht Also Ich gebe dir recht Wenn man irgendwas machen will Ohne Die kleine Revolution Im Lande anzuzetteln Dann geht es nicht weiter als das Die Frage ist Die wir uns natürlich stellen müssen Und die diese Leute Sich per Gesetz Praktisch nicht stellen dürfen Ist natürlich Was wenn das nicht reicht Also was ist wenn der Rahmen Den das Gesetz Auch das Grundgesetz Uns vorgibt Für die Bewältigung Einer Krise Nicht ausreicht Dann Also wenn das Gesetz Sozusagen vorsieht Sich selbst abzuschaffen Aus Mangel an Flexibilität Und Anpassungsfähigkeit Und als Mangel Daraus die Situation Zu handeln Was dann Wie gesagt Der erste Schritt Wäre doch erstmal anzufangen Nicht deutschenfeindliche Politik Zu machen Klar Es wäre natürlich Gucken Zu versuchen Ich denke nur Ich frage mich das halt Natürlich Was passiert Wenn es nicht reicht Das ist ein Problem Das ist ein Problem Was über langes Zeitskalen hinweg Überhaupt gelöst werden kann Und zwar nur Durch Dominanz In Demografie Ja Die schwer herzustellen ist Die schwer herzustellen ist Und das dauert auch sehr lang Ja klar Klar Auch das wäre natürlich Ein schönes Ding Wenn man das machen könnte Auch Auch da bin ich Ich würde sagen Pessimistisch Realistisch würde ich sagen Es gibt zur Zeit Kein einziges Land Auf der Welt Das Mit seinen Geburtenraten Deutlich unter 2,1 Gefallen ist Und mit seiner politischen Maßnahme Wieder über 2,1 Gekommen ist Ich kenne keins Es gibt Israel noch Die darüber sind Aber ich glaube Also die haben ihre Geburtenrate Auch langsam etwas gesteigert Aber auch da ist es hauptsächlich Der religiöse Flügel Klar Es gibt ultraorthodoxe Gemeinschaften Im Westen Die immer noch eine hohe Geburtenrate haben Aber Also selbst die ungarischen Maßnahmen Haben nur zu einer sehr Bisher Bisher Nur zu einer sehr Moderaten Steigerung geführt Vielleicht wird sie anhalten Und dann wäre das Ungarische Modell Ein Erfolgsmodell Aber Das steht noch aus Also Die Frage Ob man mit politischen Maßnahmen Die Geburtenrate Maßgeblich erhöhen kann Ist eine offene Eine sehr offene Ich hatte doch vorhin noch was Über Ach ja Übrigens Lamia Kador Vielleicht als Input Gerade wenn es um Den Themenbereich Oder dem Problembereich Islamismus Clankriminalität Nicht assimilierte Staatsbürger Da reden wir natürlich Primär über Menschen Aus dem Arabischen Sprachraum Ja Mit muslimischem Hintergrund Lamia Kador Darstellen Ja eben Das ist das Problem Doch das tue ich Am Arsch Er müsste an der Stelle Einfach sagen Weil sie Deutschland Hassen Und das wär's Also natürlich stellen wir uns Nicht vor Vertreter Von einer Partei Die uns hasst Ja genau Was soll das denn Wenn ich mir das aussuchen könnte Dann würden sie All ihrer politischen Macht Beraubt und sich ins Privatleben zurückziehen Müssten Ja An die Pellekasse Ja Weil sie Eine destruktive Politik Waren Genau Also das ist die höflichste Formulierung Die immer noch kommen Müsste Ich möchte mal sagen Was wir uns von Ihnen Im Bundestag anhören müssen Ist auch nicht Es geht nur nicht um uns Es geht gerade nicht um uns Wenn wir als Nazis bezeichnet werden Das geht einfach nicht Das ist das unterste Schub Jetzt kann sie Da auch vor sein Also das heißt Sie wollen sich immer rechtfertigen Keine Nazis hier Und auf dem Boden Das Grundgesetz ist dort Jetzt scheiß doch mal Auf die Kack Nazis Und auf das Grundgesetz Und all diesen Scheiß Es geht hier um die Deutschen Und deren Interessen Und da sitzt halt jemand Der dein Feind ist Also Verhalte dich entsprechend Ja ich würde Ich würde auch nicht Mich nicht in die Opfer Opferrolle stellen Ja ich würde dann sagen Sie können nicht mehr als Nazi Sie haben das Das hat keine Bedeutung mehr für uns Wenn sie dieses Wort benutzen Es bringt ihnen auch keine Politischen Mehrheiten Wie sie an den Umfragen sehen Also fahren sie die Strategie Gerne weiter Ja ich würde auf jeden Fall Nicht passiv sein Nicht immer Also wie gesagt Mit la mia caro Dazu argumentieren Dass man für sie ist Das ist einfach Die Gauland Strategie Schluss mit diesem ganzen Kack Ja du musst da Du musst da reingehen Und wissen Da sind jetzt gerade Vier oder fünf Leute Plus Moderator Die dich politisch Zerstören wollen Ja 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 Mit dem Mindset Musst du in so eine Sendung rein Weil die laufen halt genauso Oder du gehst nicht hin Ja also die Die Gauland Sendung Sie wäre besser gewesen Hätte es sie nicht gegeben Ja Ja weil da am Ende sitzt da der Der FDP Opa Und Maischberger Und der Opa Der beschmutzt ihn einfach Nur mit irgendwelchen Vorwürfen Und Maischberger Argumentiert gegen ihn Ja Das war die Das war die Ausführung Dieser Talkshow Und genauso wird es Auch hier laufen Ja Das kam ja in erster Linie Nicht von den Grünen Sondern Nazi-Partei Das kam von der CDU Nämlich von Henrik Wüst Aus Nordrhein-Westfalen Würden Sie das auch Ja und das können die auch Gerne hochfahren Von der CDU Sehr gerne Bezeichnet Bezeichnet gerne Vertreter der Partei Die ein Viertel der Deutschen Bald wählen wird Bezeichnet die gerne als Nazi Das wird euch bestimmt Die Mehrheiten sichern Bestimmte Wählerbeschimpfung War schon immer Eine gute Strategie So sagen Dass die AfD Eine Nazi-Partei ist Ich finde Herr Holm Sollte schon Zu der Ideologie stehen Die sie auch In ihrem Programm Propagieren Und jetzt rede ich Gar nicht über Potsdam Das können sie Weglächeln Als ein privates Treffen Jetzt rede ich mal Über den Beschluss Der ostdeutschen Fraktionsvorsitzenden Der AfD Wo sie ganz Klipp und klar Gesagt haben Sie wollen genau Diesen Assimilation Druck Aufbauen Und was heißt das denn Wir haben hier Ein Rechts Also das sagt Der Typ Der hier von der Partei kommt Die jetzt die deutsche Leitkultur Ja Wieder angepriesen hat Genau Assimilationsdruck Genau darum geht es Dass jedem klar wird An Weihnachten Wird Weihnachten gefeiert Die Religion in diesem Land Die Den Wertekanon hier Bereitstellt Ist das Christentum Ja Andere Baustelle Schatti Ich weiß Ja Hier steht der Weihnachtsbaum Auf dem Weihnachtsmarkt Stehen Nicht so leicht Nicht so leicht Vor allem Weil unser Unser Ganzer Rechtsstaat Ja liberal Geprägt ist In dem Sinne Dass der Dass du da gar nicht Oft rechtlich Gar nicht so sehr eingreifen Darfst Also du hast ja zum Beispiel Das Sippenhaftverbot Und sowas Alles Das wäre aber relativ praktisch Wenn es das alles nicht gäbe Wenn man Assimilationsdruck Aufbauen will Ich sag nur Also Aus meiner Sicht Ist das wie gesagt Immer ein bisschen Cope Es ist gut gemeinter Cope Aber die AfD Versucht halt Was sie kann Auf dem Boden dessen Was gesetzlich möglich ist Nur auf dem Boden dessen Was gesetzlich möglich ist Ist der Assimilationsdruck Den man aufbauen kann Nicht sehr stark Und das wird ein Problem werden Leider Der beste Assimilationsdruck Ist dass du in der Minderheit bist Ja Das stimmt In der deutlichen Minderheit Das ist der beste Assimilationsdruck Du bist Die eine afghanische Familie In dem deutschen Dorf In Mecklenburg-Vorpommern Du wirst dich assimilieren Damit die Kinder Jemanden zum Spielen haben Damit du ein gutes Verhältnis Zu Nachbarn hast Wenn du die Mehrheit bist Aber das ist ja schon Nicht mehr gegeben Klar Ja Da sind viele Stadtteile Schon verloren Ganze Städte Sind da teilweise verloren Wie assimiliert man Den Essener Norden Zum jetzigen Zeitpunkt Wie soll das gehen Ja und diese Gegengesellschaften Die werden so bleiben Ja Da macht man dann Das liberale Gulag auf Und steckt dich da alle rein Also China-Style Umerziehungslager Also anders wird das nämlich Also in Berliner Köln Im Essener Norden Oder sowas Eine schwierige Sache sein Weil da wohnt kein einziger Deutscher mehr Ja vielleicht müssen die einfach Sofort bestehen Und alle Deutschen Sind dann dort Irgendwann abgewandert Dann hast du praktisch Dann hast du Kleine autonome Zonen In Deutschland Das ist auch kein guter Zustand Ja Das ist natürlich klar Du hast natürlich auch Leute Die kommen mit einem ganz anderen Konflikt-Lösungsverhalten Nach Deutschland Die auch einen ganz anderen Rechtsstaat Und ein ganz anderes Rechtssystem verinnerlicht haben In ihrer Sozialisation Die Und gerade wenn es dann Nur Bewährungsstrafen gibt Für irgendwelche Grausamen Delikte Das ist das Gegenteil Von Assimilationsdruck Natürlich Also es sollte gar keine Es sollte wenn du Ein Kaugummi klaust Sollte es eine Abschiebung geben Natürlich Also die würde es auch In jedem anderen Vernünftigen Land geben Die würde es auch in Japan geben Wenn du dort überhaupt reinkommst Na gut Wir machen mal weiter Lassen wir den CDUler weiter Hier den AfDler Panschen Staat Sie haben gerade über Rechtsstaat geredet Absolut Artikel 2 des Grundgesetzes Sagt die freie Entfaltung Der Persönlichkeitsrechte Muss geschützt werden Artikel 3 ist die Gleichheit Des Menschen Das was sie wollen ist Ja was heißt denn das Also Heißt das egal Was ich als meine Persönlichkeit Also ich definiere jetzt Die Ehe zu vier Frauen Definiere ich jetzt Als einen Teil Meiner Persönlichkeitsrechte Lassen Sie mir das Dann auch so durchgehen Oder was Es ist auch wieder So ein komischer Gummiparagraf Zu einem gewissen Grad Auf den auch in der Corona-Zeit Halt auch nichts gegeben wurde Und das hatten wir In Deutschland schon mal Eine Situation Dass die die Ihnen nicht genehm sind Einfach rausfliegen Höcke redet von 20 bis 30 Prozent Und das beschließen Sie in ihren Papieren Und deswegen sage ich Ihnen Ja Genaue Stelle und Zitat bitte Das ist ein Bild von Deutschland Das brauchen wir Ich erinnere Sie gerne mal Das muss ich aber noch sagen Sie sind dran Herr Holm Sie sind dran Ich verstehe es Ich will noch einen Hinweis geben Sie sind dran Ich will noch einen Hinweis geben Wir haben alle Mikrofone Wir müssen gar nicht schreien Herr Holm-Jetzi Ja es regt einen ja auch Innerlich auf Also immer wieder Diese Falschmeldung Die hier kommen Und ich möchte mal Herr Vogt daran erinnern Die CDU Hat eine Leitkulturdebatte geführt Und kommt mittlerweile wieder Auf diesen Trichter Und nichts anderes Meint das Was wir sagen Da gibt es aber Wir haben einen Unterschied Zur Schemperationspolitik In diesem Land Das ist die Ursache Der ganzen Verwerfungen Die wir jetzt haben Das ist die große Ursache Ich würde jetzt gerne Auch mal zwei Sätze zusammen sagen Ja weil sie eben gesagt haben Das wurde da gar nicht besprochen Bei dem Treffen Also es war ein guter Punkt Weil Klamroth gerade Ein Themenwechsel einleitet Ja Und man hätte noch viel mehr Zu diesem Leitkulturding sagen können Insofern als dass das halt auch Wenn man sich das durchgelesen hat Was sie darunter verstehen wollen Das halt auch lauwarme Suppe war Im Endeffekt Ja also es wäre schon Es wäre schon viel damit getan Es wäre schon viel damit getan Ähm Den Sozialstaat Äh Sehr gut zurückzuschrauben Ähm Den auch an die Staatsbürgerschaft Zu koppeln Ähm Und dir den Wenn überhaupt auch nur Also Meine Traumvorstellung wäre Du kannst nachweisen Dass du arbeitsunfähig bist Im Sinne von Ich Ja keine Ahnung Ich bin querschnitts gelebt Oder so Ich kann nicht Oder ich bin Äh So krank Dass ich Diesen Sozialstaat In Anspruch nehmen darf Und auch muss Und ich bin auch bereit Diese Leute zu tragen Die nicht können Äh Aber wenn du Darüber hinaus gehst Sollte es ihnen Im Idealfall Ein Jahr lang geben Danach Jobgarantie Wenn du den Job nicht annimmst Dann gibt es keinen Euro mehr Das wäre schon Ein sehr starker Assimilationsdruck Zumindest Dahin Also nicht kulturell Aber im Hinblick auf Arbeit Und das würde schon Unglaublich viele Leute Da zu bewegen In ihr Heimatland zu gehen Äh Gerade Du hast das ja mit den Bezahlkarten auch mitbekommen Ne Kaum fielen die Bezahlkarten ein Gehen die Leute zurück Also als würde es Um Bargeld gehen Und um Orte An denen man nicht Mit Karte bezahlen kann Ja klar Weil sie das Bargeld halt Mit Western Union Und sowas Nach Hause schicken können Zum Beispiel Du kannst es nach Hause schicken Und du kannst dir Andere Sachen Auf der Straße kaufen Oder so Das geht halt auch nicht mit Karte Genau Ja und wenn das schon Etwas ist Also wenn du da Den Sozialstaat So novellieren würdest Okay gibt es nur ein Jahr Und wenn nicht Dann gibt es halt Kein Euro mehr für dich Dann werden die Leute Ganz von selbst Entweder Abwandern Oder sich tatsächlich In den Arbeitsmarkt Integrieren Und ich glaube Erste Gruppe wäre Wahrscheinlich sogar Ein bisschen größer Ja es hätte einen Effekt Es hätte einen Effekt Aber man müsste Natürlich erstmal sehen Welchen Wenn man es überhaupt macht Das ist ja das Problem Wir können immer nur Theoretisch spekulieren Das macht ja keiner Ja ja Aber man sieht Man sieht auf jeden Fall Dass es Augenscheinlich Hinweise gibt es Ja Augenscheinlich ist es Ein Pullfaktor Ja augenscheinlich War die Statistik aus Dänemark Komplett richtig So wie wir sie gedeutet haben Und all die Faktenchecks Vom Faktenfuchs Waren einfach nur Wortklauberei Darüber Und ja In Wirklichkeit Liegt da Wahrheit drin Ihr Kollege Sozialpolitischer Sprecher Der hat über dieses Treffen Getwittert Und hat geschrieben Wir werden Ausländer In ihrer Heimat zurückführen Millionenfach Das ist kein Geheimplan Das ist ein Versprechen Ja Vielleicht zu wenig Differenziert ausgedrückt Sodass man es jetzt Instrumentalisieren kann Aber es ist ja Es ist ja so Wir haben ja über Über drei Millionen Seit 2015 Das ist millionenfach Per Definition Wir haben hier Türkische Familien Die seit 40 Jahren In diesem Land leben Bei dem die Frau Nicht in der Lage ist Deutsch zu sprechen Ich kann mich noch erinnern Bei den Dönermorden Der 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 Äh Äh Na wie hießen sie jetzt Die Zschäpe und die anderen Die Äh Bönert Äh Genau Da hatten sie jemanden Interviewt Ein Opfer Also eine Hinterbliebene Des Opfers Das war die Frau Von irgend so einem Dönerladenbesitzer Und die War Jahrzehnte im Land Die musste Ein Übersetzer Zu diesem Kack-Interview mitbringen Also Äh Die Die Spuren Des Versagens In diesem Land Reichen sehr lange Zeit zurück Wie war das? Ich glaube Ähm Das war noch damals In den Premiumquellen Von Kaspar Ein Taz-Artikel Aus dem Jahr 2012 Oder so Dass 75% Der hier lebenden Türken Ein Problem Beziehungsweise Arbeitslosigkeit Oder Ähm Ein Kein Mindestsprachniveau Ich Ich lasse das Zitat Weil ich ihn jetzt hier Gerade nicht vorliegen habe Ja Aber Warum nicht auch Den Erhalt Oder den Erwerb Der Staatsbürgerschaft Daran knüpfen Dass du Auf Verhandlungsniveau Deutsch sprichst Naja Also Gehen wir zum Beispiel Nach Norwegen Es war ein Beispiel Was Kaspar Damals gebracht hat Hatte einen Kollegen Der hat dort gearbeitet Du kannst mit den Norwegern Wunderbar Englisch sprechen Ist gar kein Problem Die können alle Englisch Aber nach so ein paar Monaten Nach drei Monaten Kommt dann der Chef Auf den Typen zu Und sagt halt Wie wäre es Wenn du jetzt mal Norwege sprichst Hast du das schon gelernt? Wird langsam mal Zeit Oder? Also Ja okay Ja ja Ist eine gute Idee Ja ja Bitte mach das mal Also Nicht Also Das ist eine unterschwellige Drohung Fangen jetzt mal an Norwegig zu sprechen Hier in der Firma Sonst Naja Wird das hier mit dem Job Langsam schwer Das kann man Es ist die Sprache des Landes Es sollte doch Selbstverständlich sein Natürlich Werden wir zurückführen Welche Millionen Welche Millionen Menschen Ich will die Frage stellen Welche Millionen Menschen Möchten Sie denn zurückführen? Alles auf rechtsstaatlichem Wege Aber welche Millionen? Es gibt eine Menge Menschen Die Frauen Leute Warum ist da Höcke im Hintergrund? Höcke ist unser aller Führer Der Klassiker Ja deswegen steht er da Gewandert sind Also es geht doch gerade um René Springer Warum ist Höcke im Hintergrund? Ist egal Die hier kein Aufenthaltsrecht haben Welche Millionen? Um die geht es Um die geht es uns Wie viele sind das denn Ihrer Meinung nach? Nein, nein, nein Sie sagen Sie sagen Auch deutsche Staatsbürger Wollen sie Assimilationstor Genau Um das nochmal auf die Kette zu kriegen Das hat Sellner in seinem Buchvortrag gesagt Und das ist auch ein Thema Um das zu entzaubern Was weit in die Altparteienlandschaft hinein Auch längst diskutiert wurde Das kannst du nicht authentisch so aufblasen Wie das hier gerade passiert Wenn man irgendeine Form Von politischem Gedächtnis hat Irgendeine Form Das ist einfach eine einzige zynische Maßregelung Von Herr Holm jetzt Die natürlich durch nichts gerechtfertigt ist Und Was will man dazu eigentlich noch sagen? Eigentlich müsste der jetzt nur noch in die Kamera blicken Und mit dem Publikum sprechen Also Wollt ihr diese Zukunft? Wollt ihr meine Zukunft? Ja Illegale Zuwanderung Da muss man klipp und klar sagen Diejenigen, die hier nicht zurecht sind Die müssen natürlich zurückgeführt werden Das ist die Position Was ist der Punkt? Aber das was Sie sagen ist Dass Menschen, die deutsche Staatsbürger sind Weil sie nicht assimiliert sind Das beschließen Sie Ihre Fraktionsvorsitzenden Die sollen zurückgeführt werden Das Problem ist halt Die Antwort wäre eigentlich ja Weil nicht jeder, der so ein Kackpapier hat Tatsächlich Deutscher ist Oder auch nur nah daran herankommt Das ist ja nicht jeder Akepürenschi Das jetzt übrigens zum Knast Aber Sprich die Menschen doch darauf an Ja, genau Sprich die Menschen doch darauf an Sprich doch einfach Und ja, Unterbrechung Ich bitte um Entschuldigung Ich setz mal zwei drauf Ich hab jetzt Man kann ja kaum noch mitzählen Ja Sprich die Menschen doch darauf an Sprich den Kollegen an Mit dem türkisch-deutschen Doppelpass Yo Sag mal Jetzt mal ganz im Ernst Was Also Wie redet ihr zu Hause miteinander Welche Wahl interessiert euch mehr Die hier in Deutschland Oder die von Erdogan Wen hast du überhaupt gewählt Hast du Erdogan gewählt zum Beispiel Wie siehst du dich selbst Ja, wir hatten so eine Stelle In der Dokumentation Kampf im Klassenzimmer Immer noch meine Empfehlung an euch Ja Vom betreuten Kacken auch Ähm Wo Halt zwei Deutsche Per Papier Kurden Nebeneinander sitzen Und das Gespräch von den beiden Dann gefilmt wird Ähm Und der eine zum anderen halt sagt Ja, ich Ich fühl mich schon als Deutscher Voila So, ne Ich fühl mich schon als Deutscher Und dann sagt der andere Alter, du bist doch kein Deutscher Ja, aber ich hab doch einen deutschen Pass Ja, aber seid doch mal ehrlich So, wie redet ihr zu Hause Was esst ihr zu Hause Ja, kurdisch Also, ja Ja, kurdisch Ja, inwiefern bist du dann Deutscher Sag dann halt der eine zum anderen Ja, ja Ja, und dann waren sich beide einig Naja, an sich Nein, wir sehen uns nicht als Deutsche Und Der einzige Grund, aus dem man die Staatsbürgerschaft überhaupt hat Ist halt wählen zu können Und das ist auch der Grund, aus dem sie so schnell rausgeworfen wird Ja, also Es ist eine Mischung aus Verachtung gegenüber der deutschen Mehrheitsgesellschaft Von den Leuten, die das in dieser Form voraustreiben Also Ein gewisser Anteil hiervon Weil sie Deutschland hassen Und ein gewisser Teil von Machtmanifestation Weil Natürlich Natürlich wirst du als jemand mit Mit Doppelpass Den Teufel tun Und Parteien wählen Die dir diese Staatsbürgerschaft streitig machen wollen Ja, oder Ja, aber auch immer dieses Argument mit der Staatsbürgerschaft Also als ob die so heilig wäre Unsere politischen Gegner können die rausschmeißen An wen sie wollen Die Kriterien immer weiter absenken Aber wenn du dann auf der anderen Seite Irgendwem die scheiß Staatsbürgerschaft wieder aberkennen willst Weil sie auf komplett unzureichenden Kriterien Erkannt wurde Dann ist das wieder gegen die Menschenrechte Und dann ist das wieder gegen das Gesetz Und auf dieser Asymmetrie ist kein politischer Kampf zu gewinnen Ja, entweder geht es in beide Richtungen oder gar nicht Ja, eben Und das wäre einfach nur fair Millionenfach haben mich schon gewundert Sie wissen, dass ungefähr 50.000 knapp darunter Personen Unmittelbar ausreisepflichtig sind Es sind vorziehbar ausreisepflichtig etwa 300.000 Genau, das sind Davon sind einige aber geduldet Davon ist die große Mehrheit geduldet Deswegen sind es knapp 50.000, die ausreisen müssten Jetzt frage ich mich Die müssten raus Abgeschoben werden Ja, auch das mit der Duldung ist doch teilweise Schwachsinn Dann hast du da Leute, die haben halt offensichtlich Um den deutschen Staat zu täuschen Ihren Pass einfach weggeworfen Ja Um halt nicht abschiebbar zu sein Gerade da würde ich sagen Also du verarschst uns doch offensichtlich Also bitte such dir Jetzt das Land aus, aus dem du kommst Und dann werden wir mit denen reden Und dann geht's wieder zurück in dein Heimatland Hat Pakistan nicht neulich 1,5 Millionen Afghanen abgeschoben Kann das sein Ja, ja, die haben da erstmal Großreinemachen veranstaltet Und ja, über eine Million, glaube ich Afghanische Staatsbürger wieder über die Grenze geschoben Also wie gesagt Also wie soll das denn weitergehen Bleibt er dann unendlich lange in Deutschland Solange ihm nicht einfällt Welche Staatsbürgerschaft er hat Jetzt spricht ihr Kollege aber von Millionen Millionenfach Wen meint er dann da zusätzlich Da müssten Sie René Springer hier mal in die Sendung einladen Das heißt, das ist nicht die AfD-Position Die AfD-Position ist völlig eindeutig Erstens Jeder Deutsche Also jeder, der einen deutschen Pass hat Hat alle Rechte und Pflichten Und ist natürlich willkommen in unserem Land Das ist völlig unstrittig innerhalb der AfD Es tut mir leid Das ist schon falsch Du sagst das nicht, weil du daran im tiefsten Herzen glaubst Auch du, Leif-Erik Holm, glaubst da nicht dran Du sagst das jetzt, weil dir nichts anderes übrig bleibt Weil das die einzig legitime Position ist Die dich nicht sofort mit dem Verfassungsgericht in Kontakt bringt Aber wir müssen ja zugestehen, dass aufgrund der immer weiter herabgesetzten Kriterien Für die Staatsbürgerschaft Hier jede Menge Leute, die Staatsbürgerschaft haben Die dieses Land Sofort verraten würden Wenn es ihnen irgendeinen Vorteil bringt Und auf dieser Grundlage kann man keine Staatsbürger akzeptieren Das ist alles ein Witz Aber ich weiß nicht Und das ist das Problem Aus der Zwickmühle kommt der halt nicht raus Das ist halt unmöglich für ihn Das könnte ich machen Weil ich keiner Partei angehöre Du kannst immer noch darauf referenzieren Dass das auch Forderungen aus der SPD und CDU waren Du kannst immer noch darauf referenzieren und sagen Na gut, also sie wollten den Leuten die Staatsbürgerschaft abnehmen Weil sie für das Falsche demonstrieren in ihren Augen Das wäre klug, ja Das wäre klug Das wäre eine kluge Strategie so zu machen Ich gebe recht, ja Ja, ja, ja Und das Offensichtlich sind sie bereit Den Rechtsstaat insofern dann doch zu novellieren Wenn sie es wollen Warum dürfen wir nicht? Also, klar Also ich stelle fest Du engagierst dich jetzt im Bereich des Islamismus Hast eine deutsche Staatsbürgerschaft Alles klar Deutsche Staatsbürgerschaft verwirkt Und tschüss Okay Du hast nur die deutsche Staatsbürgerschaft Und bist klankriminell Welcher hattest du vorher? Das wäre schon eine interessante Frage Aber sonst kommen wir natürlich mit dem Argument Irgendwann daran Einen weißen Grün zu fragen Also, du willst, dass das Land nicht existiert Was hast du für ein Recht Deutscher zu sein? Die schieben wir jetzt auch ab Also, nicht, dass ich das so schlimm fände Aber damit macht man natürlich eine Kiste auf Die interessant wird Sagen wir es so Ja, wie gesagt Also man muss einfach nur darauf referenzieren Was andere schon aus Altparteien gefordert haben Seehofer hat den Passentzug für Islamisten gefordert Feser wollte de facto Leute einfach nur Weil sie Teil eines kriminellen Clans sind Abschieben, auch ohne Straftat Das sind Forderungen Die sind vollkommen normal auch von ihnen eingebracht worden Wir wollen nichts anderes, Ende Die wären natürlich vor Gericht nicht durchgekommen Fesers Ding wären nicht durchgekommen Nein, 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 das wäre es nicht, ne Das mit dem Passentzug ist natürlich eine gute Frage Aber wie gesagt Da stoßen wir wieder an das Problem Zur Volksdefinition Zur vernünftigen Volksdefinition Gehört ein gewisses ethnisches Argument Was unsere Gerichte einfach nicht zulassen Aber es ist halt bescheuert Das jenseits aller Ethnie zu denken Es muss ja nicht nur mit der Ethnie gedacht werden Aber so jenseits aller Das heißt, wir müssen den Denjenigen, der hier seit 15 Jahrhunderten Aus irgendwelchen Stämmen gestammt Und immer das deutsche Territorium bevölkert hat Als gleichwertig deutsch behandeln Wie jemand, der 5 Minuten diesen Tiefen besitzt Und kein Mensch tut das in seinem wahren Leben Aber die Gerichte behandeln das halt trotzdem so Und das ist ein großes Problem Aber okay, jetzt machen wir weiter Das kommen wir ja nie durch hier Naja, Ihr Kollege Ich zeige es Ihnen gerne nochmal Lassen Sie mich doch wenigstens mal Drei Sätze zusammenhängen Naja, aber wenn Sie was sagen Was Ihr Kollege Ihnen widerspricht Es geht um die Zurückführung derjenigen Die hier kein Aufenthaltsrecht haben Und es geht auch darum Dass diejenigen, die reinkommen Die auf illegalem Wege in unser Land kommen Natürlich dann auch zurückgeführt werden So, das ist unser Ziel Weil es einfach zu viel ist Und ich möchte nochmal sagen 80% der Bürger in unserem Land Wollen diese Migrationspolitik nicht mehr Sie wollen sie nicht mehr Und sie wollen endlich wieder Recht und Ordnung In der Migrationspolitik Wenn es so wäre Junge, wie oft hier reingeredet wird, Mann Das waren jetzt wieder zwei Dinger von Lamia Kador Warum wird Martin Sellner eingeladen Zu solch einer Konferenz in Potsdam Dieser Mann ist Identitärer Hat sehr genau beschrieben Lassen Sie mich das doch jetzt auch mal sagen Nein, das ist sicherlich kein privates Treffen Weil es Verstrickungen bis in die Fatalstrukturen gibt Aber wir möchten die Migrationspolitik endlich Ja, aber selbst das Argument Ist ja auch verfälscht Auch Sellner setzt sich für eine Dezidiert Rechtsstaatliche Lösung ein Im Rahmen der Gesetze Wieder vom Kopf auf die Füße stellen Jetzt darf ich mal antworten Was die Sozialdemokraten in Dänemark machen Genau das wollen wir Genau Ich kann mich nicht erinnern, dass die Sozialdemokraten in Dänemark Nazis werden Sind sie nicht Die wollen eine vernünftige Politik Es ist einfach zu viel Ja So, jetzt Frau Kador Also egal wie engagiert sie das hier voranbringen Ich glaube ihnen kein Wort von dem Was sie hier sagen Denn ich höre im Deutschen Bundestag Etwas völlig anderes von all dem Als was sie hier sagen Und das gilt Das was sie sagen Wofür gibt es da Applaus? Äh, sie sagen in Wirklichkeit was anderes Hey, Applaus! Also, keine Ahnung Also das ist doch ein geragtes Publikum, oder? Also, ich weiß ja nicht Wofür? Äh, sie sagen in Wirklichkeit was ganz anderes im Bundestag Applaus Habt ihr auch so vor, ja Bestseller Platz 1 bei Amazon Also nicht das Buch, sondern Remigration, ein Vorschlag Die hier zwangsdeportiert werden sollen Und sie sagt Sie benutzen Nein! Jetzt übernehmen die sogar Och, Alter Auch da wieder sagen Äh, sie wissen schon, dass Dieses Wort Also, dass sie sich extra daran aufhängen Um hier das ultimative Böse aus uns zu machen Äh, sie merken auch, dass Korrektiv da zurückrudert Sie sehen, dass sie dieses Wort aus ihrer Buchbeschreibung entfernt haben Stückweise Die haben aus Äh, Deportation Von, ähm Wie war der Ablauf? Der Ablauf war, ähm, von AfD-Komplex, sollte das Buch heißen Was sie beworben haben Dann schreiben sie da im Beschreibungstext Ja, äh, nicht erst seit den Plänen zur Deportation von Millionen Auch Deutschen, bla 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 So, dann haben sie es geändert zur Vertreibung von Millionen, äh, auch mit deutscher Staatsbürgerschaft Und dann haben sie es geändert zur Vertreibung von Millionen Menschen Also, soweit sind die schon zurückgerudert Und sie, äh, bringen das jetzt hier ernsthaft als Wort ein, überhaupt Sie machen das doch nur, um, äh, mich hier mit 1933, äh, gleichzustellen Merken Sie nicht, dass die Leute das hier vor dem Fernsehbildschirm langsam auch durchschauen? Jetzt lassen Sie mich aussehen Dieser Mann setzt das Stichwort und den Trigger Remigration Komischerweise benutzt die AfD durchgängig Überall im Deutschen Innenausschuss Im Ausschuss des Auswärtigen Also im Auswärtigen In der Plenardebatte andauernd diesen Begriff eines Identitären Der durchaus rechtsextremistisch einzuordnen ist Erklären Sie mir mal, warum Sie ganz zufälligerweise Laut wem Exakt die gleiche Begrifflichkeit benutzen Wenn das alles nicht so gemeint sein soll Das ist überhaupt kein Problem Also Es ist ein, es ist ein wissenschaftlicher Begriff Es ist ein wissenschaftlicher Begriff Fragen Sie doch mal in Rostock Nein, ich frage Sie In Rostock wird gerade ein Sachbearbeiter Von Martin Selmer von mir Na und? Ach Ja, wie sollen wir es, also Da würde ich auch gar nicht drauf eingehen Da würde ich sagen Hätten wir ein anderes Wort Würden Sie genau dasselbe argumentieren Wie jetzt Sie wollen einfach nicht, dass irgendeine Partei Irgendetwas in diese Richtung unternimmt Und deswegen dämonisieren Sie jeden Zumindest jede Überlegung dahingehend Dämonisieren Sie schon Weil Sie genau das wollen Weil Weil Sie Deutschland hassen Migration gesucht Genau und Thüringen Das ist ein völlig normaler Begriff Da dreht es sich halt um das Zurückführen Wer hat den Begriff dann eingeführt und geprägt Seit 2015 Das ist kein neuer Begriff Das ist nicht von uns geprägt Doch Gucken Sie sich die Forscher mal an dazu Sie benutzen Wörter von Leuten Die wir nicht mögen Und sie mögen wir auch nicht Und wenn ich ein anderes Wort benutzen würde Würden Sie es auch nicht mögen Weil Sie nicht mögen Das stimmt Der Ihnen sagt Ja Ganz so nicht Und Keine Ahnung Wählt uns trotzdem bitte Wir sind hier die vernünftige Alternative Und dann Machen wir halt trotzdem das Was die Grünen wollen koalieren Wir wissen Weil wir kacken müssen Aber wählt uns trotzdem Ja genau Klaren Beschluss Aller Fraktionsvorsitzenden Der AfD Aus dem Osten Exakt Da steht das genauso drin Und deswegen Sie können das versuchen Hier wegzulächeln Herr Holm Dem werden wir Im Faktencheck morgen natürlich auch noch mal zeigen Tatsächlich ist aber Eines ganz klar Ah ja der Faktencheck Auf den freue ich mich schon Sie sind letztes Jahr Mit Herrn Höcker Seid an Seid marschiert Durch Erfurt So und das ist derjenige Der kürzlich in der Veranstaltung In Thüringen gesagt hat 20 bis 30 Prozent Der Deutschen Würde es betreffen Wir würden damit gut klarkommen Nein Das ist schon wieder falsch Das sind Ihre Truppenteile Es ist schon ein anderes Zitat gewesen Also bitte das genaue Zitat Das würde mich interessieren Und auch mal wieder Der Bernd Ladet ihn Ladet ihn doch ein Dieser CDU-Mann soll Höcke gegenüber sitzen Und ihm das Zitat vor den Latz knallen Und dann sollen die darüber reden Lasst bitte Höcke Einen roten Mantel Zwei Haare noch tragen Und so ein Dreizack Ja Ja und so ein Dreizack Genau Das ist keine Propaganda Das ist keine Propaganda Das kann ich belegen Oder Sie können nicht ganz genau lesen Das ist schon erstaunlich Uiuiui Ich kann Ihnen gleich sagen Aber ich merke Also zumindest ein kleiner für das Sie können nicht genau lesen Sich aufregen Das ist ja tapf fühlen Mir geht es um eine ganz simple Frage Wir haben ein Problem Ich würde es aber auch gerne erklären Wir haben ein Problem Also ihr merkt auch gerade Auf welcher Ebene Dieser Diskurs abläuft Mir gefallen Ihre Worte nicht Wir reden kein bisschen Über irgendwelche Wirklichen Politischen Positionen Oder irgendwelche Strategien Die sich wirklich Mit der Lösung des Themas Beschäftigen Wir reden darüber Dass die Worte verwenden Die sie nicht mögen Also das Das muss er durchbrechen Er muss sagen Sie verkürzen den Diskurs Jetzt gerade auf die Diskussion Über ein Wort Während sich die Sexualstraftaten Verdreifacht haben Seit 2015 Während wir zwei Gruppenverk***gungen Pro Tag haben Diskutieren sie über ein Wort Die Deutschen Leiden darunter Und das ist Ihnen Vollkommen egal Weil Sie sind auch Dafür verantwortlich zu machen Zumindest Ihre Kanzlerin damals Die hier 16 Jahre regiert hat Die das mit zu verantworten hat Dass wir diese Zustände jetzt haben Dass wir deutsche Kinder haben Die an den Schulen Zusammengelatzt werden Die mit dieser Kulturellen Dominanz Konfrontiert sind An den Rand gedrängt werden Drangsaliert werden Gemobbt werden Einfach nur weil sie Deutsche sind Und Sie wollen Dass es genauso weiter geht Und Sie reden hier über ein Wort Weil Sie einfach nicht Über die Themen reden wollen Der ungezügelten Und vor allen Dingen Auch unkontrollierten Zuwanderung Und da will ich Ihnen Auch sagen Dänemark ist ein Beredendes Beispiel Dafür Dass man Rechtsextreme Mit vernünftiger Politik Auch tatsächlich Wieder klein kriegen Ja das ist natürlich Leider faktisch nicht Hä was Also Dänemark hat nur noch 500 Ausreisepflichtige Wir haben 300.000 Wie haben die das denn gemacht Ja aber Ja aber Klar aber Dänemark hat zeitweise Den Sozialstaat Also das ist ja anscheinend möglich Dänemark hat zeitweise Den Sozialstaat Für Nicht-EU-Migranten Einfach Zurückgeschraubt Halbiert oder so Und siehe da Die Migration Aus diesen Ländern Hat auf einmal abgenommen Also Diese Stellschrauben Haben die bedient Als SPD-Regierung Korrekt Doch das ist Empirie Empirie Das ist keine Studie Das ist ganz spannend Lassen Sie mich das Nur ganz kurz klarstellen Deswegen glaube ich Macht es natürlich total Sinn Auch wirklich Mut zu haben Und zu sagen Wir können mit guter Politik Tatsächlich die Extremisten In diesem Land Wieder klein kriegen Da brauchen wir Keine Verbotsverfahren Aber was wir brauchen Ist eine sachliche Harte Auseinandersetzung Und ein Stellen der Position Und da sind wir Bla 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 Was denn genau Also was hat denn die CDU Jemals Authentisch Dafür gemacht Um genau über dieses Problem Herr zu werden Gar nichts Ja ja Wenn sie wenigstens so hart wären Wie die Wie die dänischen Sozialdemokraten Also dann Das wäre ja schon mal was Da würde man schon was In der Veränderung sehen Aber Das ist nicht in Sicht Die kommen an die Macht Und machen genauso weiter Wie die Wie Scholz vorher Halt vielleicht ein bisschen Ein bisschen wirtschaftsfreundlicher Das größte Problem An der Parteienlandschaft In Deutschland Sind nicht die Grünen Ist nicht die SPD Die Linke Oder die FDP Es ist die CDU Es ist die CDU Ja Das Das ist möglichst möglich Ja Die CDU ist Ist genau das Fangnetz Was Die Leute Dazu bewegt Sich selbst Einzureden Ich habe konservativ Gewählt Gegen die Grünen Gegen die Linken Und Am Ende Koalieren sie mit denen Wieder an den Punkt Von Von Und ich möchte mal Weil es ganz interessant war In den letzten Wochen Haben sich immer mehr Wirtschaftsvertreter Große Unternehmen CEOs Vorstandsvorsitzende Zu Wort gemeldet Haben gesagt Sie machen sich Sorgen Um die Demokratie Industrie stark zu halten Stärker zu machen Vielleicht Jetzt haben Sie Deutsche Unternehmen Kolleginnen und Kollegen Jetzt haben Sie Ein Verbrennerverbot Bis 2030 Durch die Grünen Und durch die EU Wie wollen Sie damit umgehen Aufgefordert Sich gegen Rechtsextremismus Zu stellen Und für Demokratie Und Rechtsstaat Einzutreten Was ist Ihre Sorge Also erstens gehört Das eine mit dem anderen Auch Ich setze Geld darauf Dass sie jetzt Über die AfD Reden wird Wenn es um Rechtsextremismus geht Zusammen Und mir ist es auch Eine Herzensangelegenheit Die Autoindustrie Ist eine sehr Internationale Industrie Wir leben von Vielfalt Wir leben von Export Wir leben von Voneinander Ich bin sehr froh Dass auch die Autoindustrie Komplett durchpolitisiert ist Nicht nur der DFB Nein Auch meine Kack-Autositze Werden mit Vielfalt eingebaut Ja Auch das ist ein politisches Statement Ich bin Ja So glücklich In einer Gesellschaft zu leben In der jeder Quadratzentimeter Ein politisches Kampffeld darstellt In der alles In der es keine Unpolitische Handlung mehr gibt Wenn ich den Schlüssel In meinem Kack-Autoschloss Drum umdrehe Ja Dann muss ich gucken Dass das nicht zu weit nach rechts geht Also da werde ich auch schon wieder Äh Werde ich schon Wild hier Also Da werde ich auch schon fast wieder zum Linken Alter Es ist doch offensichtlich Offensichtlich Dass ihr das einfach nur macht Weil ihr glaubt Dass das verbessert das Image Eures Konzerns Also Irgendwie so ja Irgendwie so Also ich glaube nicht Dass man da ideologisch Fest im Sattel sitzt Also Wenn da Morgen on Vogue ist Die Deutschlandfahne Zu pushen An jedem Montag Und das heißt dann Stolz Montag Und das Wäre Wäre im Werte-Kanon Des momentanen Politischen Mainstreams Dann würden sie das genauso machen Ja Zumindest nicht in der Form Es ist ja auch so durchschaubar Wirtschaftspolitik Weniger Einfluss aus Brüssel Steuern senken oder abschaffen Ja was ja basiert wäre Ja Was ja basiert wäre Aus der EU Kommt so viel Also Auch da wieder Den Demokratieframe Angreifen Wenn er gleich zu Wort kommt Auch da wieder sagen Ja 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 Sie sind doch große Demokraten Wer von ihnen hat darüber abgestimmt Dass wir jetzt hier Den Digital Service Act bekommen Wo dann irgendwie Die Die Social Media Konzerne Von der EU Gezwungen werden können Das was sie Als Desinformation Ansehen Zu löschen Zum Beispiel Also als Als Zensurgesetz Zwischen den Zeilen Ja Wo ist da die Demokratie Wo war die Demokratie Für die Bauern Als man denen In der EU Vorgeschrieben hat Wie sie hier Landwirtschaft zu betreiben haben Was hat uns das Überhaupt gebracht Wir sind der Nettozahler Der EU Wir können Wir müssen die EU Entweder reformieren Oder wir gehen da Halt einfach raus Das sind die zwei Dinge Und reformieren heißt Weg mit dem Parlament Und wenn man die Macht Dazu hätte Gerne das Gebäude Abreißen Und ein neues Gebäude Da drauf bauen Und keine Ahnung Da ist dann die Superstraight Flagge Drauf oder so Ich weiß es nicht Ja und da dann Dementsprechend einfach nur Wirtschaftsunion Binnenmarkt Und wir können uns Super auch ohne die EU Mit anderen Ländern Darüber verständigen Dass die Leute Mit dem deutschen Pass Halt in Urlaub fahren dürfen Oder so Das kriegen wir auch alles Ohne die EU hin Ja Und ein Umbau der EU Besservertreterin Unbedingt Es ist dystopisch Es ist absolut dystopisch Im selben Zug Kam übrigens auch die Frage Von dem holländischen Abgeordneten Der Gefragt hat Sagen Sie mal Haben Sie darauf getestet Ob es vor Übertragung Überhaupt schützt Und dann sagt sie Nein natürlich nicht Wir müssen mit dem Speed of Science vorgehen Ja und da Da ist unter anderem Eine AfDlerin auch gehabt Die hat dann gefragt Entschuldigen Sie Ich habe hier irgendeine Ich habe hier eine gewisse Evidenz Die wurde zusammengetragen Für Fehlgeburten Im Kontext Der Impfung Bitte nehmen Sie dazu Stellung Welche Erkenntnisse Haben Sie Diese Frage wurde Ignoriert Und dann hat die AfDlerin Geschrien In dem Parlament Und halt Sich darüber beschwert Und dann kommt halt einfach Die Präsidentin und sagt Ja bitte da hinten Ruhe So nächste Frage Ja also das ist die EU Die EU ist Wir verpflichten Pfizer dazu Die Verträge rauszubringen Und da sind dann 99,9% Einfach geschwärzt Das ist EU Ja danke Vielen Dank Ist halt Sowjetisch Also Tut mir leid Wenn ich in so ein Rant hier abgehe Aber ja Es gibt genug Gegenargumente Ja Ist halt Wie aus dem Leben der anderen Oder aus Chernobyl Oder irgendeiner Serie Also schon in der Klischee darstellung Wie die Sowjetunion war So fuck die EU Ja es ist Wir wollen das nicht Oder ich möchte das nicht Schauen wir uns die Ideen Mal ganz konkret an Die Besteuerung großer Vermögen Doch mal versteuert werden Bitte was Also natürlich Dazu kann ich auch nur sagen Afuera Der Staat solle insgesamt Weniger in die Also kam das überhaupt bei dir an? Nein nein aber ich weiß nur was Ich kann es mir ungefähr denken Afuera Wirtschaft eingreifen Auch bei erneuerbaren Energien Die staatliche Förderung für deren Ausbau Soll eingeschränkt werden Der Fachkräftemangel sei nicht mit Zuwanderung aus dem Ausland zu lösen Ja Weil es so ist Menab-Statistik Ja ja der Fachkräftemangel ist Wenn es blöd läuft Gar nichts zu lösen Weil einfach Also Das demografische Problem ist ja erstmal da Das wird auf jeden Fall irgendeine Krise verursachen Und Alle Länder aus denen Fachkräfte kommen Haben dasselbe Problem wie wir Das ist leider Das ist leider so Also Die ganzen Länder der Nordhalbkugel Vor allem die Nordostasiaten und die Westeuropäer Die 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 meisten Fachkräfte stellen würden Die haben alle Geburtenrate von einem Kind pro Frau Oder 1,5 oder so Ja Stattdessen kurzfristig auf Technologie wie künstliche Intelligenz Und das eigene Arbeitskräftepotenzial zurückgreifen Etwa mit besseren Qualifizierungsmaßnahmen Und durch die Rückkehr ausgewanderter deutscher Fachkräfte Langfristig setzt die AfD unter anderem auf höhere Geburtenraten Mehr Kinder sollen also dem Fachkräftemangel entgegenwirken Ja langfristig Also das ist nur eins der Instrumente Aber genau Also das ist ein Problem Natürlich Ähm Ich Ich habe Die Doku muss ich mir noch reinziehen Man hat mir mal eine Doku zugesendet Die heißt Das Märchen vom Fachkräftemangel Also auch öffentlich-rechtlich Aber halt auch mal wieder ein paar Jahre her Ja Habe ich auch schon gesehen Ja Kannst du das zusammenfassen in wenigen Sätzen Ach ne Ich glaube ich kenne nur die These Dass der Also die Soweit ich das weiß Dass die Definition von Fachkräftemangel Schon sehr Äh Liberal Real gefasst wird Also wenn es nur so oder so viele Bewerber auf eine Stelle gibt Dann könnte man schon von einem Fachkräftemangel reden Und das ist halt so Nicht nur null Bewerber auf eine Stelle Sondern auch wenn es nur eine gewisse Zahl unterschreitet oder sowas Oder Also Wie gesagt Dass man da ein bisschen aufpassen muss Auf der anderen Seite Es scheint ja tatsächlich Heutzutage Firmen zu geben Die Händeringend nach Arbeitskräften suchen Die sie einfach nicht anstellen können Also es scheint In gewissen Branchen Sehr wohl Arbeitsmangel zu herrschen Aber ist es ein Problem Weil du nicht die Manpower hast Oder ist es auch ein Vermittlungsproblem Das ist einfach ein Qualifizierungsproblem Genug Leute werden da Nur die können einfach Die Die Spezifischen Arbeiten nicht machen Oder sie wollen sie auch nicht machen Also Es ist ja wahrscheinlich Wahrscheinlich besteht auch ein Fachkräfteproblem In In irgendwelchen Pflegeberufen Oder sowas Ähm Aber Weil die Leute Leute älter werden Aber das will nicht jeder machen Und das wird auch schlecht Wahrscheinlich relativ schlecht bezahlt Und wir haben einen üppigen Sozialstaat Wer macht das dann? Ja Ja gute Frage Weniger Einfluss aus Brüssel Zurück zu einem lockeren Staatenbund Und einer neuen deutschen Mark Ja auf der anderen Seite Was ihr da geschrieben habt Künstliche Intelligenz Und auch Technologie setzen Und sowas Ja Ich finde nicht Dass das Teil der Politik sein muss So sehr Also die ganzen technologischen Wandlungen Das ist ja nicht durch politischen Beschluss gekommen Also das wird dann erfunden Und irgendwann wird das implementiert Und dann hat Erfolg Das seine Konsequenzen Das kann man nur begrenzt lenken Würde ich sagen Was willst du denn machen? Oh das wird sich ganz von selbst entwickeln Und ich habe da auch einen sehr geblackpillten Ansatz Was das angeht Also ich finde das nicht gut Ja es wird nicht aufzuhalten sein Zu einem gewissen Grad Aber Ja es Es ist nur schlecht Weil es in gewissen Bereichen Schon Präpositionen gibt Wo es schädlich eingreifen könnte Zum Beispiel Im Bereich des Des Erwachsenen Entertainments oder so Zum Beispiel Ja Indem du Indem du dem ohnehin schon Desorientierten jungen Mann Der sowieso Nur sehr komplizierte Interaktionen Mit Frauen führen kann Indem du ihm halt Die bestmögliche realistische Alternative Zur echten Freundin halt irgendwann liefern kannst Die mit dir redet Mit dir schreibt Mit dir streitet Und genau so authentisch aussieht Wie sie nun mal aussieht Und nicht mehr vom Original zu unterscheiden sein wird Also Das sind so ein paar dystopische Anklänge Ich meine Das wäre halt der große Filter Das würde dann dazu führen Per Selektionsprinzip Dass nur praktische Loditen Also Leute die sich Stark gegen die Technologie Zuwehr setzen können Kinder bekommen Und sich fortpflanzen Also das ist natürlich auch Wie ein Selbstreinigungsprozess Der dann vorgenommen wird Ja ja aber er zerstört doch vorher Er zerstört doch vorher Die die Ähm Jetzt eine gute Alternative haben Ja und Zur Sozialisation Naja Sich halt dagegen entscheiden können Und dann halt eher Sich in die virtuelle Welt flüchten Was ja sowieso schon Ja Erheblicher Schwund ist immer Ich sag's ja nur Das ist halt Also Wenn man das Derzeitige Selektionskriterium nimmt Dann ist in 150 Jahren Dann sind die Ist die ganzen USA armisch Weil das Selektionskriterium Jetzt zur Zeit ist Wer nicht armisch ist Kriegt keine Kinder Und die armischen kriegen 10 Also Äh So funktioniert Evolution halt Es würde mich sehr interessieren Wie so ein Leben als armisch ist Die meisten Die gehen ja nach dem Schnackseln Äh Einfach wieder zurück Ne Also Wo sind die 90% oder so Ja ja Retailment Rate ist so was 80-90% ja Das ist heftig Also der Lebensstil Frei von jeglicher Technologie Im Einklang mit der Landwirtschaft Natur Ja die meisten bleiben da Und wie gesagt Durchschnittliche Kinderraten sind enorm Äh Ja wenn das so weiter geht Also ist natürlich die Frage Was passiert wenn die ihren natürlichen Lebensraum nicht mehr besetzen können Irgendwelches Farmland in Ohio Und an tatsächlich bestätigte Gebiete geraten Können sie dann auch noch diese Retailment Rates halten Äh Aber Also in Israel zum Beispiel wird das ganz klar ein Problem Da ist das Selektionskriterium Orthodoxer Jude Kommt deutlich mehr Kinder als alle anderen Was dazu führen wird Dass dieses Land wahrscheinlich orthodox religiöser wird mit der Zeit Was es ja ohnehin schon ist Also bei Israel reden wir ja praktisch über ein ethno-religiöses Staatssystem Ja aber immer noch Klar klar Aber die meisten Angehörigen jetzt nach Zahlen Dann sich immer noch als Hiloni oder äh Dati ein oder sowas Also Als gemäßigte oder als säkulare Juden Und die Anzahl der Ultraorthodoxen liegt bei ungefähr 5% an der gesamten jüdischen Bevölkerung Aber der Wachstumsrat ist natürlich unglaublich hoch Das heißt bald werden die nicht mehr 5 oder 10% oder was auch immer sie noch darstellen Darstellen Bald werden sie 30 oder 40% darstellen in einigen Jahrzehnten Vorstellung der AfD nicht Bringt Alice Weidel sogar ein Referendum über einen Dexit ins Spiel Deutschland also raus aus der EU Ja das hat sie ins Spiel gebracht Falls sie sich nicht reformieren lässt Ja Und was dann ja auch basiert wäre Also wenn ihr euch nicht reformieren wollt Dann gehen wir halt raus Was ja basiert wäre Ähm Schatti Ganz schnell muss ich auf Toilette Es tut mir wirklich leid Die marokkanische Minze Sie tut ihren Teil Ich bin sofort wieder da Kannst du auch mit dem Chat reden Siehst du den überhaupt Ja wo sehe ich den Nee Du siehst den gerade gar nicht Warte kurz Ich gebe ihn dir gerade Aber jetzt hier keinen Unfug machen Während ich weg bin Okay Alles klar Bin sofort wieder da Scheiße das Kleine Jetzt sehe ich euch gar nicht Wie kann man denn hier ranzoomen Technikboomer hier wieder Wir sind doch hier auf Twitch Moment Ich kann ja mal das Twitch Ding öffnen Warte So So ja da jetzt sehe ich euch Jetzt sehe ich den Chat So Erzähl einfach was Äh Willkommen im Chat Ja ich bin nie auf Twitch Stimmt für mich ist das alles Neuland Schatti Ich wollte Hörst du ab und zu konsequent frei Ja einige Folgen höre ich mir an Äh Einige fand ich auch relativ gut Äh Hallo Schatti Sie auch Äh Ich bin für dich die politische Mitte Das ist gut Das spricht Äh Das spricht für deine Basiertheit Äh Da bin ich wieder Sehr gut Ich hab es geschafft mit dem ähm Chat zu interagieren Wow Klimmzüge Äh Der Schattenmacher hält das nicht Was sagen die? Ach Alles mögliche Einige stellen Fragen Ich komm gar nicht so schnell So schnell mit Schatti Ich bin ihm zu links Tut mir leid Tja Ich finde immer wieder neue Wege Dich zu täuschen Äh Ich geb dir den alten wieder Sorry Schatti Wenn ich hier so interveniere Nein nein Ich bin hier Ich bin hier sowieso Auf der Twitch-Seite gewesen Also Ah ja okay Aber jetzt siehst du das alte Bild wieder Ne Alles klar Ich mach mal Ich mach mal weiter Ein Schatti der alte Kommunist hier Dexit und eine Volksabstimmung Äh Darüber Eine mögliche Ähm Frau Müller Was würde das für die deutsche Wirtschaft bedeuten? Nicht nur für die deutsche Wirtschaft Für Deutschland insgesamt Wäre das eine wirkliche Katastrophe Wir haben die Erfahrung mit dem Brexit Ja und wenn man das auf Deutschland hochrechnet Dann würde das heißen Dass wir bis 2035 Rund 400 Milliarden Euro An Wirtschaftsvermögen verlieren würden 2,2 Millionen Arbeitsplätze in der Folge verlieren würden Niemand weiß Was passieren würde Wenn wir aus der EU austreten Was das für wirtschaftliche Konsequenzen hat Weil niemand weiß Ob die EU dann überhaupt Bestand hätte Das sind solche gravierenden Eingriffe Die kann niemand vorhersehen Man könnte ein paar Schätzungen abgeben Aber dieses Simple Dreisatzspiel Was sie da macht Wie rechnet es aus Was das vielleicht für die Engländer gekostet hat Wobei ich bezweifelt Dass man auch das präzise ausrechnen kann Und dann übertragen wir das Auf die Wirtschaftsgröße von Deutschland Oder sonst irgendwas So klappt das halt nicht Und natürlich Das weiß die wahrscheinlich auch selbst Aber da ist das halt egal Das ist eine Lobbyistin Was auch immer die sagt Hat einen anderen Grund Also das ist ja irgendwie zielorientiert Wir kennen nur ihr genaues Ziel nicht Sie blenden gleichzeitig den AfDler wieder ein Der auch hier einfach einhaken müsste Und sagen müsste Sind sie Demokratin? Ja oder nein? Wenn die Leute das entscheiden Ist das dann Demokratie? Ja oder nein? Oder ist Demokratie nur Wenn die entscheiden was sie wollen? Ja oder nein? Und das heißt Die Menschen die jetzt in Sorge sind Über viele Entwicklungen Ja weil über diese Zahlen müssen wir nicht reden Also du hast es ja gerade gesagt Also vorhersehen kann das keiner Es ist ja auch eher ein Eine letzte Möglichkeit Es geht darum die EU zu reformieren Ja weg von diesem supranationalen Politikmonster Was Da wären wir wieder bei der Demokratie Irgendwelchen Ländern In ihrer nationalen Souveränität schadet Natürlich ist das schädlich Die dürfen nicht einer Ideologie oder einem Programm hinterherlaufen Was am Ende des Tages genau das Gegenteil für sie bringt Nämlich eben keine wirtschaftliche Sicherheit Die Autoindustrie lebt zu 70% in ihren Arbeitsplätzen vom Export Ja den wird es auch noch geben ohne ein EU-Parlament Nein wenn wir die Grenzen zumachen Dann darf kein Auto mehr da draußen Also wie treiben wir denn Handel mit China? Treiben wir Handel mit China? Ich glaube sehr starken Handel Wir haben auch mal Handel mit Russland getreten Aber die sind ja auch nicht in der EU Man fragt sich Also was Wie haben wir das geschafft? Wie funktioniert das? Ohne dass die in der EU sind Wie kann das sein? Warum hält die den Grün der jetzigen Regierung zu die Stange? Ich meine die Grün waren auch nicht gut für die Autoindustrie Nee eben das verstehe ich jetzt auch nicht ganz Verstehe ich jetzt auch nicht ganz Also vielleicht sieht sie auch die Zukunft in den Elektroautos Ja aber auch die laufen doch kacke Ich meine Frau W. hat doch jetzt die Produktion zurückgestellt Die sind viel zu teuer Und sie haben gegenüber dem Benziner eigentlich keine so überwältigenden Vorteile Dass ein Kauf sich für den Normalkunden als Also geradezu aufzwingt Also die sind teurer in der Anschaffung Die brauchen lange zum Laden Die Infrastruktur ist nicht so gegeben Es gibt die große Unsicherheit mit dem Akku Und was steht dem gegenüber? Also weniger CO2 Okay wenn man umweltinteressiert ist Höhere Beschleunigung vielleicht Aber das sind alles eher schwache Argumente So für den Alltagsfahrer Der sein Auto braucht halt um durch die Stadt zu kommen Also das schafft er auch mit dem Benziner Da gibt es halt keine so mittelbaren Vorteile Wir brauchen ein Handelsabkommen Auch ein Thema gegen das die AfD sich ausspricht Und vieles andere mehr Inwiefern? Das heißt das Betonung von Problemen heißt noch nicht unbedingt Dass man die richtigen Lösungen kommt Die AfD ist ja sogar dagegen Den Handel mit Russland einzustellen So wie es gerade gelaufen ist Ja die meinen wahrscheinlich das Freihandelsankommen mit Kanada oder sowas Oder mit den USA Was aus guten Gründen kritisch zu betrachten ist Der AfD leider grundlegend nichts Herr Holm Jetzt Hey juhu Juhu Müller vertritt ja einen riesigen Industriezweig in Deutschland Einen der wichtigsten womöglich Nehmen Sie die Bedenken von Frau Müller ernst? Ich sehe sie so nicht Was soll er denn sonst sagen? Nein nehme ich nicht ernst Liegt die Autoindustrie in Großbritannien jetzt am Boden? Ja das ist ein guter Argument Ja Rolls Royce Wir hätten keine Rolls Royce mehr produziert Ich glaube ich glaube der läuft noch Der Laden läuft noch gut Im vorletzten Jahr einen Antrag geschrieben Ein Fitnessprogramm für Deutschland Was wir noch heute dringend bräuchten Das ist bisher ja bei weitem nicht umgesetzt Wir wollen eine vernünftige Wirtschaftspolitik Eine freiheitliche Wirtschaftspolitik Und wenn Sie Frau Müller den Dexit ansprechen Das ist für uns eine Ultima Ratio Denn wir wollen eigentlich zurück Zu einer gut funktionierenden Europäischen Gemeinschaft Natürlich mit einem Binnenmarkt Der ist wichtig für uns Ja und der nützt uns Den wollen wir haben Wir wollen auch die Reisefreiheit erhalten Innerhalb der Europäischen Union Wir wollen aber nicht aus Brüssel regiert werden Und deswegen brauchen wir diese Reformen Diese wollen wir anstoßen Und da muss man natürlich auch ein bisschen Druck aufbauen Das ist unser Ansinnen Also wir wollen zurück zu einer Wirtschaftsunion Die mit dem Freihandel auch sehr weit uns helfen kann Auch die Handelsabkommen sind natürlich durchaus sinnvoll Das ist auch mein Verständnis Ja auch da Also klar man kann nicht alles reinpressen In so einen Wortbeitrag Aber auch da einfach mal sagen Okay Sie alle hier sind die großen Demokraten Wissen Sie wie Politik in der EU gemacht wird? Ja Wissen Sie über welche Banden das läuft? Über die Kommission Die Vorschläge einbringt Die dann erst von irgendwelchen Parlamentariern Abgestimmt werden können? Ja Und wo ist da der Bürger drin? Was sind sie für Demokraten? Sie wollen das nur Sie wollen das nur erhalten Weil sie diesem supranationalen System anhaften Und weil sie die Leute weiterhin mündigen wollen Ja Wissen Sie wie viele Prostituierte in Brüssel ansässig sind? Ja Vielleicht ist es dort ähnlich wie in Davos Ja Das heißt Wollen sie jetzt raus aus der EU Oder wollen sie es nicht? Ich sage es ja Es ist ein Ultima Ratio Das kannst du auch unmöglich nicht verstanden haben, Luis Also Reformen hinbekommen Wir wollen Reformen in der Europäischen Union Die zu aller Nutzen sind Wir wollen nur nicht fremdgesteuert aus Brüssel sein Wir wollen als souveränes Deutschland Unsere Politik gestalten Aber natürlich vertragliche Beziehungen innerhalb der Europäischen Union haben Alter, die Unterbrechung Ja, Leute Ich glaube, wir sind bei 16 Haben Die uns einen freien Markt auch ermöglicht Ich lese das anders in Ihrem EU-Wahlprogramm Da steht es ein bisschen klarer Ja, dann können Sie nicht lesen So, das müsste die Antwort sein Dann können Sie nicht sinnenehm lesen Gehen Sie nochmal zur Schule Es gibt gute Kurse an der Volkshochschule zum Beispiel Da kann man sich einschreiben Da steht nicht, wenn wir es nicht reformiert bekommen, sondern da steht Die EU ist im Sinne der AfD nicht reformierbar und deswegen müssen Sie aus der EU raus Ist jetzt das EU-Wahlprogramm die Position Da die EU nicht im Sinne der AfD reformierbar ist, treten wir für die Neugründung einer europäischen Wirtschafts- und Interessengemeinschaft ein Was mit der Reformierung gemeint ist Das heißt ja nicht Das wäre eine neue EU Das wäre das, was Höcke sagt Ja, also Das ist eine Kack-Wort-Klauberei halt Wir gucken gerade, wie weit wir kommen Passierschein B38 Ja, genau Wir wollen nicht, was wir jetzt haben Wir gucken, was wir ändern können Ja Das, was ich hier sage, ist die Position Das heißt, das Wahlprogramm Können wir Der Dexit Ich sage es doch ganz klar Nein, wollen wir nicht Doch, Herr Höcke hat schon Herr Höcke Dann lesen Sie doch nach Herr Höcke hat schon Frau Kader Wir haben immer reihenweise Unwahrheiten verleitet Und das ist nichts in Ordnung Das muss ich sagen Ich will auch ganz kurz nochmal auf diese Oh mein Gott Frau Kader Aber dieses Rumreiß auf Kacke Auf dieser unbedeutenden kleinen Teilerei Er hat doch gesagt, was er will Wir bieten den Reform an In unserem Sinne Wenn sie den nicht wollen Die sind wir weg Es ist doch so einfach Bernd Und wieder musste Höcke mit ins Spiel kommen Ähm Ja, ich mach weiter Ich mach weiter Ich höre doch von Herrn Vogt nochmal ein Nein, nein Wenn Herr Höcke sagt 20 Millionen weniger Dann bezieht sich das nicht auf Migranten Sondern dass wir durch die demografische Entwicklung Immer weniger werden Darum ging es ihm Frau Müller Wenn jetzt also Herr Holm sagt was anderes Als in seinem Programm steht Das verstehe ich Ähm Dann vielleicht reden wir über Einen anderen Punkt Nämlich Welchen Beweis hast du geführt Dass er was anderes gesagt hat Als das, was im Programm steht Ich ähm Ja Er hat sich den genauen Text Von Passiert schon A38 wiederholt Ja Ja Also Wortklauberei Auch hier wieder Also das muss aufgebrochen werden Da muss man sagen Sie Verengen den Diskurs Auf irgendwelche Worte Ja Während wir jetzt dank der EU Den Getreideschimmelkäfer Mehl haben können Oder in der Nudel Oder so So Danke EU So Den Demokratieframe der EU Einfach mal Angreifen Du kannst ja auf die EU Verweisen mit diesen Kack Flüchtlingsverteilungen Seit acht Jahren Wollen die da ihre Flüchtlinge Verteilen Und nächstes nicht Ein Zentimeter Sind die nach vorne gekommen Wozu die EU Das ist eine Gemeinschaft Von Staaten Die sich nicht Wirklich umeinander kümmern Geht das Schicksal der Franzosen Jetzt vielleicht nicht Am Arsch vorbei Aber es ist für uns Nicht primär Weil wir deren Sprache Nicht sprechen Deren Kultur nicht teilen Und Weil wir natürlich auch Die 2000-jährige Konkurrenz Zu diesen ganzen anderen Staaten Nicht völlig aufgegeben haben Also wir sind jetzt nicht mal In kriegerischer Konkurrenz Zu denen Aber die Italiener Sind halt immer noch Italiener Und die Deutschen sind Deutschen Und die haben jetzt nicht Endlose Solidarität Voneinander übrig Bei Wahlprogramm Ob wir das jetzt noch Nehmen dürfen Das Programm Oder ob das alles nicht stimmt Überprüfen wir gleich Aber Alter Steht Die AfD Will eine neue Deutsche Markt Einführen Würde das der Industrie In Deutschland helfen? Nein Das würde uns natürlich Überhaupt nicht helfen Und ich will wirklich noch mal sagen Wir messen Der Euro hat uns gut geholfen Alle Parteien an dem Was sie auch aufschreiben Was sie sagen Ich glaube Nicht einzelne Wortmeldungen Die kann man immer Sich anhören Aber Ja dann Dann müsste der AfDler Jetzt sagen Dann gehen sie in den Diskurs Mit Frau Kador Die hat nämlich gerade angefangen Gedanken zu lesen Beziehungsweise auch Der CDUler daneben ihr Die deuten nämlich Sachen Über das Programm hinaus Auch das Auch das was sie gesagt haben Mit der eigenen Währung Das ist ein so komplexer Vorgang Niemand könnte voraussagen Welche Folgen das alles hat Ja Im Positiven und im Negativen Wenn wir hier einen neuen Währungswechsel durchführen Das kann Niemand Genau vorher sagen Das ist Viel Viel zu viele Effekte Die damit Reinspielen Ja aber auch diese Also klar Der Europa-Wahlkampf Er kommt ja Aber Ja es wird mit der AfD geredet Aber Ist Europa Das Thema Was die Leute dazu bewegt Die AfD zu wählen Also dieser Mann muss Er hatte vorher schon die Chance Er hatte vorher schon die Chance Den Diskurs auf die wirklich Empfindlichen Themen zu richten Die wurde vertan Also Hier Im Kontext EU Da kann er gar nicht über Doch er könnte theoretisch Über Migration reden Mit dem was du gerade Angesprochen hast Aber er kann nicht so wirklich Auf der Auf der Kommunalebene Argumentieren Mit den Containerdörfern Und das alles Mit den Mit den Kriminalitätsstatistiken Dass Der Diskurs wurde schon jetzt Irgendwo in die EU reingelenkt Ja und da Die ganz markigen Themen Der AfD Die sind nicht unbedingt die EU Ja also auch Ein wichtiges Thema Ja aber Nicht wahlentscheidend Für die meisten glaube ich Steht in ihrem Wahlprogramm Und insofern Ist kann ich nur sagen Für die deutsche Wirtschaft Ist das die Katastrophe In den Erfolge Wär es massiver Wachstum und Wohlstandsverlust Und genau Und der noch Herrn Fratscher Dahinsetzen können Wird dasselbe sagen So ist es mit Der deutschen Markt Dieser europäische Binnenmarkt Diese Währungsunion Die wir da haben So romantisch und schön Können wir uns vielleicht auch An den An die deutsche Marking Erinnern möchten Wird uns schaden Die Unternehmen profitieren davon Dass sie in der europäischen Handel keine Wechselkursschwankungen haben Wir haben damit eine stabile Währung Die auch mithalten kann Ja aber selbst wenn Ja das ist für die Export Wahrscheinlich sogar gar nicht schlechter Euro Weil wir durch die Wirtschaftsschwäche Relative Wirtschaftsschwäche Der anderen Länder In unserer Währungsstärke Abgewertet werden Und deshalb leichter exportieren können Mag so sein Aber das hat sich auch Für anderen Gebieten Führt das wieder zu Problemen Also zum Beispiel wäre unsere Währung Wahrscheinlich stärker Wenn wir nur Deutschland alleine wären Und dann könnten wir uns Exportprodukte einfacher Einkaufen Also das ist alles immer so ein Geben und Nehmen Und wie gesagt Der größte Autoexporteur Neben Deutschland auf der Welt Ist Japan Und die haben eine eigene Währung Und ein eigenes Land Und sind nicht in irgendwelche EU eingebunden Also geht auch so Gegen den Dollar Und gegen chinesische Entwicklung Wir brauchen Gemeinschaft Deutschland braucht Gemeinschaft Und dieser europäische Binnenmarkt Diese Integration Am Ende auch der Euro Der hat Wachstum und Wohlstand Und viele viele Arbeitsplätze Nach Deutschland gebracht Und das darf nicht leichtfertig Aus Spiel gesetzt werden Alter wie auf Knopfdruck Also es fällt mir auf Eine offene Frage Also Was dann netto Unten rauskommt Durch Euro und EU Für die deutsche Wirtschaft Das ist Sehr zweifelhaft Sehr zweifelhaft Also wie zum Beispiel Das hat ja auch Durch die EU Durch nicht Durch uns kontrollierte EU Zentralbankpolitik Eine extreme Immobilieninflation gegeben Das hat er zumindest mit angeheizt Das war nicht so gut Für die deutschen Sparer und Immobilienkäufer Wiegt das jetzt wieder Das Geld Was wir mit den Mit den Autoverkäufen Gemacht haben aus Und man muss sich auch fragen An wen geht das Geld Also eine Immobilienpreisteuerung Die betrifft jeden einzelnen Deutschen Aber was in der Automobilbranche Erwirtschaftet wird Betrifft nur die Leute Die da arbeiten Und wahrscheinlich Betrifft es disproportional Die Eigentümer Die Aktieneigentümer Dieser Firmen Positiv Und Ja Muss man sich auch fragen Sind das die Deutschen? Ich Möchte noch mal Darauf hinweisen Dass hier gerade Der Applaus Eine Millisekunde Oder so gedauert hat Bis das gesamte Publikum Kollektiv Geklatscht hat Es kann doch nicht sein Dass hier ein Querschnitt Der Gesellschaft sitzt Der Kollektiv Eine zehntel Sekunde Oder so Nachdem die ihren Satz Fertig gesprochen hat In dem nichts drinsteckt Er anfängt zu klatschen Ich glaube das einfach nicht Ähm Nochmal 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 kurz Äh 55 59 So Und dieser europäische Binnenmarkt Diese Integration Am Ende auch der Euro Der hat Wachstum und Wohlstand Und viele viele Arbeitsplätze Nach Deutschland gebracht Glaubst du jemand In diesem Publikum Hat dieses wirtschaftliche Verständnis Um zu verifizieren Dass sie da gerade Was Gutes gesagt hat Ich glaube nicht Das darf nicht Gleichfertig Aus Spiel gesetzt werden Bäm Applaus Wenn jetzt Frau Wenn jetzt Frau Müller sagt Ich paraphrasiere Das wäre nicht gut Für die Industrie in Deutschland Wenn man jetzt zu einer neuen Deutschen Markt So nennen sie das Äh käme Bringt sie das dann zum Nachdenken? Wir denken pausenlos Über Themen nach Und auch über dieses Thema Es ist ein schwieriges Feld Äh Wir sagen Der Euro hat Äh In einer In einem nicht optimalen Währungsraum Große Probleme Wir haben das mit Griechenland Ja erlebt Äh Das sind ja die großen Probleme Gewesen die wir gehabt haben Wir haben jetzt Italien Mit einer Schuldenquote Von 150 Prozent 60 sind nach Maastricht Nicht nur erlaubt Wir haben Target Seilen Also Forderungen Gegenüber dem Zentralsystem Äh Zentralbanksystem Der Eurozone Von über einer Billion Euro Das heißt Wir sind in einem sehr sehr schwierigen Feld unterwegs Und wir sagen Wir sind mit der deutschen Mark Immer gut ausgekommen Die war immer stark Wir haben dort Äh Bürger auch davon profitiert Weil wir natürlich Auch günstig zum Beispiel In Urlaub fahren konnten Ins Ausland Äh Die Exportwirtschaft Hat sich immer darauf eingestellt Auf eine harte Währung War Ist effizienter geworden Was auch ein Teil Unseres Erfolgsmodells war Also wir haben uns dort Immer gut angepasst Und deswegen ist das Durchaus eine gute Lösung Es ist nie eine gute Lösung Zurück in die Vergangenheit zu gehen So schön und so richtig Das in der Vergangenheit gewesen ist Heute spielen wir Nach ganz anderen Internationalen Regeln Wenn Europa hier eine Chance haben will Wachstum und Wohlstand Wie wär's denn mal Nach den eigenen Regeln zu spielen Zu generieren Dann wenn wir in Gemeinschaft Ich weiß es war jetzt wieder So eine populistische Aussage von mir Ich bitte um Entschuldigung Auch sind Und relevant bleiben Relevant vor dem Hintergrund Auch von geopolitischen Entwicklungen Und das werden wir nicht Wenn sie den Menschen suggerieren Dass eine Rückkehr in alte Zeiten Der Weg ist Wir können gestalten Das ist entscheidend Wuhu Lassen Sie mich das Lassen Sie mich auch noch ausschauen Die deutsche Wirtschaft Ist wettbewerbsfähig Wir sind hoch innovativ Auch in den Produkten Wir können wettbewerbsfähig sein Ja auch wir würden uns An der einen oder anderen Stelle Eine bessere Regierung wünschen In Berlin Die Dinge stärker unterstreicht Auch wir sind manchmal Gegenüberbordende Bürokratie Aber wir stellen die Grundfesten Das Fundament Auf dem wir stehen Auf dem es entstehen kann Den stellen wir nicht in Frage Im Gegenteil Wir wissen wie viele Arbeitsplätze Das in diesem Land sichert Aber Ich will schon mal sagen Also es sind wirklich große Probleme Ich hab's ja kurz angedeutet Über die muss man diskutieren Man muss ernsthaft darüber diskutieren Weil Die Gefahr besteht Dass uns das um die Ohren fliegt Aber Ich möchte auch sagen Natürlich ist es zuallererst die Aufgabe Dass wir in unserem Land Jetzt erstmal für Ordnung sorgen Denn Wettbewerbsfähige Unternehmen Das ist leider auch nicht mehr der Fall Wegen der hohen Energiepreise Insbesondere Darüber klagen doch alle mittlerweile Wir erleben einen Anfang Eine Deindustrialisierung Das betrifft auch Ihre Branche Die Automobilbranche Dass das jetzt mehr im Ausland produziert wird Wo die Energiepreise viel günstiger sind Und da müssen wir auch die richtigen Maßstäbe jetzt finden Damit wir wieder wettbewerbsfähig werden Wir sind es nicht mehr Wir erleben eine Abwanderung Auch andere Branchen gehen ins Ausland BSF baut ein Werk Für 10 Milliarden in Chinas Größer ist als das heimische Werk In Luwigshafen Das sind doch die Dinge Und China ist gar nicht in der EU Jetzt angreifen müssen in unserem Land Ich glaube Herr Holm Ist genau der Punkt Den man kritisieren kann Natürlich sprechen sie Probleme an Und natürlich haben Menschen Angst und Sorge Aber sie sind Nazis Ich bin nur dagegen Lösungen zu präsentieren Den gerade Auch gerade in den unteren Einkommensgruppen Am Ende des Tages Keine Perspektive dann bringt Da sind wir wieder bei Fratscher Also die AfD-Politik Würde tatsächlich ihren eigenen Wählern Am meisten schaden Der bürgerlichen Mitte oder so Lösungen sind kleine Die deutsche Automobilindustrie Hat 70% der Arbeitsplätze Die vom Export abhängen Ein Zurückziehen auf uns selber Der spricht doch das Verbrennerverbot Jetzt einfach an Sagt der Frau von der Automobilindustrie Ja was halten sie denn davon Von der grünen EU-Politik Dass sie keine Verbrennermotoren Mehr bauen dürfen Bald Da gibt es keinen Markt Da gibt es keine Arbeitsplätze Da gibt es überhaupt diese Optionen nicht Die Sie ansprechen Ich denke ich habe das doch recht deutlich gemacht Dass das nicht so ist Wir wollen natürlich den Handel mit anderen Nationen Wir wollen ein Europa mit einem Bühnenmarkt Das ist doch Das ist doch Was wichtig ist für uns Natürlich wollen wir das Steuerabgabenlast runter Infrastruktur, Bildung Das sind die Themen Die wir nach vorne Aber ich komme zu einem Ja okay Klammrot Das ging klammrot zu lang Mir fehlt da ein bisschen der Biss Also das Ja er ist generell zu passiv Es ist alles sehr beschwichtigend Gerade Die wirklichen Probleme mit der EU ansprechen Hingehen und sagen Okay Wie gesagt Ich würde mich hier nur wiederholen Sie sind die großen Demokraten Wie wird in der EU demokratische Politik gemacht Eben gar nicht Sie besteht darin Unsere nationale Souveränität zu schädigen Und wenn Sie ein wahrer Demokrat wären Hier auch der Mann von der CDU Dann wären Sie genauso dafür Dass die EU weniger Macht hat Ja aber Irgendwie sowas Schmissiges Das ging jetzt auch Von seiner Seite aus Waren das für mich Ein paar Geräusche Ja Ja Ihre Lieblingsthemen Nämlich Fachkräftezuwanderung In die Oh jetzt aber Mähnabt Jetzt ist der Moment gekommen Mähnabt Hast du ausgedruckt dabei Laminiert Ich hoffe es Also jetzt ist der Moment Es muss doch kommen Deutsche Wirtschaft Frau Müller Speziell für die Automobilbranche Wie wichtig ist das? Es ist extrem wichtig Fachkräftezuwanderung Zu lassen In unser Land 70% der Unternehmen Sagen Dass sie Fachkräftemangel Und Probleme haben Gerade auch die kleinen Und mittelständischen Unternehmen Übrigens im Wettbewerb Und das ist ja auch ein Phänomen Was nicht nur in Deutschland ist Das haben sie in allen Ländern Der Welt Und das heißt Es gibt keine Fachkräfte mehr Wie gesagt Alle Länder aus den Leute mit einem Hohen IQ kommen Mit einem Durchschnittlich hohen Bildungsabschluss Haben ein Geburtendefizit Wir können die nicht Endlos hin und her schieben Die können Irgendeiner geht leer aus So aus dem Ich nochmal Schön wäre es Aber aus dem Kongolesischen Dschungel Wird man sie nicht Rekrutieren Die werden nicht In dem Moment In dem sie hier Über die Die Bundesschwelle treten Zu Fachkräften werden Die werden überhaupt Nicht zu Fachkräften werden Wir sehen doch Dass die Nettoeinwanderung Eher in das Sozialsystem Hinein tendiert Und dadurch Minusgeschäft wird Ich habe doch nichts dagegen Qualifizierte Fachkräfte Einzugliedern Wenn man diese gezielt Anwirbt Wenn überhaupt Also wenn man das Überhaupt macht Ist das auch nur Ein Pflaster Langfristig musst du Den Fachkräftemangel Dadurch lösen Dass du die Deutschen Bürger ausbildest In diese Richtung Und Ja Also mehr ist es ja nicht Also das Ja Das war es Aber gut Ja Also wir ziehen jetzt Den Chinesen So lange ihre Fachkräfte ab Bis wir einfach China leer gesaugt haben Oder sowas Das will ich auch nicht Die sollen für sich meddeln Ich möchte für mich meddeln Und Ja ja genau Aber was ist unser Plan Und dann wenn irgendwann China leer ist Dann suchen wir Das nächste Land Also Das ist ja nicht so schön Eigentlich Müssen wir auch Attraktiv bleiben Als Land Genau für diese Menschen Wir müssen auch ausstrahlen Dass wir sie hier haben wollen Und Deutschland war niemals Als Einwanderungsland attraktiv Weil wir kein Einwanderungsland sind Wir sind ein Volks Also ein volkstümlich geprägtes Land Man sieht das ja auch Also Die Fachkräfte wandern doch ab Ja er soll das Und allein das Sprachargument Also Die internationale Was weiß ich Fachkräfte Sprechen halt alle Englisch Und dann ist es in Großbritannien Und vor allem natürlich In den USA Sehr viel einfacher Anstellung zu bekommen Und wenn man sich auch das Das ansieht Wo alle Ingenieure Also erfindenden Ingenieure Hin auswandern Also Die USA Schlägt Alle anderen Mitbewerber Zusammen Nochmal um das Drei, vier, fünffach raus Die wandern alle In die USA aus Und das hat mehrere Das hat ja mehrere Gründe Das ist Einmal die Sprache Einmal der große Zentralisierte Markt Einmal das viele Ja aktuelle Technologien Da entwickelt werden Ja So ist es halt Und die Steuern Es gab da einen großen Ja Steuern sind auch nicht Zu hoch Genau Es gab da Von diesen ganzen Migrationsbewegungen Der Fachkräfte sozusagen Gibt es einen großen Gewinn Das sind die USA Und viele kleinere Verlierer Jetzt nicht über Integrationsprobleme Oder anderes Auch hier vermischen Sie Das eine mit dem anderen Da würde der Herr Bein Jetzt ja gar nicht Widersprechen Weil Herr Holm Ich lese es in Ihrem Europawahlprogramm Sie wollen ja auch Fachkräfte haben Für Deutschland Und da schreiben Sie Mit Blick auf gelernte Fachkräfte werden wir Eine strenge Vorrang- und Alternativprüfung Einführen Zunächst sind zwingend Die einheimischen Potenziale So wie der europäische Arbeitskräftemarkt Auszuschöpfen Was bedeutet das? Das bedeutet natürlich Dass wir zuerst Uns um unsere eigenen Menschen sorgen müssen Wir müssen sie gut bilden Da hapert es ja schon Wenn ich heute bei den Handwerkern höre Was bedeutet eine Vorrang- Entschuldigung Ich muss doch mal Meine Argumentation Auch entwickeln dürfen Ja ja ich finde auch Da gibt es noch eine Unterbrechung Obendrauf Ja und wie gesagt Also beim Thema Bildung Dann hast du halt Brennpunktschulen Wo halt Unterricht Nur in Maßen Überhaupt noch Möglich ist Aufgrund des Vorsichtig ausgedrückt Alphabetisierungsbedarfes Der Schülerschaft Ja Du könntest Auch wir Machen wir es mal Machen wir es mal Ja ja also auch da ist die Mutter Die Mutter des Fachkräfte-Ausbildungsproblems Mittelfristig gesehen Ja in 10 Jahren 18 Jahren Ist natürlich auch die Demografie An der Schule Ja die Schulen werden immer schlechter Das Bildungsniveau wird immer schlechter Und auch das hängt mit der Migration zusammen Natürlich hast du einen Lehrermangel Wenn die Klassen Also wie groß waren die Klassen Als du in die Schule gegangen bist Auch wahrscheinlich schon zu groß So 30 Schüler oder so 30 Schüler ungefähr ja Jetzt haben wir Klassen Mit 40 Schülern oder so Das Oh mein Gott Und dann mischst du noch Die Inklusion mit rein Ja Dann Dann machst du Dann Dann setzt du dieses Ideologieprojekt Dann auch noch oben mit drauf Dann muss da der Sonderpädagoge Noch dem einen Schüler zur Seite stehen Der dann auch nochmal Alles aufbereiten muss Und Das alles dann mit einem Im Brennpunktbereich Mit hohem Migrationsanteil Mit Alphabetisierungsbedarf So wären das nicht Die Bildungseinrichtungen Aus denen dann Die neuen Fachkräfte dann Wenn sie dann am Ende sind Ja Rauskommen Ja Unsere Akademisierungsrat ist zu groß Man könnte ja auch viele Gar nicht zum Studium zulassen Dann könnten sie irgendwas In der Ausbildung machen Das wäre da auch gut Also Viele Studienabschlüsse Sind überhaupt nicht nötig Selbst der Doktortitel von Weidel Und den ganzen anderen Soziologen Selbst bei vielen Naturwissenschaften Haben wir schon geklärt Ist nicht nötig Weil da sowieso nichts mehr rumkommt Und die keiner liest Ja Das ist einmal Aber auf der Langfristig Wie gesagt Wird das an der Geburtenrate Nicht vorbeikommen Weil sonst ist das halt Ein Losing Game Das sind alles Pflaster Bis es irgendwo In der westlichen Welt Mal wieder ein Land gibt Das mehr Schlaue Leute produziert Als es verbraucht Ja wie gesagt Warum nicht die Missstrategie Warum nicht sagen Okay Qualifizierte Als Pflaster Langfristig Eigene ausbilden Es wäre doch so einfach Also ich verstehe gar nicht Warum man hier So lange mit dem Mann diskutiert Darüber Ja das Problem ist Also Man könnte natürlich sagen Man nimmt Man versucht es als Pflaster Es gibt gar Wie gesagt Gar nicht so viele Internationale Fachkräfte Die nach Deutschland Wollen und kommen würden Ja Und das ist auch nicht so leicht Also wir reden hier von Vielleicht In welchem Größenordnung Würde es das bewegen Zehntausende Vielleicht Ein guter Marker dafür wäre Halt einfach sich anzuschauen Okay wer wandert denn ab Wo wandern die meisten Leute hin Ab aus Deutschland Und das sind natürlich Hochqualifizierte Leute Ja Schweiz und USA Schweiz Schweiz und USA Ja Schweiz wegen der Steuer Wahrscheinlich auch unter anderem USA auch wegen dem Breitgefächerten Angebot An Fachkräftestellen Überhaupt Analysieren zu können Dass du attraktiv bist Für das Anwerben von Fachkräften Dafür wäre ein sinnvoller Marker Sich anzuschauen Okay warum wandern Denn Leute gerade ab Bei uns die qualifiziert sind Und ich mache irgendetwas richtig Wenn ich Bedingungen geschaffen habe Dass die noch nicht mal mehr abwandern Dann hätten wir schon mal 12.000 pro Jahr mehr 12.000 ungefähr wandern aus Aus Deutschland Das sind qualifizierte Leute Wenn du Bedingungen geschaffen hast Dass die das nicht mehr tun Dann hast du schon einen guten Schritt In die richtige Richtung gemacht Um auch attraktiv zu sein Um Leute anzuwerben Wenn das aber immer noch De facto so ist Wie es gerade ist Dann müssen wir nicht darüber diskutieren Irgendwelche Leute zu importieren Wir sind nicht attraktiv Wir sind so unattraktiv Dass unsere eigene Leute weggehen Das funktioniert das Aber hier ist ja eine Verständnungsfrage Es geht darum Dass wir unser eigenes Potenzial heben Und wir haben Wir haben im Moment Ein Bildungssystem Was auch an die Wand gefahren wird Wenn ich erlebe Meine Ministerpräsidentin In Mecklenburg-Vorpommern Die darüber nachdenkt Dass wir das Pflicht Abbi in Mathe abschaffen wollen Es geht ums Bildungswesen Wir müssen unsere jungen Menschen Schrenge Vorrang Und Alternativprüfung Genau Junge, Junge Herr Klamroth Der hat doch auch Ein Knopf im Ohr, oder? Im Sinne von Also bitte jetzt hier Der AfDler kommt dran Bitte unterbrechen Sie Bildungswesen Genau darum geht es Dass wir die jungen Menschen Sozusagen so gut bilden Und ausbilden Dass sie in die Puschen Derjenigen gehen können Die in Rente gehen Also Bildungssystem Ist auch in gewisser Weise Nur ein Cope Das kann zwar besser funktionieren Als unser beschissenes Bildungssystem Aber auch dann Jede Gesellschaft Produziert halt Wir wollen über was anderes reden Dann stelle ich Frau Müller Die Frage Frau Müller Strenge Vorrang Junge, jetzt geht er einfach weg Während er redet Da gibt es aber auch noch mal einen Obendrauf hier 24 Unterbrechungen haben wir schon Alternativprüfung Will die AfD einführen Das wollte Herr Holm Mir jetzt nicht beantworten Ich weiß es aber Ich wollte es beantworten Aber Sie wirken mich hier So schnell ab Dass ich gar nicht dazu komme Dann tun Sie mehr Ich probiere es ein letztes Mal Ja, jetzt geht er auf Tuchfühlung Wie er sich da auch immer hinlehnt Naja, gut Ich hätte auch gefragt Herr Klamroth Wollen Sie mich küssen? Alternativprüfung Was bedeutet das? Das bedeutet Dass wir natürlich Unsere Menschen Zuerst in Arbeit bringen wollen Unsere Menschen Diejenigen, die hier auch Oh, Frau Kador wiederholt es wieder so Ja, wir meinen Wir meinen die Deutschen Die nicht geboren werden In Zahlen, die nicht groß genug sind Wir meinen die mit dem Reisadler Auf der Brost, ja Weißt du Also Frau Kador möchte hier irgendwie wieder Alter Aufgewachsen sind Die hier ihren Anfang Dem Ihre Familie gründen Lassen Sie mich doch jetzt mal bitte aussehen Ich möchte das jetzt auch mal wissen Doch, was sagen Sie jetzt mal Und da würde ich Zu Kador sagen Ähm Sie würden nicht fragen Wenn Sie nicht schon längst Eine Meinung darüber hätten Egal was ich Ihnen hier antworte Sie werden es mir Maximal bösartig auslegen Fragen Sie doch mal Fragen Sie doch mal Die Leute in der Türkei Was sind unsere Leute? Sagen die Leute, die uns wählen Und die anderen Die, die Sie wählen Die können ja sehen Was sie davon haben Über diejenigen Reden, die hier aufgewachsen sind Die hier ihre Schule Absolviert haben Die eine Lehre angefangen haben Oder die ein Studium abgeschlossen haben Oder ihre Menschen Das sind alle Deutschen Die hier leben Wer ist denn für Sie Deutscher? Und Sie sollen natürlich Zuerst die Jobs bekommen Die hier angeboten werden Wer ist denn für Sie Deutscher, Herr Holp? Wer ist denn Deutscher? Guck mal, aber diese Aggressivität Die ist ja auch gut Von Frau Kador Also die Natürlich geht sie gerade gut vor Ganz im Sinne ihrer Sache Klar Aber dieselbe Aggressivität Müsste ich mir von anderer Seite Würde ich mir auch an der Stelle wünschen Das Problem ist natürlich Sie geht natürlich auf wieder Einen guten Punkt Auf den ich schwer antworten kann Das Ding ist halt Betrachten es wieder realistisch Hat auch Erik Holm Ein ethnisches Verständnis Der Deutschen Nicht vollständig Wieder gesagt Aber die Antwort wäre am ehesten Die ethnisch Weißen Deutschen Und ihre Kultur Eng Verbündeten So, das sind natürlich Unsere Leute Das ist das rechte Lager Um die kümmern wir uns zuerst Aber allein das zu sagen Ist ja schon wieder Grenzverfassungswidrig Aber trotzdem ist Also Eine Partei muss sich um die Leute kümmern Die sie für Also Die sie wählen Und die AfD wird nun mal von Genau dem Klientel beschrieben Was ich gerade Umrissen habe Das heißt Die müssen zuerst kommen Und so macht das die Kador ja auch Also Die bedienen ja auch die ganze Zeit Ihr komisches Schwulenklientel Und ihr komisches Ausländerklientel Weil die von denen gewählt werden Ich glaube die richtige Antwort Auf die Frage Wer sind denn die richtigen Deutschen Da wäre die schmissige Antwort Die, die sie verachten Die Leute, die sie hassen Die meine ich Die alten weißen Männer Ja Ja, du versuchst das immer Rhetorisch ganz gut zu lösen Ich muss auch sagen Du kommst auch meistens Auf ziemlich gute Antworten dabei Das kann schon funktionieren Aber das geht nur aus dieser Warte Hier gemütlich im Schreibtischstuhl Ja Also live ist das was Ja, vielleicht geht das sogar live Das Problem ist In der schmissigen Antwort Liegt historisches Potenzial Aber es geht auch immer Ein bisschen Wahrheit dabei unter Ich vermute einfach mehr Also Das was ich beschrieben habe Ist unangenehmer Und das kann man viel schwieriger verkaufen Und es ist auch Ungesetzlich Unter dem jetzigen Frame Aber es ist halt wahr Es ist halt Es ist ja ein Verbund Der Realität Ja Es geht um Es geht um die Leute Die Kinder von Deutschen sind Und es geht um die Leute Die kulturell Ja Mit uns keine Reibereien haben Wenn man so möchte Ja Also es ist ja auch ein Verbund Es geht nicht um die Um die künstliche Verengung Auf irgendeinen Zu 100% ethnischen Begriff Aber gehen sie doch mal In irgendein anderes Land Gehen sie in irgendein anderes Land Und fragen sie die Leute Ob nicht auch die Familiengeschichte in dem Land Vielleicht auch eine Rolle spielt Im Hinblick auf Die Zugehörigkeit Zu dem Volk in dem Land Ja In jedem normalen Land Würden die Leute sagen Natürlich ist das eine Komponente Zusammen mit Kultur Genau Deswegen würde ich das ja auch nicht Als künstliche Verengung betrachten Also das spielt schon eine Rolle Aber selbst diese Position halt Dass die ethnische Abstimmung Irgendeine Rolle spielt Größer als 0% Ist illegal Und also Das ist ein Problem Ich rede jetzt über Ja ich wollte Sie spielt halt Sie spielt auch für jeden Der aus dem Muslimisch oder Arabisch Im weitesten Sinne geprägten Kulturraum zu uns kommt Für die spielt der Pass De facto Keine Rolle Wenn es darum geht Sich In der Peer Group Zurechtzufinden Mit wem man sich identifiziert Da spielt es keine Rolle Ob du den Deutschen Den Doppelpass Oder nur den türkischen Pass hast Diese Leute halten einfach zusammen Ja Aber für das Bundesverfassungsgericht Das in dem Haufen Allmann-Boomer sitzt Für die spielt halt Nur der Pass eine Rolle Und das ist das Problem Wir haben eine Gesetzgebung Die an den realen Macht- und Realitätsverhältnissen Vorbei Entscheidet Hören Sie doch bitte Hören Sie doch bitte die Frage Hören Sie doch kurz zu Wir können doch hinterher Die Frage dazu stören Und kommen zu der Frage Es geht darum Ich will aber einmal Weil er räumt Es geht darum Dass wir diese Leute Zuerst in Arbeit bringen Darum geht es Das ist die Vorrangprüfung So und jetzt kann ich den Punkt Endlich mitnehmen Zu Frau Müller Und fragen Strenge Vorrang Und Alternativprüfung Einführen Ganz konkreter Punkt Damit wir es mal konkret machen Das will die AfD Für die deutsche Wirtschaft Frau Müller Was würde das bedeuten Für deutsche Unternehmen Ich frage mich Was das ganz praktisch Heißen soll Wie auch das Verfahren Gehen soll Wir haben ja Fachkräftebedarf Und übrigens Gerade in der deutschen Ja ich hätte bei Kador Den Spieß umgedreht Und die Leute Mit rhetorisch guten Antworten Zu schlagen Muss genau die Strategie sein Und zwar zu sagen Wer sind denn ihre Leute Frau Kador Was bedeutet denn Bei ihnen ihre Leute Und dann Würde man nach drei Sätzen Darauf kommen Dass es für sie so etwas Wie Deutsche Über den Pass hinaus Gar nicht gibt Dass die gar nicht existieren Da würdest du In drei Sätzen Wärst du bei ihr An diesem Punkt Ja Und in diesem Moment Wo du denen klar machst Also es ist ja auch Effektiver In dem Moment Wo du den Leuten Klar machst Diese Leute Wollen euch Gar nicht Als Volksgruppe Überhaupt Wahrnehmen In dem Moment Wird halt jeder So ein Stechen In der Brust fühlen Und sich denken Moment Aber ich bin doch Ein Deutscher Also pass dir nur daher Ja also Nicht für das Bundesverfassungsgericht Nicht für das Höchstgericht Eines Staates Da bist du halt Ein Passdeutscher Auch du als Deutscher Der hier 1500 Jahre Gelebt hat Die deutschen Industrie Und das gilt nicht nur Für die Autoindustrie Gibt es ja eine Menge An Programmen An Qualifizierung An Weiterbildung An Entwicklung Auch an Gerade an Programmen Junge Menschen In Berufe Hineinzuheben Etc Das heißt wir arbeiten An diesen Themen Ja auch Ich glaube nur trotzdem Dass uns das nicht hilft Bei dem akuten Fachkräftemangel Den wir haben Wenn sieben von zehn Meiner Unternehmen Sagen sie haben Ein Fachkräftemangel Dann brauchen wir Auch eben diese Zuwanderung Und an Ländern Wie sich Abschotten Wie zum Beispiel Japan Ja Einschnitt Aber sie findet Nicht qualifiziert statt Sie findet in einer Art Und Weise statt Dass sie auch Ein Verlustgeschäft Für sie ist Und auch für ihr Kind Was nach der Schule Alleine nach Hause gehen möchte Sie sagen Das japanische Modell Das ist eins Was sie unterstützen würden An denen sieht man Wie Wirtschaftskraft Verloren geht Japan ist uns In der Demografie Der japanische Weg Ist der Der uns bevorsteht Egal was wir tun Weil wir Nicht endlos Fachkräfte Abziehen können Ich meine Die Kackautos Müssen ja noch Irgendwohin verkauft werden Wenn wir jetzt aus China Und Russland Und ganz Osteuropa Und Ostasien Wenn uns das gelänge Fachkräfte Und Fachkräfte Und Fachkräfte Abziehen Dann sinkt deren Wirtschaftsleistung Dauerhaft Und wir können darin Die Autos nicht mehr verkaufen Weil auch deren Demografie Ist alle am Arsch Also das klappt doch nur Ein paar Jahre lang Aber auf Jahrzehnte hinaus Werden wir Den Die Exportraten Und die Wirtschaftszahlen Die wir haben Nicht halten können Weil das halt Eine direkte Funktion Der absoluten Anzahl Von Menschen ist Und die sinkt Mir fehlt auch wieder Mir fehlt auch wieder der Angriff Auf die Öffentlich-Rechtlichen Also er hätte jetzt Auch genug Chancen gehabt Das Thema auch weiter Einzuengen Auf das Geburtendefizit Und dann hätte er Sagen müssen Zum Beispiel sind Sie hier Ja genau Sie Herr Klamroth Und die Arbeitgeber Die Öffentlich-Rechtlichen Sie tragen auch mit Eine Schuld daran Dass die Leute sich Eben für einen frivolen Promiskuitiven Lebensstil entscheiden Anstatt die Verantwortung Der Gründung einer Familie Auf sich zu nehmen Zum Beispiel durch Formate wie Und dann den Finger rausholen Und sagen Funk Auf Klo Werbung für Sterilisation Antinatalismus-Diskussion Bei Unbubble Wo die Position Wo beide Straight-up-Feministen sind Und die eine Von beiden Es uns ernsthaft Ich weiß nicht Ob ihr das gesehen habt Als egoistisch Es uns verkauft Kinder zu bekommen Weil sie dem Irgendein Also das ist ja schon bösartig Ein Vererbungs Einen ideologischen Vererbungs Anspruch Derjenigen Die Kinder machen Irgendwie unterstellt Also im böswilligen Sinne Und Also solche Formate Die bringen sie hier In den Öffentlich-Rechtlichen Sie tragen mit Eine Schuld daran Dass die Leute hier Zu wenig Kinder bekommen Also auch da mal angreifen Also sehr defensiv Ich glaube der Stärkste Auftritt Dieses Jahr War glaube ich Echt Chrupalla bei Lanz Mit Worüber haben die beiden geredet Vielleicht über Milch Ja ich glaube das Es wird glaube ich Bis jetzt ist es der beste Auftritt Also der hier ist auch so Mittel Ja Das ist nicht so desaströs wie Gauland Das muss man schon sagen Ja aber Naja 10 bis 15 Jahre voraus Die Gesellschaft überaltert Man findet keine Arbeitskräfte Das wir übrigens leider auch Keine künstliche Intelligenz Oder anderes wünschen Gerade auch in vielen Berufsgruppen Und Japan ist abgerutscht Jetzt in der Wirtschaftsleistung Von Platz 3 auf Platz 4 Und das ist sehr wahrscheinlich Erst der Anfang Und ich sag nochmal Ich bin weltweit unterwegs Ich weiß dass überall Fachkräfte gesucht werden Überall Qualifizierte Bewerber Ja überall werden sie gesucht Und trotzdem sollen wir sie Überall abwerben Geht ihr das nicht auf Dass das ein Nullsummspiel ist Halt Wo sollen die herkommen Gleich kommt wieder Applauswetten Und Bewerber gesucht werden Damit auch Deutschland Braucht diese Kräfte Und deshalb müssen wir da auch anwerben Und müssen auch für diesen Momentum sprechen Es gibt irgendwo tief im Dschungel Einfach so ein Brunnen Da spawnen die ganze Zeit Fachkräfte Die kommen da so mit einem Blaumann raus Und die müssen dann nur noch eingesammelt werden Mit dem Schraubenschlüssel in der Hand schon Ja genau Die müssen dann nur noch verschifft werden Und dann Dass wir das einfach nicht tun Komisch Komisch Alle Länder Die ein Fachkräfteproblem haben Auch gleichzeitig ein Geburtenproblem Bildungsoffensive Aber zu sagen Das muss es wirken Oder Wir brauchen mehr Kinder Also Demografie kann man ja rechnen Was das heißt Das ist ja nicht von heute Ja ich will ja nur Wir leben im Ist Wir müssen Lösungen jetzt im Ist finden Für die Menschen Und vor allem müssen wir jetzt daran arbeiten Unsere Wettbewerbsfähigkeit nicht zu verlieren Und das ist das Was mich an Ihrem Programm So besonders in Sorge Entschuldigung Dafür müssen die Grünen erstmal weg Sie versprechen gerade Aufgrund der Ängste Die die Menschen gerade haben Lösungen Die keine sind Und das ist das Worum wir ringen müssen Auch streiten müssen Nein ihre Lösungen sind keine Fachkräfte anwerben Einfach wie gesagt Aus dem magischen Spawnbrunnen Fachkräfte anwerben Schön wär's ja Wo will sie die hernehmen Man müsste sie halt mal fragen Und das Problem ist Am Ende kommt die Antwort Afrika Also das ist ja der einzige Die einzige Antwort die Sinn Oder Arabien Die einzige Antwort die Sinn machen würde Weil das die einzige Region Auch der Welt mit einem starken Geburtenüberschuss ist Und es tut mir leid Aber das klappt nicht Also Medab-Statistik Wäre dann auch das harmlosste Was man dazu anbringen kann Wir haben ja genug Migration Aus diesen Ländern Und die haben den Fachkräftemangel Innerhalb von 5 Jahren Oder so Immer noch nicht gelöst Wir sehen die Zahlen Im Sozialsystem Und die Leute Die arbeiten Sie sind jetzt nicht In die hochqualifiziertesten Berufe eingestiegen Wo wir Fachkräfte brauchen Es ist einfach die Realität Es funktioniert so nicht Ich finde es auch interessant Dass jetzt hier ein Großteil Der Diskussion Von irgendeiner Automobillobby ist Den jetzt gerade Gegen den AfDler Geführt wird Und kein anderer In dieser Runde Überhaupt in irgendeiner Art und Weise Fett wegkriegt Oder irgendeiner Der politischen Standpunkte Dort von Frau Cador Oder so Behandelt werden Es geht nur gegen ihn Also ich meine Als wäre das der Zweck Ja Das ist ein Diskurs Ich bin nun wahrlich Nicht mit einer Meinung Was die Ampel dort tun Aber bitte doch immer Mit Lösungen Die am Ende des Tages Geeignet sind Das Problem zu lösen Und nicht billigen Populismus Zu bedienen Also es gibt keine Lösungen Applaus auf Knopfdruck Ja 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 Es gibt keine Lösungen In der Lage ist Das Problem zu lösen Wir sind Es ist so weit gediehen Es ist auch immer Diese Kack Machbarkeitsutopie Als ob es für jedes Problem Eine Lösung gäbe Ja lern 8 Meter hoch zu springen Du hast bis morgen Zeit Du hast bis nächste Woche Zeit Wie viel Zeit brauchst du Du wirst das nie lernen Weil es Weil es Grenzen gibt Oder es Probleme gibt Die nicht einfach gelöst werden können Und So eins ist der Fachkräftemangel Den wir zur Zeit erleben Es ist doch Wir versuchen immer das eine Gegen das andere auszuspielen Das ist einfach nicht richtig Also die Bildungsoffensive ist wichtig Natürlich ist uns wichtig Dass unsere Leute Zuerst die Jobs bekommen Das schließt doch aber nicht aus Wir haben diesen Fachkräftemangel Den negieren wir auch gar nicht Der ist da Und auch wir sind dagegen Dass wir die Fachkräfte Die wir wirklich brauchen Natürlich gezielt tun Aber was wir machen Ist ja etwas anderes Wir betreiben jetzt Eine illegale Migration Seit Jahren Auch schon unter der Merkel-Regierung Und jeder kommt ins Land Niemand wird nach Hause geschickt Und die wandern natürlich überwiegend In die Sozialsysteme ein Fast die Hälfte Derjenigen im Bürgergeld Niemand geht nach Hause Stimmt natürlich nicht Es hat nur nichts mit Fachkräften zu wandern Die 3000 im Jahr Oder was weiß ich Oh mein Gott 13.000 werden du dann pro Jahr Ungefähr 150.000 oder so Wieder aufnimmst Bei denen auch wieder Asyl gerufen wird Wo du halt ganz genau weißt Allein wegen der Drittstaatenregelung Nein Also den anderen Punkt Hat Klamroth übrigens nicht angegriffen Ja das war schon eine Truthbomb Ja das stimmt Also ungefähr jeder zweite Bürgergeldempfänger Hat keinen deutschen Pass Ja aber ich will nur mal sagen Aber wir machen ja genau das nicht Wir machen ja genau das nicht Wir haben eine Einwarnung Und 62% der Bürgergeldempfänger mit Familie Empfängt Bürgergeld Und der hat Also falsch 62% der Bürgergeldempfänger mit Familie Haben auch keine deutsche Staatsbürgerschaft Sozialsysteme Aber die Fachkräfte kommen ja gar nicht Weil unser Land diese Standortbedingungen hat Die nicht tragfähig sind Vielleicht kommt ja auch der Sinn Weil unser Land ein Rassismusproblem hat Unser Land hat gar kein Rassismusproblem Alter Ey jetzt kommen Oh mein Gott Jetzt kommen die Fachkräfte nicht Wegen einem Rassismusproblem Also Bitte Also da sind wir jetzt angekommen Mann Ja Die Fachkräfte kommen nicht Wegen dem Rassismusproblem Ja Genauso wie die ganzen Juden Und die ganzen Die ganzen Iren Und die ganzen Polen 1910 Ins New Yorker Ghetto Eingewandert sind Wo Einfach Also ich will jetzt nicht sagen Dass sich alle gegenseitig gehasst haben Aber wo Ethnische Spannungen An der Tagesordnung waren Also von einem Ausmaß Die wir uns nicht vorstellen können Und die trotzdem alle Nach Amerika ausgewandert sind Als wäre es Leuten Eigentlich relativ egal Solange sie da Das ist ein Rassismusproblem Weil natürlich die Menschen Vorher Ja klar Deswegen sind die ja so geil Alter was soll das denn Ey Also irgendeine Frau im Spiegel hat gesagt Wir haben ein Imageproblem Vielleicht ist da ein Stück Wahrheit drin Aber zu deren Ungunsten Ja weil natürlich Keine Ahnung Weil natürlich Names hinein berichtet werden Also erzeugt das nicht auch Ein Image nach außen Also wenn dann Also dann müsste man sagen Okay wer hat das Image denn Propagiert Bis weit über die Landesgrenzen hinaus War das die AfD Oder waren sie das Ne Nach Sachsen Einwanderer Droht mir da möglicherweise Wenn ich Inder bin Auf der Straße Gefahr Herr Horn Das ist eine reale Was Wer hat denn irgendwas Gegen Inder Warte mal kurz Ähm Außerdem kommen die Einwanderer Nicht nach scheiß Sachsen Sachsen ist kein großer Staat Und Sachsens Wirtschaft ist So mittel Die Einwanderer sind vor allem In Hessen und in Baden-Württemberg Und in Bayern ansässig Weil da auch die größten Betriebe stehen Ja also Auch da wieder einfache Frage Okay Numerisch können sie das Irgendwie darstellen Haben sie irgendeinen Statistischen Beweis Für das was sie hier Gerade vorgebracht haben Oder ist das mal wieder Irgendeine Meinungsumfrage Von einer Von einer linken NGO Ähm Weil dann Dann würde ich halt Genau das hier einblenden Und das Damit wäre das mit dem Rassismusproblem Beendet Diese Diskussion Mord und Totschlag Täter Deutsch Opfer Flüchtling 5 Andersherum Täter Flüchtling Opfer Deutsch 38 Sexuelle Selbstbestimmung Täter Deutsch Opfer Flüchtling 164 Andersherum 1109 Ja genau Und ausgedruckt Was haben sie mir noch zu erzählen Über das Rassismusproblem Also wenn dann Dann ist die Die Abneigung Sollte es ein Indikator Für Abneigung sein Andersrum Geartet Gerade zugehört Wofür klatschen sie gerade Dieser Mann hat einfach Irgendetwas behauptet Einfach so Na gut Wir sind nicht mehr Platz 50 Der attraktivsten Nicht auf diesen Thesen Eingehen Auf diesen Art von Populismus Sprech Wir dürfen auch den Hass Das war ja gerade Populismus Sprech In der Wortwahl Nicht zulassen Den ich in vielen Auseinandersetzungen Feststelle Das schlägt im Ausland Große Wellen Natürlich auch besonders Mit Blick auf unsere Geschichte Ich habe das anfangs erwähnt Ein Momentum finde ich heraus Aus dem wir auch alle Junge wir kommen wieder Also können die denn was anderes Als 1933 In der Argumentation Geht da irgendwas anderes Also ich würde mich Lächerlich machen Ich würde mich lächerlich machen Würde ich über die Grünen reden Und dann die ganze Zeit sagen Ja genauso wie Stalin Genauso wie die Sowjetunion Genauso seid ihr Wie die Sowjetunion Damit würde ich keinen Keinen Menschen Klaren Der mit klarem Denken Gesegnet ist Überzeugen Innehalten müssen Auch in Wortwahl Auch in Taten Auch in ihrer Partei Sie können sich nicht Von einzelnen Personen Immer hier sozusagen Mir wurden gerade Zahlen Und Fakten versprochen Absetzen Aber gleichzeitig zulassen Dass diese Worte Und diese Thesen In ihrer Partei Gang und Gäbe sind Und da muss man leider feststellen Dass dieser Hass Diese Entmenschlichung Immer mehr zunimmt In den letzten Monaten Kein Herr Gottverdammt Inder kommt nach Deutschland Also Ja Mag ein paar geben Aber auch dann Wo wollen Inder hin Wie gesagt Die lernen dann eher Englisch Und gehen In eine englischsprachige Also wenn ich Inder wäre Dann würde ich mich Klar in der Sprache Das sind sie leider heute auch nicht Sie sagen immer Es sind Einzelfälle Oder sonst Ja aber Ich finde Also Zahlen wurden uns versprochen Keine wurde präsentiert Ähm Der Freeze frame Das Publikum Ähm Ja Schöne Brille Ähm Auch da einfach sagen Auch das aufbrechen Die müssen Lernen Die Diskussion In dieser Runde Aus der Vogelperspektive Zu betrachten Wenn sie dort sitzen Und sagen Liebes Publikum Die vierte Gerne die vierte Wand durchbrechen In die Kamera direkt reinschauen Sie sehen doch selbst gerade Was hier passiert Oder Ich Also Wir haben hier ein Geburtenproblem Wir bilden die Fachkräfte nicht aus Jetzt wird uns hier ein von Anwerbung von Fachkräften erzählt Während Das eine Nettozuwanderung Ins Sozialsystem bedeutet Was wieder weitere Milliarden Den Steuerzahler kostet Und jetzt erzählt uns Diese Frau hier gerade Dass Das am Rassismus liegen würde In Deutschland Und dann Damit überbande An der AfD Während wir Keine Regierungsverantwortung hatten Merken Sie was hier gerade passiert Merken Sie gerade Dass wirklich die Lösung Gar nicht besprochen wird Und uns gerade Die Schuld für etwas gegeben wird Wo wir gar keine Verantwortung für haben Merken Sie das Der Image-Schaden Der Image-Schaden Der Image-Schaden Durch eine Partei Die nicht gewählt wurde Also In Regierungsverantwortung Ja dadurch Alter Ich finde es schon nicht richtig Dass wir Ich möchte wenn du so einen Inder fragst Der weiß nicht wohl Was die AfD ist Das interessiert den auch nicht Ja Ja In der Analyse schon immer Immer diese Polarisierung betreiben Das ist doch unser Grundproblem Wir müssen uns doch mal klar machen Die Fachkräfte Kommen doch nicht wegen der AfD Nicht Das ist ja Unsinn Das ist Ja ja okay Gut 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 Wirklich ja Unsinn Ich kenne die Geschichte schon Von der letzten Landtagswahl Als wir auf Usedom In Mecklenburg-Vorpommern So gute Ergebnisse hatten Da hieß es Nächstes Jahr kommen keine Urlauber mehr Und was war es Kam mehr Als im Jahr zuvor Das ist Unsinn Ganz einfach Wir müssen die Standortbedingungen In unserem Land So attraktiv Ja und ihr merkt Der Punkt ist gut Weil Klamrod sich jetzt hier wieder Lasziv an den Tresen lehnt Um ihn hier Aber ihr seht Er ist von der Wortgewalt Ein bisschen zurückgedrängt Deswegen so die Sein Kopf steht weiter hinten Als sein Bauch gerade Ja Die Körperhaltung ist auch gut gerade Von ihm hier Der gerade redet Von dem Erik Ja Und jetzt muss Klamrod intervenieren Weil das Argument wird zu gut Dass diese Fachkräfte kommen Und das wollen wir Mit Ihrem Programm machen wir es leider nicht attraktiv Mit Ihrem Programm rutschen wir wirtschaftlich ab Wir machen das natürlich Mit Energiepreisen die runtergehen Mit Steuer- und Abgabensenkung Mit Bürokratieabbau Mit Strukturausbau Und guten Bildern Das funktioniert Sie sind gleich dran Ja und jetzt wurde alles wieder so überredet Dass man seine Ausführung nicht Im Wortlaut so verstehen konnte Was das in der Sache war Ja Ja aber ich verspreche Man darf objektiv nicht die Probleme verneinen Die wir in diesem Land haben Die gibt es objektiv Und dann in den Angriff gehen Der größte Imageschaden für Deutschland Ist die Regierung gerade Und bei der Frage Bürgergeld Arbeit ist unattraktiv Leistung muss sich lohnen Das ist ein Thema Das muss man ansprechen können Das zweite ist Was wir heute aber hier gelernt haben Sie dürfen alles ansprechen Nein das zweite was wir hier gelernt haben Von Herrn Holm ist Dass es ein Programm ist Was zwar versucht Probleme zu benennen Aber in den Lösungsansätzen Doch nichts anderes sagt Als wir gehen aus der EU raus Wir wollen wir die alte D-Mark Ich meine wenn ich mir das mal überlege Jedes zweite Produkt aus Deutschland Geht in die EU Also das heißt über Ja das wird es auch ohne Das europäische Parlament tun 50% unseres Geldes Was wir verdienen Verdienen wir mit der Europäischen Union Alter das ist wieder 1 zu 1 Sally Argumentation Das ist 1 zu 1 Sally Schaut euch das Video bei Kaspar an Irgendwas Diskussion mit Sally Eine Replik Da kommt genau diese Stelle vor Wo Im Kontext Zuwanderung Wo Kaspar sagt Die Migration so Nein Nein wir sollten es lassen Ja und dann sagt Sally Wie kann man dieses Argument nur bringen Das wird ja heißen Hier kommt noch nicht mal mehr Ein LKW rein Mit Produkten Die wir brauchen Oder so Das ist 1 zu 1 Genau das Argument Was er gerade macht Als würde das was Am Handel ändern Digga Eure CDU Jetzt reicht's Jetzt wähle ich CDU Jetzt hat er mich Das sind alles erwachsene Menschen Das ist alles Also erwachsene Ich glaube das nicht Ich kann nicht mehr Mann Also ich hab den Ich verliere wirklich Und das Das tut mir weh im Herzen Und du darfst gleich reden Sorry Ich verliere Und das Hatte ich damals Und ich möchte Dass das wiederkommt Ich verliere Meinen Respekt Nachhaltig Vor älteren Menschen Ich verliere Ich hab ihn schon verloren Für mich waren das immer Erfahrene Menschen Zu denen man aufblicken kann Und Für mich ist das hier Kindergarten Was hier gerade abgeht Ich kann das nicht ernst nehmen Diese Menschen haben Eine überstarke Moralische Präkonklusion Dass die AfD Falsch liegen muss Darf nicht richtig liegen Es kann nicht sein Dass die AfD Richtig liegt Das würde zu viele Liberale Grundannahmen In Frage stellen Und deswegen Müssen alle nachfolgenden Argumente halt daran Angepasst werden Dass die AfD Nicht richtig liegt Und das kommt halt Offensichtlicher Quatsch bei raus Also Argumente Die eigentlich gar Keinen Wert beinhalten Auch was die Cheflobby ist denn da Von irgend so einem Riesen Automobilverbund Gebracht hat Das ist alles Oberflächlicher Kacke gewesen Keine einzige Zahl Nichts Konkretes Immer nur Irgendwas Wischiwaschi Da fragt man sich Natürlich Die wird da bestimmt Nicht schlecht verdienen In der Position In der sie da ist Also Wenn das die Qualität Ihrer Arbeit sonst wäre Könnte das nicht Jeder Student machen Ich möchte jetzt auch Nicht jeden Boomer Verurteilen Aber die Boomer Generation Zu großen Teilen Zu großen Teilen Muss ich da sagen Ich habe keinen Respekt mehr Ich kann nicht Ich möchte gerne Respekt Ich finde das schön Wenn man zu den Älteren In der Gesellschaft Aufblicken kann Und sagen kann Mensch die haben Ahnung Nein kann ich nicht mehr Es geht nicht Es geht nicht mehr Wenn ich mir das anschaue Kann ich das nicht mehr Ja Ja nein Also es mag natürlich Boomer geben Die da nicht mitgehen Aber Ja aber diese Weisheit Wo ist die Weisheit Sie ist nicht da Alter die sind wie ein Die sind wie ein Fernseher Den du anschaltest Es ist Ja Es ist traurig Ja Mittlerweile arbeiten Drei Millionen Leute Als EU-Bürger hier Und das was sie schreiben Mit Vorrangprüfung Wir haben eine Arbeitnehmerfreizügigkeit Innerhalb der Europäischen Union Das heißt ihr Konzept geht Hinten und vorne nicht auf Sie können Wenn wir die EU abgeschafft haben Wir können auch diese Freizügigkeit Beibehalten Dann können wir es doch Mit den Ländern einigen Ist doch kein Problem Alles Pseudo-Argumente Für alles wäre schnell Einfach hier schon A38 gemacht Wenn man es wollte Klar Ja klar Klar Sowas hier populistisch Einmal vortragen Solange uns gemeinsame Interessen Von denen beide Parteien profitieren Verbinden Werden wir Diese Freizügigkeit Beibehalten können Aber was wir erwarten Und deswegen braucht es auch Diese inhaltliche Auseinandersetzung Mit ihnen Was man doch erwarten kann Ist dass die Probleme Die objektiv da sind Auch das Verbrennerverbot Wir haben ja die Präsidentin Des Automobilverbandes sitzen Das Verbrenner aus Auf europäischer Ebene Ist einfach ein maximaler Fehler Das bedeutet aber Im Umkehrschluss nicht Dass wir nicht trotzdem Auch bei E-Mobilität Weiter vorankommen Und diese Kombination Das heißt Lösungen Zu präsentieren Und zu sagen Was tatsächlich geht Und nicht den Leuten Also um das mal klar zu machen Nein Also E-Mobilität Gerne alternative Energieformen Gerne Sehr gerne Sofern sie denn Mehr bringen Als dass sie Ideologie Verwirklichen Und momentan ist diese Schieflage eindeutig In Richtung Ideologie Ich fände es toll Ich fände es toll Wenn ein Auto Auch ohne Sprit fahren könnte Aber komme nicht Mit der Elektromobilität Ja Es läuft so nicht Das ist ein zähes Ding Ich mache die Lüftung Im Auto an Und die Reichweite Hat sich halbiert Im Winter Toll Zumal Ja auch Das Also die Preise Die man zur Zeit Für ein E-Auto zahlen muss Die ja schon hoch genug sind Ja subventioniert Sind immer noch Durch Durch Ölfahrzeuge Also der ganze Abbau Transport Die ganze Infrastruktur Die aufgebaut wird Ein einziges Elektroauto Und die ganzen Batterien Und sowas Also die Rohstoffe Dafür abzubauen Und sie zusammenzusetzen Das ist ja alles Verbrenner gesteuert Das würde auch nicht reichen Wenn du das gesamte Lithium Abbaust Um die ganze Die ganze Infrastruktur Also den ganzen Logistiksektor Züge Vermutlich LKWs Das Lithium würde doch Gar nicht dafür ausreichen Was du auch mit fossilen Brennstoffen fördern musst Ist klar Das ist kein Elektropresslufthammer Da in der Mine Der zur Verwendung kommt Ja genau Das ist das eine Wie gesagt Also wenn du mir Keine vernünftige Lösung Für die Logistik Liefern kannst Weil die bauen Keinen Akku Der für den LKW Oder für den Für den fetten Güterzug ausreicht Weil der halt Ein gewisses Potenzial hat Daneben zu gehen Ja Wenn du mir da Keine vernünftige Lösung Anbietest Dann lassen wir das Erstmal Also jetzt Was ist das Das ist doch jetzt Einfach nur dieses Okay ich kann mich Selbst ein bisschen Virtue signalen Auch für meine Kollegen Die mein Auto sehen Ich habe jetzt hier Diesen kleinen BMW Den ich zu Hause Aufladen kann Aber für große Skalen Der Bevölkerung Für die Logistik Ist das nichts Vielleicht ist es das In 20 Jahren Oder so Nein Das wird auch nicht sein Die Energiedichte Von allen Akkumulatoren Ist einfach Unglaublich gering Und das heißt Und die Abbau Der Rohstoffe Dafür ist relativ teuer Natürlich kann es Elektroautos geben Aber dass man damit Die ganze Flottenstärke Also auf 100% setzt Oder dass man die ganze Industrieflotte Die ganzen LKWs und so weiter Damit ausrüstet Das ist sehr illusorisch Nein Das geht nicht Es geht nicht Also wenn ihr irgendeinen anderen Besseren Motor Als den Otto Motor habt Alles klar Ich bin der erste Der Aktien kauft Kein Problem Aber der Elektromotor Ist es halt gerade nicht Also vor allem nicht jetzt Bis 2035 und so weiter Nein Das ist alles Komplett an der Realität vorbei Alter sind wir wahnsinnig 2030 Also In 6 Jahren Fährt hier jeder LKW Haben sie es nicht Auf 2030 vor Selbst 35 ist doch unrealistisch In 10 Jahren Spielt keine Rolle Jeder LKW Und jeder Zug Nur mit Strom fahren Oder was Ja oder zumindest Jeder privat Zugelassene Neuwagen Oder sowas Aber das ist auch das Viel zu viel Das ist schon nicht realistisch Und man darf ja dabei nicht vergessen Die Lithiumpreise Sind ja jetzt schon So Mittel Die haben schon mal Einen ordentlichen Preisanstieg erlebt Als es einen kleinen Elektrowagen Einen kleinen Elektrowagen Boom gab Wenn wir hier die ganze Welt Mit Elektroautos ausrüsten Wenn die ganze europäische Flotte Damit ausgerüstet werden soll Dann werden die Lithiumpreise Auch steigen Und die ganzen anderen Übrigen Kobaltpreise Und so weiter Und Das Wird sich vermutlich Auch nochmal auf den Preis Der Elektrowagen Auswirken Also Zumindest Das alles realistische Realistische Steine Die im Weg legen Die von diesen Leuten Nie angesprochen werden Was in die Augen zu streuen Das ist meiner Meinung nach Der Weg Wo man sie auch kriegt Weil ich sage Ihnen Einen zerräumen Das was Sie und Herr Höcke Machen Das ist etwas Warum wieder Höcke Bernd Das klingt Das klingt mal so nett Wenn es mal in einer Veranstaltung Von Ihnen präsentiert wird Aber es muss eben auch In der Realität der Menschen Im Portemonnaie Dann auch wieder ankommen Und das ist das Was sie nicht mehr leisten Ja und Ihre Partei War schon vier Legislaturperioden Mit der Kanzlerin An der Macht Und jetzt sind wir hier Wir haben noch nie regiert Seien Sie mal leise Mit Ihrer Kritik Und die Die hier neben Ihnen sitzt Ihr Wirtschaftsminister Will das Verbrenner Aus 2030 Ja irgendwie so Ja genau Irgendwie verrückte Pläne Und dann Sollte hier Elektroauto Also Das ist ja noch Ein anderes Ding Wir brauchen 20% Unserer Premier Energie Für Strom Und 30% Für Transport Ungefähr Oder 25% So Das heißt wir müssen Das wollen ja jetzt Alles elektrisch werden Das heißt alles was wir Diese 25-30% Die wir bisher mit Benzin Abgedeckt haben Müsste jetzt komplett in Strom Das heißt für jedes Kraftwerk Jedes einzelne Kraftwerk Das wir in Deutschland haben Müssen wir eins dazu bauen Ja So ungefähr Gleichzeitig Atomkraftwerke Aus Auch von der Kollegin Hier links Neben Ihnen Eingeführt Coole Sache Das ist das was wir tun Ihre Politik Nein Ihre Politik Für dazu Ja Ach komm Hier eine Unterbrechung Gebe ich oben drauf Auch wenn Erik Holm Gerade reinredet Die Arbeitnehmer In diesem Land Weniger im Portemonnaie haben Und das haben Sie gerade hier Eindrucksvoll bewiesen Nein Also keiner im Publikum Hat jemals Genau verstanden Was da gerade gesagt wurde Nein Nein Und trotzdem Klatschen Sie Es hat auch keiner Irgendein Argument verstanden Weil keins gebracht wurde Das war eine argumentfreie Diskussion Letztlich Das war immer nur bescheuerte Anwürfe Populismus Einfache Lösungen Sie verstehen davon nichts Und so weiter und so fort Also Ja Aber Herr Holm Hätte sich natürlich auch nicht Vernünftig wehren können Hätte ja Selbst irgendwas von dem Was wir gebracht hätten Hätte ein bisschen aggressiver Auftreten können Aber hätte er irgendwas von dem Gebracht was wir gesagt haben Wäre halt immer noch Abgewirkt worden Letzte Zeit Ja Weil es ja durchaus spannend ist Herr Vogt Wie hat Sie hier in die Auseinandersetzung gehen Sie sind ja entscheidend In diesen nächsten Monaten Vor allen Dingen In Ihrem Wahlkampf In Thüringen Und Sie wissen Was jetzt kommt Die Brandmauer Frage Sie ist nämlich Sie ist nämlich tatsächlich spannend Und schließen Sie eine Koalition Oder irgendeine andere Zusammenarbeit Mit der AfD aus Herr Klamot Sie laden mich immer genau Mit dieser Frage ein Und ich sage immer das gleiche Weil es meine innere Überzeugung ist Es gibt keine Koalition mit der AfD Die Auseinandersetzung Auch keine Zusammenarbeit Auch keine Zusammenarbeit Die Auseinandersetzung dieses Jahres In meinem Heimatland Ich will das zu einem Politikwechsel kommen Rot-Rot-Grün hat abgewirtschaftet Das merkt man bei der Ampel in Berlin Das merkt man in Erfurt Aber tatsächlich Wenn es um Politikwechsel geht Dann braucht man einen mit Anstand Und Vernunft Deswegen CDU oder AfD Und da haben wir gerade Im Saaler-Oller-Kreis Wo Sie Fußball gespielt haben Gezeigt, dass es geht Ja Mit wem wollen Sie reagieren Es kann Es kann Es kann Sehr wahrscheinlich sein Dass Sie Wenn Sie Ministerpräsident werden wollen Womöglich auf die AfD Angewiesen sind Schließen Sie aus Sich zum Ministerpräsidenten Wählen zu lassen Wenn das Nur mit Hilfe der AfD ginge Ich kämpfe genau Für diese demokratische Mitte Das haben Sie heute Abend hier gesehen Und das werde ich auch Weiter im Parlament tun Ich probiere es ein zweites Mal Schließen Sie das Haus hervor Und dazu kann ich auch tatsächlich Was beitragen Und Islamiakador mit der Antwort zufrieden Stehen Aber alles andere wäre unredlich Und ich finde Wir müssen in der Politik Wieder da zurückkommen Ernsthaft zu sein Und nicht Klamauk zu gehen Wir haben heute hier ganz viel diskutiert Erlaubt auch mal ein bisschen Wie gerade uns gezeigt worden ist Ich glaube die meisten Nicht viel Nicht viel Es war wieder mal inhaltlich sehr mager Und es war vor allem Und es war vor allem über diese krampfhaften Anwürfe Wie man die ganze Zeit halt nur Sie haben keine Lösung Populismus Denkt an die 6 Millionen Populismus Ja vor allem auch das Also Selbst können sie nichts anderes als Populismus Also Linkspopulismus Aber Tja Das war nicht schön Ja Ne Wie war die Leistung des AfDlers? Ja Ist natürlich Er durfte kaum was sagen Aber Er war zu passiv Wie gesagt Vor allem in der ersten Hälfte Er hat sich dazu sehr angebetet Er hätte mal mehr das tun sollen Was du da oft vorgeschlagen hast Das wäre schon richtig gewesen Aber Ja ich denke natürlich auch Wie ich das gesagt habe Er befindet sich in einer relativ Unruhlichen Position Aus der heraus Es recht Schwer ist Einen Blumentopf zu gewinnen Ja da fehlte die Offensive wieder Also ich glaube In dem Moment Musst du diese Also die Leute sind nur da Um dich zu zerstören Und Die Metapher kam ja von Schlomo In einem Boxkampf Du gewinnst doch keinen Boxkampf Auch nicht nach Punkten Wenn du nur blockst Das geht nicht Und die sind nicht dafür da Also Es wäre ja schön Wenn wir eine Debattenkultur haben Wie wir sie uns wünschen Ja das dir auch mal Also Geht doch mal ran an die Zahlen Diskutiert doch mal wirklich Über die Politik Und nicht über Schlagworte Aber in einer Welt In der das nun mal so ist Wie jetzt Dann musst du diese Bühne nutzen Und sagen Leute Ihr seht doch Was hier gerade abgeht Oder Ich bin nur hier Um zerstört zu werden Und alles klar Genauso geht es jetzt Also auch zurück Ihr habt Ihr habt diese Spielregeln Eingeführt Dann werde ich jetzt genauso Aggressiv hier Ähm Wäre ich jetzt ein bisschen wild hier Ja Ja Aber durchaus sachlich Aber hart in der Sache Und Dann einfach Alter Deren Erzgegner ist Einfach zu fragen Basierend auf was Haben sie da Zahlen für Gemessen an wem An was Was sind die Vorteile Der Migration gerade Also einfach Und auch Sich ans Publikum wenden Und die auch Einfach mal fragen Wofür haben sie da Gerade geklatscht Sie haben Sie haben gerade geklatscht Für einen Haufen Geräusche Ähm Ja Schöne Geräusche Ja Ja Also Merken sie Man wirft mir hier gerade Populismus vor Und die setzen mich hier Die ganze Zeit gleich Mit dem Dritten Reich Merken sie das nicht Hier im Publikum Wie können sie danach klatschen Also auch einfach das mal sagen Weil die hassen ihn eh alle Es 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 ist doch so Ähm Ja Ja und halt ein paar Sachen Ausgedruckt dabei haben Ja Einmal Diese Grafik Die ich hier gerade einblende Die ausgedruckt dabei haben Und einmal die MENAP-Statistik mitbringen Äh Und die einfach vorzeigen Ähm Es wäre schon Ein Fortschritt Ich fange mal hier unten an Mit Ich schon wieder Ich hoffe du siehst es Ja Ja Ich schon wieder Für 200 Bits Vielen lieben Dank Guten Abend Viele Grüße Aus dem Ruhrpott Liebe Grüße zurück Äh Alterieren wir Oder Ja kann ich machen Aber nach unten Oder nach oben Nach oben Nach oben Also Dexter Tricks Schatti Habe dich bereits Vor etwa einem Jahr Hier Nach deiner Philosophischen Einschätzung Zu Bergen des Wahnsinns Gefragt Nun würde mich Deine philosophische Einschätzung Zu Krieg der Welten Interessieren Ich habe Krieg der Welten Nie als das Original Hörspiel gehört Ich kenne den Film Äh Und auch dann nur Den modernen Von Von Spielberg Den fand ich Jetzt nur so mäßig Ich weiß Dass das Äh Dass das Original Hörspiel Ehrenkrieg ist Wie so ein richtiger Krieg auch ablaufen würde Also da sind die Tripods nicht Unzerstörbar Äh Aber ich könnte da Erst eine Qualifizierte Meinung Abgeben Wenn ich mir das Original Tatsächlich mal Angehört hätte Ich glaube das basiert Ja auch nochmal Auf dem Buch Also das Hörspiel Basiert ja nochmal Auf dem Buch Von H.G. Wells oder so Ähm Oder war das jetzt Der Hörspiel Äh Produzent Ich müsste es mir nochmal angucken Aber wie gesagt Das kann ich erst Beantworten Wenn ich es Mir zu Gemüte geführt habe Dexter Tricks Kommt erneut vorbei Für 200 Bits Vielen lieben Dank Clowny in Sachen VM Wear Und Broadcom Regt sich Widerstand Nun suchen viele Datencenter nach Einer Alternativen Und scheint sich sogar Viam Einzuschalten Und ist dabei zukünftig Scheinbar auch Proxmox zu sichern Für dich Schatti Ich gehe hier Und da reißt es ab Ähm Dexter Ich hab nicht Den blassen Blassen Schimmer Worüber du gerade redest Habe ich mich Irgendwann Hervorgetan Als ein Spezialist In diesem Fachbereich Ich hab Ich verstehe die Worte Nicht die du benutzt hast Ich Es tut mir leid Dexter Ich Es ist ein Kompliment Zwischen den Zeilen Mir diese Kompetenz Hier anzudichten Aber ich hab keine Ahnung Was du meinst Es tut mir leid Schatti Schatti weißt du irgendwas Ich hab Äh Auch wenig Ahnung Von dem Was er jetzt Sagen möchte Ich Ich Schau mal gerade Vm Moment V Mehr Broadcom Ich hab Noch nicht mal Eine Google Soße Google Suche Fördert hier Genau das Mehr als 50 Falls ja Was für Produkte Irgendwas mit Bei golem.de Das sieht ja wieder Informatikermäßig aus Mehr als 50 Produkte Sollen Vm Wear Übernahme Durch Broadcom Zum Opfer fallen Das Gratisangebot Für Eski Hypervisor Dürfte betroffen sein Ja Das ist ja gut zu wissen Ich hab keine Ahnung Dexter Äh Für die Leute im Chat Nein Kein Reddit Wir Haben eigentlich Drei Stunden abgemacht Und Deswegen Machen Schatti und ich Jetzt gerade noch Die Zuschriften Und dann Da muss auch Schicht im Schacht Sein für heute Tut mir leid Aber nächste Woche Wieder Dann von Ani Boa Ah ne Das Ne 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 Ab dem hier Ab 100 Ja ja Genau Also ich meine Der hier Achso Ja genau Ja machen Wir machen jetzt Eine Fragerunde Gerade Genau in diesem Moment Ja Also um das Gerade zu beantworten Ähm Der Gaber Was soll ich denn Lesen Äh Den hier drüber gleich Äh Der Gaber 457 Der haut einfach 100 Bits raus Und jetzt sollte Schatti kommen Genau Genau also Bernd Huko 5 2 3 Äh Hier noch was Für den Klingelbeutel Gute Nacht Liebe Schwestern und Brüder Und Bernds Äh Mein Bettchen ruft Man sieht sich Und dann Und dann Und dann nur noch Irgendwelche Hashtags Also äh Oder Ads Ja Man sieht sich Äh Alle Freunde Ja Ja dir auch Eine gute Nacht Lieber Ich muss das mal ein bisschen Größer machen Das ist schwer zu lesen Sonst Bernd Entschuldigung Äh vielleicht kann ich das auch Größer machen Ne ich hab's jetzt Ich hab's jetzt Jetzt lese ich's besser Al Bundy 1985 Vielen Dank für 100 Bits Hallo ihr Helden Vorige Woche hat sich endlich Meine 15-jährige Tochter gemeldet Hat meine Ex jahrelang Erfolgreich verhindert Natürlich wollte ich Angeblich keinen Kontakt Wird mit euch gefeiert heute PS Danke Schatti Für die Autogramme Oh Schön Immer gerne Also Glückwunsch Zur Tochter Äh Zur Wiedererlagung Das ist Das trumpft wahrscheinlich Nochmal ein Autogramm von mir Knapp Aber es trumpft es Äh Aber ja Ich Ich hab auch noch welche Also Wie gesagt Gegen eine kleine Portospende Bin ich auch noch In der Lage Ein paar Rauszuschicken Also einfach Eine Ähm E-Mail an mich An die Schattenpost At gmail.com Dann sag ich euch Wie er in eins kommt Tiger Lamer Kommt vorbei Für Tatsächlich Tausend Bits Vielen lieben Dank Und dafür gibt's auch Direkt den hier Seins ist meins Ja Vielen Dank Sehr gut Also Claudio und Schatti Wie immer ein Genuss Wann kommen die nächsten Betreutes Kacken Folgen Ja Ja die Tage Also die andere ist ja erst Vier Tage her oder sowas Also Ich muss das ja auch immer Ein bisschen Ein bisschen noch Aufbereiten Also so Ja exakt Genau so Ja und meine ganzen Atmen muss ich da Rausschneiden Die ich da nicht Unterdrückt habe Ja genau Ja vielen Dank Tiger Lamer Wir freuen uns auf jeden Fall Auf die neuen Folgen Ist ein sehr erfrischendes Reaction Format Geht auf jeden Fall Nach vorne Und das ist halt auch easy Ja es ist einfacher Als Als geskriptet Aber es ist am Ende Da auch immer noch Ganz schön Arbeit Also Ja Otago91 300 Bits Vielen Dank Ich arbeite in der Automobilindustrie Und unsere Industrie Hat null Probleme Leute zu bekommen Da die Firmen Sehr gut zahlen Auf jede Stelle Die bei uns Ausgeschrieben ist Kommen zig Bewerber Tja Ja Das sieht man mal Tja Äh Die andere hatte aber Trotzdem recht So Otago91 Erneut Den kannst du gern machen Ja im Übrigen Mag ich Mein Kaffee Wie meine Frauen Stark und schwarz Ah den habe ich Schon mal gehört Kleiner Spaß nebenbei Grüner Tee Und Kräutertees Rocken bei mir Ha Ja Also ich finde halt All diese All diese Hocharomatisierten Mischungen Die sich Irgendwie Wintertraum Pflaumen Bratapfel Erlebnis nennen Oder so Die lehne ich Kategorisch ab Diese Tees Trinke ich nicht Bei mir sind es Kinderpunsch Ich mag alkoholfreien Glühwein Den finde ich gut Den trinke ich So Ja normaler Glühwein Da kriege ich immer Sodbrennen von Ehrlich gesagt Kinderpunsch ist cool Ja ich Ich mag halt nichts Was mit Alkohol versetzt Wurde Versetzt wurde Es schmeckt halt Wie Frostschutzmittel Ich trinke auch so gut Wie kein Ja Man Es macht irgendwie Keine Ahnung Also ich Ich bin Whisky Connoisseur Ja ich habe auch Eine kleine Whisky Sammlung Aber Da Trinke ich da mal Zwei CL Am Sonntag Mit meinem Vater Nachdem Muttern Einen schönen Schweinebraten Gemacht hat Aber so im Alltag Regelmäßig Ich mag Diesen Rausch Auch nicht Also dieser Damit verbundene Kontrollverlust Verbunden mit so einer Taubheit In den Lippen Keine Ahnung Also ich finde Betrunken sein Ist eigentlich Nette Angelegenheit Finde ich Das Problem ist Der Weg dahin Ist für mich so schmerzhaft Das lohnt sich einfach nicht Also jetzt mal Von philosophischen Betrachtungen Ausgenommen Die Menge an Alkohol Die ich trinken muss Um dann betrunken zu werden Die müsste ich Mit einer Gewalt runterwirken Dass es mir Schwer möglich machen würde Also ich trinke auch gerne Im Restaurant Schönes Schönes Dunkelweizen Oder so Das ist alles okay Aber So Über alle Maßen trinken Ey das habe ich echt lange Nicht mehr Ähm Ist wahrscheinlich auch besser so Ja Ähm Kräutertees rocken Auf jeden Fall Ja auf jeden Fall Ich war neulich krank Alter Ich habe so absurd Viele Mentholbonbons Gelutscht ne Also die gehen auch gut nach vorne Ähm Ich gehe mal gerade bei Streamlabs rein So 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 Schauen wir mal was da reingekommen ist Äh Trinkgeld Trinkgeld Trinkgeldverlauf So Jetzt sind wir dort angekommen Heute ist der sechste Alles klar Du bist wieder dran Juin Ja also Kuma AV Also Angerverse Vielen lieben Dank Für 10 Euro Äh Der Klimawandel ist zu 100% Menschen gemacht Also zu über 100% Tatsächlich sogar Vielen lieben Dank Achso ich habe Ich habe einen Einspieler Äh gemacht gerade Achso 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 Kam der Ach der kam gar nicht bei dir an Oder was Ne ne Ich Ich krieg das ja nicht mit Oh dir entgeht was Na gut Kann man nichts machen Vielen lieben Dank So Bevor ich gleich zur Sitzung muss Irgendwie fühlt sich der Monogar Irgendwie fühlt sich der Morgen am Freitag Äh So leer an Kannst du erklären wo das herkommen könnte Clowny Kommt aufs Angerverse verdammt nochmal Ja Der Morgen am Freitag Der fühlt sich so leer an Weil da die Propaganda zum Frühstück vom Clowny Lange nicht mehr passiert ist Ähm Ich bin da gerade ein bisschen am Arbeitspensum Ja Mach ich sehr gerne Wenn ich einen guten Lauf habe Was die Videoproduktion angeht Wenn die Entscheidung am Freitag Eine binäre Entscheidung ist zwischen Clowny machst du jetzt ein Video Oder Clowny machst du Propaganda zum Frühstück Dann muss ich mich fürs Video Entscheiden Das tut mir auch wirklich leid Und das war auch ein cooles Format Und das wird auch nicht tot sein Keine Sorge Aber jetzt gerade Ähm Ich bin übelst im Rückstand Mit Ketzerkirchen schneiden Ähm Videotechnisch muss ich den Rhythmus beibehalten Ich krieg das nicht alles so voreinander Auch wenn ich's versuche Ähm Ich globe aber Besserung Mehr kann ich leider nicht versprechen Danke trotzdem Welcher ist der Nächste Hornissnest Der da drüber Hornissnest Naben Clowny Naben Schatti Und Naben Liebe Hasshetzenden Ich habe schon ein Weilchen Nicht mehr gespendet Daher heute mal etwas mehr 20 Euro Äh Glückwunsch nachträglich Ähm Noch zur 100. Ketzerkirche Könntest du eventuell mal Major Eagle Oder meine kritischen Gedanken Ein Einladen Clowny Meine kritischen Gedanken? Also das ist ein YouTube Kanal Der heißt so Ja kenn ich Kenn ich gar nicht Äh Danke fein Und auf die nächsten 98 Folgen Vielen Dank Dafür gibt's auch erstmal ein Demagogie für dich Demagogie Und nochmal den Jingle Demagogie Das ist doch der Seins ist meins ja Ja ganz genau Das ist er Ich hab ihn hier extra drin Er ist großartig Aber du hast ihn gerade Wieder nicht gehört Mann ist das ärgerlich Seit dem Windows Update Seit dem Windows Update Kriegen die Leute hier Das nicht mehr so Reingeroutet Wie ich mir das Eigentlich vorstelle Na gut Ähm Auf jeden Fall nochmal Vielen lieben Dank Hornissnest Hier einmal der Jingle für dich Seins ist meins ja Und wir machen weiter mit dem Sechstier Vielen lieben Dank Kommt für sechs Euro vorbei Dafür gibt's ein fröhliches Afuera Afuera Und er schreibt Ich muss leider los Freue mich aber schon Auf die Aufzeichnung Liebe Grüße an alle Ja liebe Grüße zurück Äh AZAMAT31 Für 1185 Für die Sicherheitstür zur Kirche Ah Eine Anspielung An unseren schwulen Freund Ach Tazio Tja Dafür gibt es für dich Ein schönes Weil sie Deutschland Hassen Alles klar Vielen Dank Honissnest Für Fünf Euro Vielen lieben Dank Warum muss ich bei Lamia Gerade an Globo Schlomo Denken Hey Zott Montelady Oh Erst Erst schlucken Dann reden Das ist doch Das war doch das Im Ausschuss Ja Wo der eine Die andere Darauf hingewiesen hat Erst den Joghurt Das war Lamia Kador Mit dem Joghurt Ich weiß es nicht Könnte gut Gut sein Ich hatte es aber schon vergessen Oh Mann oh Mann Ja das war auch eine gute Geschichte Da hat sie dann mit vollem Mund gesprochen Ja Okay Sascha schreibt Für drei Euro Ich stimme in fast alle mit euch überein Auch euren Paar Sich nicht zu rechtfertigen Verstehe ich Aber wir müssen das aus Sicht der Normis sehen Der vielleicht dann sagt Okay der ist doch ganz vernünftig Ansonsten denkt er Da konnte er nicht antworten Ich glaube das nicht Also Nicht antworten wäre schlecht Aber den Normi Den darf man nicht vernünftig kommen Man muss den Normi nehmen Wie ein Führer Seine 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 Soldaten nimmt Äh man muss ihn begeistern Man muss Äh mit Starke kommen Und äh Die Die Gegnerschaft niederweist Man Also Im Rahmen Man darf natürlich nicht wie ein Spinner rüberkommen Wie ein komplett verrückter Aber äh Dieses Dieses immer Vernünftig tun Und immer dem Normi ein Angebot machen Nein Man muss das ein bisschen umgedreht Du Du Normi Du solltest zu uns kommen Weil wir der richtige exklusive Verein sind Ja Wir interessieren uns gar nicht so sehr Dass du zu uns kommst Die Richtigen kommen zu uns Wenn du nicht dabei bist Dann leck mich doch Geh zu den Grünen und verarme Ähm Immer dieses Auf die Leute zugehen Und ihnen ein Angebot machen Und um ihre Stimmen buhlen Ach Ich halte das gar nicht immer Für die richtige Strategie Das ist Das wirkt immer schwach Und das wirkt immer Das wirkt immer so Bittstellerisch Also Ähm Nee Ja gut Dich darf man noch nicht In so eine Talkshow setzen Ähm Aber ja Wir müssen ein Volk Ja Schatti Alter Du Du Also Keine Ahnung Alter Egal Egal für wen du auftrittst Du würdest die Organisation Mit dem Auftritt beenden Ähm Aber Das Du musst halt Also das ist ja auch schade Dass diese Spielregeln Eingeführt worden sind Aber die haben Nicht die AfD Hat diese Spielregeln Eingeführt In den Talkshows Du musst halt Okay Das ist doch ganz vernünftig Das ist erst der Schluss Der kommt Nachdem die Leute Das Programm Nicht anspucken Sondern aufmachen Ähm Und der Weg dahin Der ist halt Geflastert Von Denselben Spielregeln Nach denen Auch dort Gespielt wird Und das heißt Du musst angriffslustig sein Und Ja Blocken Verteidigen Aber danach Argumentativ Zuschlagen Ja Die hören dem sowieso nicht zu, bevor die nicht emotional erreicht worden sind. Im Sinne von sehen sie denn nicht, was hier gerade abgeht. Sie werden hier gerade hinters Licht geführt. Sehen sie nicht, wie der Diskurs hier gerade umgelenkt wird. Es geht doch hier gerade um sie, die hier gerade sitzen. Wie denken sie über ihre Töchter nach, wenn die nachts um zwei Uhr nach dem Clubbesuch durch die Einkaufsstraße gehen? Wie denken sie über die Kriminalität? Also die Sachen werden ja gar nicht angesprochen. Der hat ja noch nicht mal die Gelegenheit wahrgenommen, wirklich auf diese empfindlichen Themen überhaupt zu sprechen zu kommen. Und da emotional dann reingehen und sagen, und sie von der CDU, sie sind mit Angela Merkel dafür verantwortlich, dass ungefähr 3000 Frauen Opfer von Sexualstraftaten geworden sind, aufgrund unserer grenzenlosen Liebe. Ja, das ist auch ihre Schuld von ihrer Partei. Wann distanzieren sie sich von Frau Merkel? So und jetzt zu Ihnen, Frau Kador. Sie wollen, dass das Ganze nicht nur genauso läuft wie bei Merkel, sondern noch mehr. Das ist ein Problem für die innere Sicherheit. Das haben wir statistisch evident. Nennen sie mich Rassist. Das ist mir an dieser Stelle vollkommen egal. Und ich hoffe, sie im Publikum merken auch, dass das nur gemacht wird, um hier irgendeine Meinung von mir zu ersticken, um mich als das absolut Böse darzustellen. Ich bin hier gerade, weil ich möchte, dass ihre Kinder sicher auf dem Weg nach der Schule nach Hause kommen können und denen nicht auf dem Weg dorthin im Stadtpark dreimal irgendeine Droge angeboten wird oder die begrapscht werden oder so. Dafür sitze ich hier gerade und da reingehen. Und klar, Klamroth wird das unterdrücken und dann sagst du in dem Moment direkt ganz schnell schalten. Ah, Herr Klamroth! Ja! Und jetzt hier nochmal an Sie zu Hause, die gerade zuschauen. Sie merken, ich mache ein gutes Argument, wenn der jetzt hier gerade anfängt rein zu grätschen. Ich meine, was soll denn passieren? Werfen die dich aus der Sendung raus? Na und? Noch ein weiteres Argument gegen den Öffentlich- Rechtlichen. Die werfen also Leute heraus, die es schaffen, die Diskussion aus der Vogelperspektive zu betrachten und ernsthaft den Leuten erklären wollen, was hier gerade abgeht. Die Leute schmeißen sie raus. Das würde ich dann noch sagen, bevor ich mein Mikrofon hinlege und dann rausgehe, bevor das Sicherheitspersonal kommt. Wir müssen auch mal an, also denken an irgendwelche großen, interessanten Filmgestalten. Irgendwer. Ich weiß nicht. Patrick Bateman, Hannibal Lecter. Ich weiß. Oder historische Gestalten. Napoleon. Warum sind die interessant? Und die Antwort ist nie. In null Prozent der Fälle, weil sie doch ganz vernünftig waren. Das ist halt nie der Grund. Das sind Charaktere, die dich mitreißen und die faszinierend sind und denen man gerne zuhört aus einem ganz anderen Grund. Und das ist eben nicht, weil sie moderat sind und weil sie sich ständig zurücknehmen und weil sie darauf achten, beim Zuschauer gut anzukommen, sondern weil sie halt ihre Sache durchziehen und in ihrer Sache keinen Kompromiss machen. Dadurch Bewunderung finden. Du hättest ja allein schon, ich möchte jetzt den Erik Holm nicht schlecht machen. Aber in dieser Runde gab es so ein elementares Charisma-Defizit. Keiner von denen, der dort saß, hat irgendeine Art von strahlende Persönlichkeit vorhergebracht. Der Moderator ist so ein Schluffi, der irgendwie in seinem, mit seinem Pulli aus der Studentenbude da steht. Plasberg hatte wenigstens noch einen Anzug an. Ja, die anderen können nur Plattitüden abliefern, aber sind da übelst low energy. Da die strahlende Persönlichkeit zu sein, hätte ihm schon einen Vorteil gebracht. Aber wie gesagt, er geht da halt schon in der Verteidigungshaltung rein und das gewinnt nicht. Also da wäre noch viel mehr drin gewesen. Also ein bisschen mehr Javier Mellier wagen, aber nicht zu viel. Ja, man sieht ja, obwohl man sieht ja, Javier Mellier ist auch nicht ganz vernünftig. Ja, und er ist jetzt Präsident von Argentinien. Trump war auch nicht ganz vernünftig. Nein. Und es ist trotzdem Präsident. Du wirst halt mit ganz vernünftig, wählt dich keiner. Ganz vernünftig ist, das reicht für Landratsamt, wenn du Glück hast. Aber die große Politik wird mit was anderen gemacht, fürchte ich. Trump, ja, es kann ja auch schade sein, aber es ist ja der Zustand, in dem wir leben. Die Leute sind nicht vernunftbegabt. Schön wär's. Ja, die, ja. Aber dieses, ja wie gesagt, also Trump hat sich dann ja auch getraut bei den Auftritten. Da kommt eine blöde Frage von einem Journalisten. Vielleicht hat die sogar ein gutes Argument ihm gegenüber drinne gehabt. Und er merkt halt direkt, ja, okay, wer hat sie dafür bezahlt, diese Frage zu stellen? Ja, ich bin wieder der Rassist, schon klar. Und sie sind Fake News. Ja, einfach die Medien dann auch einfach mal anzugreifen. Ihr seid doch die AfD. Ihr seid doch dafür, dass der Öffentlich-Rechtliche de facto abgeschafft wird in dieser Form, in der er gerade ist. Dann greift die doch auch an in dieser Runde. Macht es doch. Also da was wagen, was könnt ihr denn verlieren? Also wirklich, was verliert ihr denn dadurch? Wähler nicht. Ähm, Pinneburger Pudelmütze. Vielen lieben Dank. Drei Euro. Dafür gibt's nochmal ein schönes Rassismus gegen Ausländer. Seid gegrüßt. Was haltet ihr von Kulturanthropologen und Ethnobotaniker Wolf-Dieter Stroll? Storrl findet seine Bücher auf jeden verlesenswert. Was hältst du von diesem ultra spezifischen Charakter, der dieses Nischenthema bedient? Hast du nicht alle Bücher von ihm gelesen? Ich kenne ihn leider gar nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es auch nicht gelesen. Ja. Ich kann jetzt hier einfach mal bei Amazon schauen. Ja. Was, äh, wie die Bücher denn heißen? Wolf-Dieter Strollbücher. Stroll, ja. Spiegel Bestseller. Meine Kräuter des Waldes. Hm. Kraftvolle, Moment, ich mach's gerade auch groß. Äh, wo ist denn der Buchtitel? Kraftvolle Pflanzenpersönlichkeiten entdecken und nutzen. Meine Kräuter des Waldes. Oh, der ist ja einen richtigen Rauschebart, der Autor. Der steht hier in dem Buchcover hier im Wald mit einem Strauß Sonnenblumen oder was das ist. Dann ein anderes, unsere grüne Kraft. Äh, das Heilwesen der Familie Stroll mit einem Vorwort von Wolf-Dieter Stroll. Und da steht er mit seiner Frau und seinem Rauschebart im Garten, in einem Wildgarten. Ähm, der ist auch nicht mehr der Jüngste. Nicht, dass es schlecht ist oder so. Ist das irgendwas Naturheilkundemäßiges oder was? Pflanzen können ihre Lebenskraft an uns Menschen weitergeben. Der Ethno-Botaniker Wolf-Dieter Stroll und seine Frau Christine kennen sich mit den Heilwirkungen von Pflanzen, Hausmitteln und traditionellen Heilmethoden der Naturvölker sehr gut aus und vertrauen ganz auf diese grüne Kraft, die sie in Wald, Wiese, Garten und Küche finden. In ihrer Familie haben sie viele positive Erfahrungen mit den natürlichen Heilkräften gesammelt. Also klingt so nach so einem, äh, Gartenapotheke-Buch, wenn man so möchte. Vielleicht mit einer Spur Esoterik darin, ich weiß es nicht. Ist nur ein bisschen schwer zu bewerten, äh, anhand, also, vielfassig sind. Damit kriegst du mich halt nicht, ne? Aber, äh, mit irgendwas Kräuterkundemäßiges aus meinem Garten ist ja nett. Genau, es könnte auch, es könnte auch völlig rational sein. Also, ich will nur damit sagen, dass diese Ecke häufig solche Charaktere hervorbringt. Aber ich weiß natürlich nicht, ob ihr das dazugehört. Mit irgendeinem Esoterikam musst du mir nicht ankommen. Ich schaue AstroTV zur Belustigung. Ähm, und es ist, es ist auch unterhaltsam. Einmal noch kurz ein Blick bei TippiStream. Und dann glaube ich tatsächlich, dass wir alle durchgegangen sind. Zu diesem Zeitpunkt. Ja, hier vor acht Minuten, den Joe Liberty, den kannst du noch machen. Okay, moin Jung. Freue mich auf die Aufzeichnung morgen. Ich hätte eine Bitte an euch. Bitte schaut euch mal den Streamer Tobias Huch. FDP an. Huch haut regelmäßig Unsinn über die AfD raus und hat in letzter Zeit durch das Shuyoka-Thema massiv an Also Reichweite. Reichweite gewonnen. Ja. Tobias Huch. Ja, schreibe ich mir auf. Der streamt auf Twitch oder was? Scheinbar. Das ist ja interessant. Deutsche Unter... Oh, aha. Habe ich das Gesicht nicht schon mal gesehen? Ah ja. Äh, was? Tobias Christoph Huch ist ein ehemaliger deutscher Unternehmer und Aktivist in Sachsen. Datenschutz und Erotik. Er ist seit 2005 als Politiker und seit 2014 als Aktivist der Flüchtlingshilfe. Journalist, Buchautor und Web-Videoproduzent tätig. Klingt gut. Das klingt gut. Da schauen wir doch gerne mal rein. Und der ist auch auf Twitch. Ja, vielleicht gibt's da ja was zu sehen. So. Ähm. Bis jetzt wird es das gewesen sein, meine lieben Freunde. Es sind keine weiteren Zuschriften gekommen. Von daher sage ich schon einmal eine gute Nacht und spätestens bis nächste Woche hier live. Und ähm. Ja. Ich würde sagen, passt auf euch auf, meine lieben Freunde. Und Schatti, du hast das letzte Wort. Und Dirty Harry unterlasse dieses Fettbaiting im Chat. Ein böser Junge. Ein böser Bub. Ich weiß gar nicht, was er geschrieben hat. Aber ja, gut. Ähm. Ja. War wieder eine hübsche Folge. Ähm. Nächstes betreut es Kacken. Gibt es hoffentlich wieder was äh. Ähnliches. Und ähm. Ich weiß gar nicht, was ich sonst noch sagen soll. Äh. Seid nicht bloß vernünftig. Nein nein. Vielen Dank.